hallo leute und ein herzlich willkommen zu einem neuen real life online live stream auf dem kanal des hundes wir sind wieder weg am start als 1.7 boss mark rumpelde pumpel und wir werden heute richtig richtig viel chaos in der start anstelle bei lkws auf jeden fall wenn ihr richtig bock drauf habt lasst mich wissen mit einer positiven bewertung und lasst kostenlos schon mal ein abo da aktiviert das glöckchen dann verpasst ihr auch nichts mehr und ich würde sagen wir starten durch ich habe richtig bock drauf ich hoffe ihr ebenfalls und dankeschön an manuel rost wieder vor dem stream donated fünf euro lob in letzter zeit abwechselnd bei rlo andere games noch viele videos bringt es einfach mega freut mich dass das so gut ankommt bei euch ja ich mache jetzt derzeit echt eigentlich fast daily content also fast daily ab und zu lasse ich mal einen tag aus aber sonst ja ich würde sagen in der woche sechs videos bzb sechs streams halt je nachdem wie es halt läuft ist das so finde ich eigentlich ganz angenehm die wolpes hi hundi ellie und ich sind auch wieder dabei mark rumpelbrot mark nee wer uns unbedingt in mark brot ist viel besser dankeschön an die wolpes auch und kusel aus an ellie so ich habe aber durch ich probiere meine sachen wir fahren aber heute zusammen ich warte mich auf jemanden ganz besonderen heute ich mache das nämlich heute nicht allein wir müssen uns natürlich auch noch eintragen und alles habe ich da bock drauf ich habe so bock drauf so ja leute aber schreibt mal schreibt mal rein in den chat wie gefällt euch das wenn ich auch wieder mehr videos und zu bringen dass ihr jetzt fast immer daily content habt ich finde das eigentlich ganz cool und also es kam auch gut an bei euch aber schreibt es gerne rein leute schreibt es ja gerne rein so ich brauche nur ganz kurz was du trinke nehme ich noch mit auch koffee nehme ich mit dann schauen wir gleich mal rubbellose habe ich heute wenn ich pech habe habe ich glück in letzter zeit also wenn ich heute verliere bin ich umso glücklicher ich habe verloren und jetzt noch mal verlieren dann habe ich heute glück nein ich habe gewonnen nein ich habe heute pech ich habe heute pech ich habe heute richtig pech alter ja dankeschön we love auch wieder am start bin auch wieder dabei kuss getraut dass du auch am start bist christoph selenacker für deine donation marcel ist auch wieder zu spät am start dankeschön marcel und florian adam bachel das sind dann du dir safe wegen gestern ach so viele autos abgeschleppt super ist mein ist mein liebling da ist meine 40 ist da ja zum glück ist mit der 40 da er jetzt wollen haben kann ich ja nicht flexen leute ich freue mich so drüber ich gehe noch ganz schön mit funk wir sind ja 1 zu 7 da muss ich mich schon aktiv auch habe ich kein funk gerät mehr habe ich jedes mal vergessen und mein funk gerät ist ich komme ich bin check 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 Ich bin gerade am Telefonieren, mich bitte gerade nicht anrufen. Wer will gerade anrufen, mich jetzt? Nee. Shadow, moin, hatte gestern Geburtstag, bin 16 geworden. Alles Gute, Shadow, nachträglich. Schön. Andi macht, weil ich mega Dankeschön, Andi macht. Das ist einfach Andi. Danke für den Zehner auch. Und Shadow, Alter, danke für 10 Euro mit ehrenhaftem Fies. Wie gesagt, alles, alles Gute nachträglich. Vom Hundl. Oh, jetzt, wenn man schon zu sowas kommt, ich habe ganz vergessen heute zu werben. Wuppelt immer einen Job vorbei, mein Plüschtier könnt ihr jetzt vorbestellen. Mit gratis Autogrammkarte. Es gibt noch genügend Autogrammkarten, also wer noch eine haben möchte, ihr könnt die jetzt noch vorbestellen. Wichtig und richtig, dass ich das noch anwerbe. Deshalb wisst ihr, dass noch Autogrammkarten da sind. Wir haben uns vielleicht immer gefragt, gibt es noch Autogrammkarten? Ja, gibt es noch. Sind noch da. Sind noch in der Haus. Ja, eigentlich, ich warte die ganze Zeit hier auf Habub, aber irgendwie kommt der nicht. Habub kommt einfach nicht, weil ich rufe dir mal an. Ich frage mal, wo der ist. Habri. Und heute fürs LKW fahren haben wir uns heute verabredet, aber ich will mich trotzdem eintragen. Wir haben uns heute fürs LKW fahren verabredet. Das gibt es doch gar nicht, Habub. Hat er sich gar nicht, er hat sich gar nicht eingetragen. Das würde ich aber eintragen hier. Ich rufe mal an. Ja, Katze, es tut mir sehr leid. Ich muss jetzt leider streamen, liebe Katze. Die Katze jammert schon hinten. Ja, ist zu, ist zu... Was ist los? Legst du dich da her? Bitte leg dich einfach hin. Hört ihr gerade meine Katze im Hintergrund? Die will unbedingt mitzocken, aber sie kann leider nicht. Mit Tatzen geht es leider schwer. Wobei, ähm... Ja gut, ähm... Ja, doch. Also, es geht schon. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht geht, aber Katzen können halt mit ihren Tatzen nicht spielen. Sag mal so. Das meine ich natürlich, Leute. Das ist, äh... Das, was ich gerade meinte. Habe ich die Nummer von Habub? Ich glaube, ich habe nicht mal die Nummer von Habub, Alter. Ist Habub da? Ah, ich hoffe. Müsste da sein, man muss ausgemacht, dass wir heute LQ fahren. Hey, oh Mann! Alter, ich warte auf dich. Wo bleibst du? Hey, Bruder, ich komme schon. Ja, ja. Ich habe einen Tunnel, Mann. Welchen Tunnel denn? Ja, Palito, Alter. Ja, gibt es zwei Tunnel. Ja, Palito, Alter. Okay, Palito-Tunnel. Alles klar, gut. Wieder komplett los. Ja, die Katzentatzen sind zu klein. Jetzt sind wir uns alle einig. Das geht nicht. Das geht nicht. So habe ich jetzt alles dabei. Ich habe Benzin mit dabei. Benzinkanistel. Nagelbänder haben wir dabei. Wir brauchen heute alles, um Chaos zu stiften. Wir machen heute richtig Rambazamba. Wer wird es auch fühlen? Heute Bankrauben mit LKWs? Das wäre, glaube ich, einer der ersten Bankräume mit echten LKWs. Ich überlege das wirklich zu machen. Ich ziehe das durch, Alter. Ich hätte da eine richtig gute Idee sogar. Bankraub mit LKW. Würde ich fühlen. Das ist der Sound, auf die Spende. So. Ey, von wegen. Der ist da. Schau mal, wie viel da braucht ein Bub? Ich komme gleich entgegen. Das ist der Sound, auf die Spende. Schau mal, da ist schon der erste Anhänger, den wir einfach mitnehmen können. Da vorne steht sogar ein LKW. Die könnten wir einfach klauen. Das ist ja offen. Schauen wir mal, ob der offen ist. Aber zuerst müssen wir uns erstmal wie richtige, echte LKW-Fahrer anziehen. So richtige Trucker, aber nee, das ist zu. Aber stell dir mal vor, wir klauen den LKW hier. Den hier einfach klauen. Und da oben dann rumfahren. Kann keiner nachvollziehen, wie man der gehört, der LKW eigentlich. Hat jemand meinen Namen gesagt? Achso, du warst gerade im Funk, oder? Ja, warum? Nein, ich habe dich gerade mit Liam verwechselt. Ja, warum? Weil du da vorher irgendwas gefunkt hast. Und ich habe aber gedacht, das ist der Liam, was das funktioniert. Nein, irgendetwas gesagt, ob er mich anrufen kann, oder dich anrufen kann. Ich weiß nicht, wer gemeint war. Nein. Ja, da war ich gemeint. Achso, okay. Alles klar. Servus im Übrigen. Servus. Ja, da Bibi. Ja, warte, ich habe gerade gefunkt. Hast du dein Funkegerät gar nicht an? Nee, Bruder. Funke? Ich habe dich nämlich extra eingetragen. Danke für den Kratzer, by the way. Der Wagen ist so gut wie neu lackiert. Bruder, das war kein Kratzer. Kannst du mal ein bisschen ein Stück zurückgehen? Das ist kein Kratzer, Bruder. Kannst du mal kurz ein kleines Stück zurückgehen? Nur ein ganz kleines Stück. Dankeschön. Schade, dass ich hochging. Ich bin da so geil gewesen, dass ich einfach hochgegangen bin. Ey, du kannst so froh sein, dass ich meine Kugel nicht dabei habe. Ja, ja, mach ruhig weiter. Mach ruhig weiter. Das ist gar kein Problem. Du kannst froh sein, dass ich heute keine Kugel dabei habe. Ja, warte, 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 warte ganz kurz. Ich werde dieses Ding jetzt wieder schön hinbekommen, ja? Ja. Mhm, da holen wir das nochmal neu raus. Wasser tiefgarascht, dann kann ich das unten schön aufputzen, vorbereiten. Danke. Komm, rein da. Weißt du, wo es hingeht heute, gell? Wo geht es denn hin, Bruder? Ja, komm, steig ein. Ja, jetzt, wirklich, das ist jetzt. Komm, einsteig. Warte, ach so, ich muss das aufmachen. So, jetzt, Entschuldigung, jetzt kannst du rein. Perfekt. Was hast du für Probleme? Schreib mal ein. Ja, jetzt, schau mal. So, gut. Das ist so unbekannt. Die Tür, wir haben vorhin, dass du eh nicht einsteigen, weil die Tür verschlossen war. Ich habe dich bei der Welt angemeldet. Ja, wir gehen jetzt erst mal zu 7. Wir mussten uns aus und dann, schau mal, wo es hingeht. Easy. Dann dürfen wir uns nicht mehr können, wir fahren. Ja, aber es geht, alles, was bei dir bei dir. Ach so, wir sind gefunkt, ach so. Das ist doch nicht so, als hätten wir uns schon vorhin begrüßt. Ja gut, passt schon. Ja, dann fahren wir mal, ich habe dich eingetragen, gell? Du es weißt, weißt du, wie möchte ich dich eingetragen? Ich habe schon zum dritten Mal Danke gesagt, Bruder. Hast du euch schon gesagt, dass ich dich eingetragen habe? Nee, Bruder. Perfekt. Ja, ich habe dich jedenfalls beim zu 7 schon ins Datenblatt eingetragen. Wundgerät hast du eh schon an, ne? Nee, ich habe gerade dich begrüßt. Perfekt, gut. Gut, dann fahren wir mal rüber und dann machen wir mal alles fertig. Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, sollen wir die anderen Leute auch auffahren lassen? Bruder, was ist geplant? Ja, ich habe also LKW, dies, das. Die Frage ist nur, sollen wir die anderen Leute auch mit LKWs fahren lassen? Oder so mit viel LKW rumdüsen? Ja, weißt du, so einen richtigen LKW-Konvoi habe ich mir vorgestellt heute. Und vielleicht, aber nur vielleicht einen Raubzug mit einem LKW-Konvoi. Boah, Alter. So richtig einfach scheiße bau mit den Dingern. Und wir müssen uns alle wie LKW-Fahrer anziehen, das ist ganz wichtig. Einfach alles, was im Weg ist, wegrammern. So ist es, ja, kann man schon fast sagen. Weißt du, was ich mir lustig vorstelle? Mit dem Anhänger hinten so ein Bild ziehen und dann Heckscherd auskickst und popst und weg das Auto. Ja, das wäre schön, das wäre schön. So ein Zehntauner so. Ja, ja, das wäre schön. Und dann haust du die Reling drüber. Also fahren wir mal im Fund, weil es da ist. Holst du das? Sollten wir ihn nicht eingetragen haben. Äh, ja. Nee, aber wer da Bock drauf hat auf sowas, das ist immer hoch von uns. Und den ein bisschen triggern. Bruder, Alter, ich hatte keinen Schluck auf. Äh, was geht da, Bibi? Manuel, du eutes Schachtel. Haha. Manuel. Haha. Manu. Haha. Haha. Ich will nur mit Manuel reden. Manuel. Hahaha. 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 Das ist der Sound, ob ich singe. Das ist der drickige Lache. Hahaha. Hahaha. Das ist gar nicht Manuel. Uppala. Aber wer anderes. Wie gefällt dir meine Lache, Bruder? Die ist super. Die kannst du immer so machen. Die ist super. Die kannst du immer so machen. Tut gar nicht weh im Ohr. Tut gar nicht weh. Es passt perfekt. Okay, danke. Die hat sich voll reich an, die Lache, oder? Finde ich auch, ja. Die klingt so, wie wenn ich irgendwo in einer Villa mit Echtholzboden sitze und draus lache. Und Gegenfilmanlage. Wie bitte? So. Geht ihr dann auch noch ne Runde an drauf? Nö. Wahrscheinlich ja. Möchtest du dich anschließen? Gerne. Schatz, die sind sich schon so anders an. Ich wäre auch dabei. Wollt ihr euch nicht uns anschließen? Was machst du, Nels? Wir sind echte LKW-Fahrer und fahren mit nem riesengroßen LKW-Konvoi. Äh. Kein LKW. Wir werden richtig fett scheiße bauen damit. Also du meinst jetzt einfach nur random durch die Stadt fahren, oder? Ja, nicht nur. Auch was planen damit. Einfach durchziehen mit LKWs. Jaja, da bin ich schon dabei. Stell dir mal vor, du ziehst was durch mit LKW. Die können nichts machen, wenn du mit so nem großen Konvoi fährst. Was wollen sie machen? Nagelbänder legen, höchstens. Wollt ihr jetzt euren Anhänger auch kaufen? Oder habt ihr es euren gekauft? Ne, wir machen einfach nen Job. Kannst du ja einfach nen Job machen unten. Binde, ja. Dass du ja so nen Anhänger holst, ist doch egal. Oder wir müssen uns LKW kaufen. Jaja, wir müssen LKW... Aber erstmal ausstatten. Ich hab meine Glocke nicht dabei. Ich muss mal... Ich mach mir glaub den Truckführer. Sonst hast du Lust. Ja, mach ich auch. Ich muss nur dann Bescheid sagen, wann, wo und so weiter. Äh, ja also wir... Ich werde jetzt den Führerschein erstmal machen. Und äh... Ja, dann werde ich mir nen Truck holen. Und dann... Äh... Würde ich sagen, starten wir gleich durch. Erstmal mit nem fetten Konvoi fahren. Und dann schauen. Wenn du schon keinen kaufen willst, she hat Swartrucks. Ne, ich kauf ihn mir eigentlich für meinen eigenen. Ich will den Tune. Okay. Aber danke. Bitte gerne. Perfekt. Dann gehen wir uns schnell ausrüsten. Dann machen wir nen Führerschein. Perfekt. Warte, hab ich den Führerschein schon mal gemacht? Ne, ne? Äh... Heli... Ich hab nen Heli Führerschein. Ok, wusste ich gar nicht. Oder ich hab keinen Truckführer. Ich hab nen Heli Führerschein. Ich wusste das gar nicht. Ey lass gemeinsam dann Fahrschuhe. Jaja, lass gemeinsam Fahrschuhe machen. Konvoi. Genau. Äh... Furian. Angel. Bankraub mit LKW. Das wär geil, wenn das funktionieren würde. Danke. Du mich auch. Wir wollen bis 4000 Zuschauer und nicht bei 1000 Likes. Das muss man ändern. Ja Leute haut mal drauf. Das ist schon bei 1000 für 100. Aber haut mal auf den Like Button. Wenn ihr echte LKW Fahrer sehen wollt. Hör mich scholt da unten. Das ist egal. Leute wummelt mal nen Like raus. Biete Like. Biete. So Snapshot. Miami Vice F40 haut mal nen Like raus. Das sieht aber echt so aus, ne? Aber deshalb wollte ich ihn auch so. Wegen Miami Vice. Das ist der Sound auf der Spende. Aber die hat nen Testarossa, ne? Äh... Aber danke, Snapshot. Julian, guter YouTuber. Wie dich unterstütz ich gerne. Danke. Hä, was ist? Bigs Bruder. Ich hab nichts verstanden. Bigs nix Bruder. Okay. Nimm am besten einen, äh, Dings mit. Einen, äh, Werkzeugkasten. Werkzeugkasten. Und dann noch, warte, haben wir noch Nostar. Ich hab nämlich eine Flasche hab ich noch. Dann schau ich noch, ob ein bisschen Nostar ist. Ah, 60 Flaschen Nostar. Und da zwei Flaschen mit. Kannste vielleicht gebrauchen mit LKW, weißt du? Rüst dich aus, statt dich aus. Und dann geht's los. Ach, ich hab meine Glock vergessen. Das Wichtigste hab ich vergessen. Glock, weil ich hab ne Tech-9, Alter. Ja, ja. Du hast ne Tech-9, warum hast du ne Tech-9? Für was denn? Doch, wegen letztes mal Motorrad. Aber das ist nämlich ne Glock 18 mit. Oder solch? Ah, wobei. Ne, komm. Ich bleib halbwegs egal erstmal. So, machen wir jetzt einen echten LKW-Führerschein. Yeah. Ja. Echte LKW-Fahrer fahren mit echten LKWs. Mit einem echten LKW-Führerschein. Echte LKW-Anhänger zu einem echten LKW-Abstellpunkt. Ja. Hast du ein Problem mit der Tür? Ne Bruder. Alles gut. Gut. So, ich kann da auch gerne die ganze Woche stehen, wenn du die Tür nicht aufkriegst. Das ist das andere Spende. Ja, ja. Lass dir ruhig Zeit, mein Lieber. Ja, nee. Ich muss mir für dich Zeit lassen. Ja, ja. Mach dir keinen Stress, Mann. Hast du Stress da unten? Warum kriegst du nicht auf? Ne, ne Bruder. Alles gut. Ist schon weg? Jetzt warte ich schon im Auto und frage wo er hinten ist oder ich fahre schon weg. Was dauert denn da so lang? Ey Bruder, ich war gefangen in der Tür. Ne verstehe ich nicht. Was für eine Stunde, bis du da bist. Ich hab mir den C eingeklemmt, dann hat es mich durch den Raum geschleidert. Was? Bruder, ich hab die Tür aufgemacht und dann hab ich zu früh wieder die Stempelkarte reingesteckt und dann hat es mir den C eingeklemmt und dann hat es mich wieder zurück ins Lager gehabt. Also das hat mir zu lange gedauert. Okay. Perfekt. Ich hatte einen kurzen C-Tarrenball. In der Tür eingeklemmt. Ey Bruder. Ey Bruder. Einklemm RP. Das ist halt richtig gezwiebelt. Boah Alter, warum steht denn ein Schild mit auf der Straße? Do not block intersection. Do not block intersection. Hahaha. Wir haben das ja aufgestellt. Bruder, das waren die Startwerke. Do not block intersection. Aber das ist halt echt geil hier, ne? Do not block intersection. Das ist auch geil. Ich glaub die wollten hier die Garageneinfahrt markieren. Jaja die wollten, genau die wollten die Garageneinfahrt absichern. Hahaha. Das ist doch wieder so ein Schild wo man sich überschlägt. So. Wollen wir jetzt nicht zuerst umziehen, das echte LKW Fahrer. Aber ich find das ist erstmal, weißt du, bevor du den LKW einstatt musst du dich schon umziehen. Ich will heute auch mal so aussehen wie so ein echter Willi alter. Ja da müssen wir, da müssen wir noch zum Friseur, weil wir brauchen so einen LKW Fahrer Bart. Oder, ne ne Bruder, ein Fokuhila. Wobei, hast du nicht schon so, ich glaub das ist schon so ein Bart oder? Hör mal ja. Ne, hast du nicht. Schau mal, ich hab ja mein LKW Outfit. Das pass ich vielleicht noch ein bisschen an. Das pass ich noch ein bisschen an und dann passt das. Alter, unterschirt, arme Hose. Alter, ich sehe halt echt aus diesen LKW Fahrern. So ein Ami Trucker sehe ich halt aus. Schuhe. Wobei, gibt's hier so Cowboy Stiefel? Ach hier sowas, ja. Ja, das passt schon. Äh, aber gut, das nehmen wir nicht. Warte, Kette. Oh, warte, gibt's, gibt's diese, unter Ketten müsste es doch diese Dings gehen, diese Träger. Oh, sieht das nach was aus? Äh, ich finde das sieht nach was aus, oder? Gibt's auch andere Träger? Oder sind das die einzigen Träger, die es gibt? Mit oder ohne, mit Träger, oder? Ich, ich, ich nehme mit Träger. Ich nehme die mit Träger. Ich nehme die mit Träger, das passt schon. Der Bruder meinst du fresh, oder was? Ja, was fresh? Ja. Das sieht aus mit einer Latz. Also, das sieht nicht aus, das sieht aus wie eine Latzhose an. Du brauchst ein LKW-Outfit. Ich hab eine Latzhose, Alter. Du brauchst Cowboy Stiefel. Ja, du brauchst Cowboy Stiefel, brauchst du dann noch so eine Trucker Mütze, müssen wir noch holen. Oder ein Strohhut. Strohhut? Ja, ein Trucker wird doch Strohhut. Aber du hast so einen Cowboy Hut. Ja, genau. Ja, da muss ich aber andere, andere Dings. Ja, super. Vielleicht zieh ich so eine Trucker Mütze auf. Die hier. Ich glaube ich zieh eine Trucker Mütze auf. Brauche ich andere Haare, ne? Aber gut, ich brauche auch andere Haare, ist das Ding. Ei, ei, ei. Was ist jetzt mit wie? Cowboy Hut oder Trucker Mütze? Leute, Cowboy Hut oder Trucker Mütze? Was sagt der Chat? Ein Cowboy Hut, das könnte auch als Trucker durchgehen. Hmmm. Hmmm. Jihaa oder ich weiß nicht. Ne, sonst sieht es zu sehr aus wie ein Cowboy. Vielleicht doch die Trucker Mütze. Dass ich eben nicht zu sehr wie ein Cowboy wirke. Ey Bruder. Ja, ganz gut. Das ist meine Lache. Warte, ich stehe. Cowboy. Wirklich Cowboy? Nicht die Trucker Mütze? Cowboy Hut. Cowboy Hut. Cowboy Hut. Cowboy Hut. Cowboy Hut. Okay, die meisten sind für Cowboy Hut. Sicher, wenn ich jetzt wieder sage Cowboy Hut. Ah, Trucker Mütze. Trucker Mütze. Trucker Mütze. Okay, also Hut. Also die meisten sagen Hut. Ja gut, dann stehe ich nochmal Hut. Äh. Das ist der Sound auf der Spinde. Einen Cowboy Hut. Also muss ich halt zum Friseur gehen. Ich brauche andere Haare dann dafür. Aber ist egal. Ich weiß schon. Iiiiihau. Dreh ich muss zum Friseur. Hallo? Oh, was ich mache dann in der Hose? Das ist schon so. Hey Bruder, du siehst aus wie Cardinal Joe. Hey Cardinal Joe. Wei mal begeben, Cardinal Joe. Wei mal begeben, Cardinal Joe. Wei mal begeben, Cardinal Joe. Wo kommst du mir bew攻? Und wenn Anyone wo kommst? Wo kommst du von Christ? compliment erzuf off jetzt irre Verse? Du kommst so, dann kommt noch etwas Le angst. Wo kommst du parallelotted? Das ist ja! Dann rein da. Und direkt. Und weg's! Vielleicht müssen wir mit eine Dodge Ram fahren. Ja nä. Müssen wir erstmal zum Friseur. Wir müssen uns noch den, den Trucker Wipe geben. Voll gut, ne? Und wenn wir dann was Illegales haben... haben dann müsste wir auch noch zum Masken laden. Bruder, echter Cowboy im Truck hat richtig Bandana. Stimmt, wir sollten Bandana tragen. Stimmt, da gehe ich gar nicht zum Friseur, mach schon mein Bart anders. Hallo. Ja, genau diesen Bart. Ne, guck mal. Ja, Bruder, warte. Warte. Ich hab nen Fokuhila, wär doch cool. Wie aussehen. Oh geil. Wir müssen die Haare schneiden, das muss, Leute. Das sieht so lustig aus. Der Cut-Night-Show, Alter. Ne, aber ey, die Haare müssen. Die müssen. Ey, yo, Howdy, was geht, man? Weil ich ne bisschen wie selbe Haare. Hey, Bruder, das ist der 22cm Haarschnitt. Äh, nicht der 58er? Bruder, ich hab den 22cm langen. Okay, warte, schau mal. Vielleicht gibt's den jetzt zweimal. Tatsächlich. Passt, nehm ich den. Pff. Howdy. Howdy. Hey. Hey. Hey, du hast die falsche Hose. Guck mal meinen Gürtel an. Guck mal die Schnalle. 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 Das mit so einem Ochsen drauf, weißt du? Sowas brauchst du. Ey, aber die zerrissen ist auch fresh. Na gut, dann. Die ist auch so richtig cow free. faszinierend ab, oder? Was war der Fasch? Was haben wir in der Stadt fertig gesagt, Mann? Der faszinierst von der Alabama Cow Farm. Fasinierst von der Alabama Cow Farm. Das ist aus der Alabama-Kalbombe, vom All-Air-Alabama. Der Fistance ist aus der 45 bin. Der faszinierst mit dem 25 bin. Ich trage drei Den kleinen Schein Die benutze einen Trakker Ich trage diese Tracker Ski ist mein Gott slaven Die traken Das hagst du den Trakker aus in Alabama Es ist aber der Leipzig Wir sind von der Trakker aus in Alabama Hier ist es Hier Trakker Hier ist es ein Traker vom Hey, mate Wie ist dieser Trakker? Wie ist das? Alabama Trakker Ein richtiger Alabama-Tracker. Wir sind in Texas, California. Ja, wo bist du, Mann? Ach du Scheiße. Ich bin schon ein Tracker, zu dem ich ein Kind bin. Zu dem ich von meiner Mutter aufgewachsen bin. Ich bin immer schon ein Tracker. Und ich wollte immer schon einen richtigen Tracker fahren. Und heute ist der Tag, was ich mir gedacht habe. Ich gehe heute Trucker fahren. Ich mache meinen Tracker. Driver's License mache ich heute. Ja. Möchtest du auch eine Dracker License? Ja, müsste ich machen. Oh, perfekt, perfekt. Nicht die Tracker License. Ich gehe mit dem Armee Tracker fahren. Wir machen mit 10 Durchleute. EGWI, praktische Prüfung. Perfekt. Hör auf, ich hab schon 2 Fehlpunkte. Hör auf dem Red. Hab schon 2 Fehlpunkte. Hör auf dem Red. Ich hab schon 2 Fehlpunkte. Hör auf dem Red. 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 Und wann wir noch meinen Trucker fahren. Und damit machen wir einen fetten Raubüberfall oder so. Was richtig dummes. Wir machen das, was sich sonst keiner traut Leute, Überfall mit Trucks. Ich glaube das hat noch keiner richtig durch gezogen. wenn es mich ganz irrt. So. Mr. Chelly23, viel Spaß. Danke für 2 Euro vorhin. Vielen, vielen Dank. Und ihren, ihren 976, danke für den Euro. Luna Plays, kannst du mich Nia und meine Schwester Sari grüßen? Luna, Nia und Sari. Alle begrüßt euch. Ich bin schon gut daneben gefahren. Super. Das war mein Verständlich. Nia, ich bin schon gut daneben gefahren. So, Florian Angel, Ankle fürs VIP werden. Herr Pum. So, toll. New Peak, danke für den Euro. Philipp, danke für 3 Euro. Dann Trickshot 3, 2, 5, danke für 2 Euro. Benji Bender, Bambi Now für den 10er. Jan Wipper, danke für den 10er. Janik, danke fürs VIP werden. Florian Andle nochmal. Einen wunderschönen guten Abend und mach weiter so. Wie du bist, danke schön. Freut mich. Ich fahr jetzt extra nur noch 100. Hä, warum? Hä, och ne. Ich hab noch... Was? Wie kann ich so doof sein, Alter? Schau, dass ich abgelenkt bin. Jetzt hab ich hier 80 drauf. Och ne, den Punkt verpasst. Ich bin doch nochmal drüber gefahren. Das passiert, wenn ich auf den Chat gucke. Siehste, das passiert dann. Ja, ich hab kein kleines Problem. Ich hab gerade einen Pimpf verfahren. Ja, warte auf mich. Einfach ein bisschen warten. Ein bisschen rating. Müsst du mir mit True Gang ist nicht zurück. Alles zurück mit dem LKW, Alter. Alles zurück, Leute. Wie konnte ich diesen Punkt verfahren? Der ist doch hier mittendrauf, oder? Wie konnte ich den verfahren? Ach so, weil ich links gefahren bin. Ach so, ja gut. Weil ich links gefahren bin. Mein Gott, was ne Diva. Mein Fahrlehrer ist richtig... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich hab drei Fehlpunkte. Ich darf nur fünf haben. Also wenn mir jetzt irgendwer reinfährt, bin ich gepopperst, bin ich dann. Dann war's das. Jetzt war ich extra nur mit 100, weil ich Angst habe, dass ich diesen Führerschein... Auch hier, den darf ich auch nicht vergessen. Den vergesse ich sonst immer, den Punkt hier. Wieses mal aber nicht. So, ja, der ging fürs SIP werden. Das haben wir vorgelesen. Dann grüße ich meine Freundin Lea. Bin krank im Bett. Von Feuerwehrspotterliebe. Dann grüßt geht raus, geht raus, Lea. Und alles Gute, sobald wieder gesund wird. Das Schmidi. Ich sehe uns Gamer-Katze. Bist der Bächte. Schau mal, die Katze liegt grad so süß neben mir. Schade, dass ich keine echte Facecam hab. Sonst möchte ich das jetzt rüber zeigen, wie süß der Radar liegt, der kleine Wuppel. Der Wuppel grad so süß da. Mal danke schön, Schmidi. Melanie R ist auch dabei. Ihr zwei seid die Base noch zweiter. So, dankeschön. Snapshot auch nochmal. Mami weiße, fühlt sich das mal auch vorgelesen. Bankkomm mit LKW. Schreibt da. Urian, nicht Florian, sondern Florian. Steht hier wirklich so. Also wenn alles hin, natürlich dann durchziehen. Tatsächlich mit dem LKW. Bankraub. Oder ein Juwe. Wobei Bankraub wär geiler. Alter, stellt euch vor, wir machen mit ganz vielen LKWs Bankraub. Und wir stellen da die LKWs so auf, dass wir zusperren. Du kannst ja mit dem LKW mit hinten dran eine richtige Wand aufbauen. Wir bauen einfach eine Wand um die Bank drum auf. Das ist doch mal geil. Das ist eine richtig geile Idee. Oh, das machen wir. Wir bauen eine Wand, so dass auch die Polizei gar nicht erst reinkommt in diese Straße. Das ist, das ist das Ding. Das machen wir. Wir sperren komplett die ganzen Straßen mit den LKWs zu, wenn wir genug sind. Oh, das wär so ein geiler Raub, wenn das hinhaut. Das wär ja so ein geiler Raub. Das müssen wir machen, Leute. Das müssen wir machen. Das ist, der Raub ist, das ist wieder so ein Raubüberfall, der in die Geschichte eingehen würde, wisst ihr? Das wär so ein richtiger Raub, der würde so richtig in die Geschichte von RLU eingehen, wenn wir komplett die Straßen dicht machen vor der Bank und halt nur LKWs vorne stehen und wir fahren mit dem LKWs weg und dann kommt ein Cargobob auch schon wieder verpasst. Das gibt's doch gar nicht. Ich seh das grün nicht. Ich bin farbenblind. Ne, ich bin nicht farbenblind, aber das grün ist wirklich heftig asozial hier auf der Fahrerbahn. Ja, Rade, was machst du das? Hab schon wieder vergessen und Punkt vergessen. Ich fahre jetzt mit 60, mit 60 MHz und ich bin ein bisschen angst, dass ich vielleicht gleich gecatcht werde. Hab schon drei Fehlerpunkte. Wie drei. Ah, bin ich raus. Also zur Information an euch, wer gerade im Funke ist, ich bin auf eine sehr geile Idee gekommen mit einem Bankraub. Haltet euch fest. Wir werden so viele LKWs haben mit Anhängern, dass wir die kompletten Straßen mit den LKWs zubauen. Dass da keine Polizei bei reinfahren kann. Sprich... Eine LKW-Mauer. Ja, mit den LKWs. Aber wir bauen, wir bauen eine LKW-Mauer auf. Ein LKW muss dann halt weggestellt werden und die anderen LKWs stehen dann drin. Aber wir bauen von außen so eine LKW-Mauer. Wenn wir genug Leute haben, die das machen. Es klingt aber interessant. LKW-Mauer-Bankraub. Vor allem so kommen die Cops auch gar nicht Richtung Bank, weil wir die Straßen zumachen damit. Die müssen sich dann was einfahren lassen. Der LKW-Bankraub. Ich sehe es schon kommen. Das wird so geil. Ja, Leute, drücken uns die Daumen, dass das funktioniert. Also ich mache das. Ich ziehe es heute voll durch. Koste es, was es wolle. Oh, ist Ander gerade hochgegangen? Ich hoffe. Ich bin einfach in die Tankstelle gefahren. Habub, einfach in die nächste Tanke rein. Das ist jetzt eh, dass ich hier in Rot fahre, ne? Nee. Habub, in die nächste Tanke. Nee, der wird schon angekommen sein. Ich fahre extra langsam, dass ich das nicht verpasse, dass ich das hier schaffe. Roland, Remse, vielen Dank für einen Euro und 20 Cent. Vielen, vielen Dank. Wo kommen die 20 Cent her? Basel am Rieh. Aufgerüstet. Ah, mit dem 20 Cent kann kommen. Jawohl. Und viel Spaß mit dem aufgerüsteten PC. Ich hoffe, du hast es angemacht. Sehr gutes Setup. Sag mal, wo ist das ein Doh? Und die Grot passiert von dem Real Life Air? Hey, oh, hier ist Farll, vieler Auto hier. Demon King, danke für den Euro und Real Life Air nochmal. Vielen Dank. Ja, Mandel Rost ist das RLO oder Red Dead Redemption 2 im Cowboy-Aufhör. Du brauchst noch mehr Bauch als LKB-Fahrer. Ey, kaum. Oh, die hier gleich da. Manu KBH, freue mich schon auf den Stream. Jawohl, es wird sicher lustig. Es ist wieder so, dass es so ein Stream, der wieder richtig abgefahren lustig sein wird, weil wir einfach wieder nur Kacke im Kopf haben. Wir sind von Kansas, Tennessee, und wir sind von Alabama. Wir sind von Alabama, von Alabama. Wir sind von Alabama. Meine Schwester ist meine Mutter, meine Mutter ist meine Tante, ja. Haben Sie Probleme damit? Nein, natürlich nicht. Wir kommen hier aus von Alabama. Es ist ein Cream mit extra Caramel. Alabama, Texas. Bam, bam, Texas. Alabama, Texas, Texas, Alabama. Alabama, das ist eine Runde. Ah, das ist ein Cowboy, das ist ein Cowboy. Das ist ein Cowboy. Wir sind ein Cowboy. Wir sind ein Cowboy-Aufhör, das ist ein Schwer-Aufhörer. Das ist ein Schwer-Aufhörer. Los, wir sind ein. Wir sind ein, die sind. Wir sind ein, die ganz gleiche sind. Wir sind die mitschern. die crazy sind dance moves hier. Alabama. Die Richtung, ich glaube, Wir sind ein Cowboy-Aufhörer. Wir sind ein Schwer-Aufhörer. Wie ist ein Fahrer? Wie ist ein Fahrer? Okay, das ist hier. 1-2-3-4-4-4-1-2-3-4-4-5-4-5-5-5-5. Wir sind ein Fahrer-Aufhörer. Säu-Aufhörer. Wir sind ein Fahrer-Aufhörer. okay und dann gehen wir nach links nach links und jetzt gehen wir nach rechts und schieben, schieben und jetzt nach links nach rechts nach rechts nach rechts nach rechts haben wir alles in Alabama gelernt von Alabama als Danceschool haben wir ein bisschen Danzen gelernt haben sie auch in der Danceschool Was ist denn hier, Cowboy? Was ist denn hier für Aufträden? Also, CC, alle hier aus Alabama machen ihre Cars ihre Car School Driving License Die muss ich gleich erst mal machen Perfekt, perfekt Oh, das ist ein Truck Schau an diesen Truck Mann, Mann, das ist ein realer Cadillac Das ist real Der Big Wolf, he ist der Big Wolf Awesome Ja, das ist der Big Wolf Also, ich habe meine Dancemoves gesehen Die Alabama Dancemoves Look, von left To the right Das ist schon cool Oh, look at das A real Cadworth Er ist nichts Wir müssen jetzt mal weiter Wir müssen jetzt mal Adios, Amigos, Muchachos Servus, Maxim Oh, das ist ein Mexikaner Oh, Mexikaner Mexikaner Ja, schau mal Wenn ich mal meine Hüterung dazu Ist eine richtig geile Matte, oder? Ja, ist richtig geil Die Matte ist auch richtig nice Dann habe ich mich in den Bart grown lassen So richtig heftigen Bart Also Beard Wenn ich heute den ganzen Tag reden vor allem dann brauche ich einen Psychologen Ich habe ein Ladsstands Ich habe ein Ladsstands Das ist ein normaler Accent Das ist ein normaler Accent Das ist ein normaler Accent Das ist ein Ladsstand Das ist ein Ladsstand Ist das alles aus Alabama Ja, und hier In Texas Ich habe ein Ladsstands In Texas In Alabama Letztens habe ich auch gespeist A Crocodile, Mann Ich habe mit eigener Hand Von der leften zu der right Nachdenken Und auf Dance Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Was ist? Nix Alles gut Achso, weil wir so reden Ja Ich wollte die Zeit Alles frech Ich finde es echt amüsant Wir müssen das einstudieren Wenn wir später einen Bankraub machen wollen Dann müssen wir das richtig Heftig einstudieren Perfekt Ich rede eindeutig nichts Beim Bankraub Weil es geht nach hinten los Ja, die sollen nicht wissen Wer wir sind Weißt du Stell dir mal vor Wir haben jetzt Wir holen uns noch eine Bandana Dann sehen wir echt aus Wie Leute Die man echt nicht kennt Ja Du brauchst ja keine Bandana Und du kannst ja rein theoretisch Einen richtigen Bart holen Oh, das ist für Amateurs Das ist für Amateurs Aber ich will diesen Bart hier tragen Ja gut Wir holen uns einen Lkw Aber ich will eh auch den hier haben Der ist geil Der ist cool Aber warum ist da ein riesengroßer Tacho drauf? Sollte nicht sein Was für ein Tacho? Sehe das nur ich? Also ich sehe da keinen Tacho Ne, da steht so eine 300 Oder so eine 200 Da und dann sind so An der Scheibe hier Achso Das meinst du die Spiegelung? Ja, das ist irgendwie mal Ja, das ist komisch Das ist, weil da lasst die Folierung ein bisschen nach Ja, natürlich Wir müssen Alcarray disargen Achso, wir brauchen Geld Achso, wir brauchen Geld Das ist auch kacke Das Geld abheben Wir sind wieder am Arsch der Welt Wo es keine Bankomaten gibt, gell? Wir haben hier keinen Bankomaten Sehen, du breit Keinen Bankomaten Ah, doch Wobei, wobei Doch, gibt es nicht Oh mein Gott Gibt es nicht hier unten irgendwo einen Bankomaten? Dann müsste man kommen In der In der Dings Im Airport ist einer, oder? Nein, im Flughafen dort Bei den ganzen Airplanes In den Flughafen 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 Oh bole, falsch Ich glaube hier wäre Oder das Loch wollte es spinnen mich gerade um, Alter Da Dann rein in den Flughafen Hätte ich gesagt Du bist doch nicht gleich oben hingefahren Ja, weil ich blöd bin Weil ich richtig blöd bin Weil ich nur zwei IQ Punkte habe Zwei IQ Punkte Ja, was ist das denn? Ähm Dankeschön an der Saal Na guten Abend Hab ich was verpasst? Natürlich Kennst du mich noch? Frohes Weihnachten und frohen Reizdarm Dankeschön Dankeschön Seit so nächsten habe ich schon lange mir wieder gewünscht Vielen Dank Wir brauchen auf jeden Fall über 100.000 Dollar dafür Oh das wird so weh tun 150.000 hole ich mir Baust du 100.000 für den Truck Zieh dir 150.000 für das Tuning danach Oh, als wäre ich doch ein Knoppers Supreme Court hat mich letztens broke gemacht Achso, was hast du denn bezahlt dafür? Ich glaube 100.000 Run 100.000 Oh, das ist auch sehr viel Sehr viel Sehr viel Wir holen die Klai wieder ab Und wir fahren Ihm vor Gott schein mit der Levy umziehen Ich schiebe unsere Gessen Ich schiebe unsere Gessen Ich schiebe unsere Gessen Perfekt Ich lege mich nochmal hin bis später So passt Perfekt Oh wie Gott dran klemmt Perfekt Jesus Christ Man, die hast du gerade so richtig zu hart frei gemacht Man Gut Dann packen wir das Ding hier ein Und oben anstelle die LKWs Weißt du welchen du haben möchtest? Ich denke ich habe das gleiche als du, man Haben wir einen Cowboy auf dem Skateboard gesehen? Der echte Schreck in fronte auf dem Skateboard Schau mal hier Was? Aufpassen Jetzt holen wir uns einen LKW Ja Boah, ich habe so Bock drauf Einzelne Chat, wer hat es auch Bock hat auf einem Bankhof mit LKWs Das Geile ist, ich weiß schon welchen ich nehme Ich sitze schon direkt durch Das wird auf jeden Fall hundertprozentig Wo ist er denn? Der hier Ja Bitte spawnen wir nicht rein Bitte spawnen wir nicht rein Alter ich habe so Schiss gerade gehabt Da ist er mir gerade rein spawrt So Check Dann machen wir noch einen LKW Warte, jetzt soll man einfach Trucker nehmen als Kennzeichen Oder ist das schon vergeben? Ist hier ja schon vergeben Trucker gibt es noch? Ja Was hast du denn? Äh, was hast du denn? Da Kennen wir TR irgendwas A9 HOME DERK Das kommt Das ist einfach Trucker als Kennzeichen Wobei das ist ja auch im Trucker Job drin ne? Trucker als Kennzeichen Aber passt schon Ich glaube habe ich richtig Kennzeichen einfach Trucker Was schon? Was schon? Wird die Lackierung ändern? Wird die Lackierung ändern? Wird die Lackierung ändern? Hey was los? Wir werden verschiedene Pant-Jobs Hier guck mal auf dem Kennzeichen Oh warte, mit dem Spoiler drauf Oh ja Und jetzt noch rein, sind Tuning. Low Skates. Trucker-Kennzeichner. Ey, so kann ich ihn mehr tunen. Alter, Alter. Wir fahren falsch. Ey, wir fahren falsch. Hallo, wir fahren falsch. Hey, Mann, was geht's, Mann? Was ist das? Nein, nein, nein. Nein. Alter, meine Dinge sind offen, keine Airbags. Alter. Meine Airbags sind offen. Du musst mich raufschieben. War das klar, dass das passieren wird. So ein Stück Kaki. Also nicht weiß, dass man damit richtig geil driften kann. Jetzt war ich immer so richtig hinten drauf. Ich will mich richtig auf die Pelle rücken. Oh nein, mein Truck raucht, Alter. Ey, Brüder, ich glaube, mein Truck raucht. Der hat schon gleich Motoschaden. Ich weiß gar nicht, warum. Das war so klar. Das war so klar. Ja, weil ich auch bei dem, beim Hauptblock so klein. Er fährt mir so rein, mein Truck raucht einfach. So unfair. Und den anderen auch. Den alten Bennys auch. Hey, yo, das letzte Mal, er ist Arsch. Der Rai von mir. Hey, yo, Mann. Ey, Bro, du offroad ist zweit schon, ey. Biss ja lang, seit dem offroad fahren. Was ist denn offroading? Ey, mein Truck ist kaputt. Ich mach jetzt mal weiter hier, yo. Warum war das so klar, ey? Oh, nee. Hallo? Du hast alle Künstler angefangen, zu reparieren. Ich hab sie überhaupt nicht gesehen. Du hast alle Künstler angefangen, zu reparieren. Okay. Ich hab sie gerade nicht gesehen. Oder der Ding ist wieder wie frisch. Wenn man mal aufpassen, wenn ich jetzt einen Kratzer, wo drin hab, dann hätte ich das Ding schmeißen. Oh, nee. Oh, ich hab's noch nicht angemeldet. Egal, komm, wir mal später. Gibt wichtigere Sachen im Leben als anmelden. So ein Fahrzeug. So, auf geht's. Große Saarländer, danke nochmal dafür. Äh, der Bambuskater. Hi, Xio, das ist meine erste Spende. Bin jetzt seit drei Jahren schneller Zuschauer. Dankeschön. Freut mich sehr. Dein Gruß geht raus. An dich. Ja, Bambuskater. Was ein schöner Name. Einfach der Bambuskater. Ein sehr einfallsreicher Name. Das kann, also das kann heute ja nur noch was werden, ey. Das kann ja heute nur noch schief gehen, alles. Überlegt noch, soll ich den Spoiler dranlassen? Nee. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier reinkomme, ne? Zum Glück geht's jetzt. Es geht sich aus, ne? Ja, perfekt. So. Ach, Gott sei Dank ist das Ding jetzt da drin. So, Motor. Es kostet ja geil. Ist das fertig, Tim? Ja. Anbauteile hat der ja nicht, ne? Felgen lasse ich so. Scheibentönung, ich weiß nicht. Soll ich die... Ich glaube sogar, ich lasse die Scheibentönung. Ich finde, ohne sieht es besser aus. Das Coole ist, man sieht halt nicht, wer drin sitzt, aber ohne sieht es besser aus, finde ich. So, Xenon-Scheinwerfer rein und dann Lackierung. Wait a second. Ich schaue noch schnell wegen Lackierung. Das Blau sieht halt immer geil aus bei dem Wagen. Wenn man vielleicht irgendwas krank ist, was keiner fährt. Einen gelben Truck hat sicher keiner. Gold? Ja, ich weiß nicht. Gold muss nicht sein. Das hat sicher Bub gleich. Ein grüner Truck. Ah, passt nicht. Ein oranger Truck? Der KTM-Truck. Oh, das wäre doch cool. Ein Pink? Damit fangen wir halt auf mit Pink. Das ist halt... Rot ist halt so Cola-mäßig. Können wir uns vielleicht Black machen. Machen komplett Black. All Black Everything am Truck. Weil ich wollte letztens schon einen schwarzen Truck machen und bin nicht dazu gekommen. Also machen wir jetzt komplett schwarz. Boah, sieht das krank aus. Vielleicht da nochmal gucken. Schau mal, wer da kommt. Schau mir da rein. Oder Matt? Ne, Matt haben eh so viele. Ne, ich lasse mal komplett Black. So. Lackierung. Ist halt auch heftig, ne? Aber ich finde die Lackierung beim Geilsten. Ich weiß nicht. Ich feier's. So, Extras. Was ist hinten? Diese Koffer, ne? Ja, die will ich nicht. Gut. Ja, ich weiß nicht. Fenster, ich bin nicht so Fan von. Ich finde das cool, wenn man reingucken kann. Ich finde, das hat dann Kontrast. Sonst ist das komplett schwarz. Und die Fenster sehen dann richtig kackig aus. Ich finde, dieser weiß-schwarz Kontrast ist nice. Boah, Alter. Babawagen. Oh, jetzt sehe ich aber noch anmelden, das Ding. Boah, so heftig, der Teil. Da, ich bin froh, dass ich die Fenster nicht getönt habe. Jetzt kann ich hier auch schon durchgucken. Alter, heute machen ja alle... Das ist heute die ganzen 1 zu 7er jetzt in Schein machen, ne? 1 zu 7er machen jetzt in Lkw-Schein für das heute. Das wissen sie ja eigentlich gar nicht. Ist ja eh egal. Schau dir das an. Wie viele Trucks da jetzt sind. Ey, wenn es wirklich viele sind, wird das so lustig. Ja, das wird richtig lustig. Ich dachte schon, meine 40 steht hier noch irgendwo, aber ne. Howdy. Was geht ab? Servus. Howdy. Hello. So, was war jetzt das Kennzeichen vom Truck? Ich lag nicht, dort würde ich schon finden. Ah, Trucker. Ja, gut. Da habe ich tot. Das ist so ein Trucker. Aber schau dir das Ding an. Den Schwarz sieht da doch heftig aus. Und ohne die Fensterscheibe. Ich finde das extra 1er gut aus, findest du? Voila. Das habe ich jetzt nicht. Das hier? Mich stört es, was mich in der Sicht einschränkt, wenn ich rüber gucke. So kann ich viel mehr sehen, als so, ne. Ich finde, das ist so too much irgendwie. Ah, war der erste. Das war hinten die Dings. Ich finde es so perfekt. Sonst schränkt der mich in der Sicht so ein bisschen ein. Das mag ich nicht. Aber alter, alleine diese ganzen Lichter, die da dran sind. Ich habe da so Bock drauf, damit jetzt Scheiße zu bauen. Ich weiß nicht, was ist die ganzen Trucker? Ich habe hier noch einen Trucker. Wo ist da in C? Ich habe hier noch einen Trucker. 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 Oh, warte, ich brauche noch die... Ich schaue mir noch einen Trucker. Das muss mich in meinen Trucker anmelden. Ich schaue mir noch mal schnell an. Meine Bandana. Meine Gucci-Bandana. Ich frage mich, ob man Unterboden einbauen kann. Unterbodengeleuchtung. Das wäre doch... Oh, das habe ich doch gar nicht ausprobiert. Kann man in einen Truck einen Unterboden einbauen? Das wäre halt... Eine Sache, die, glaube ich, noch keiner gemacht hat. Oh, komm. Weil viele vielleicht nicht wissen, dass das geht. Aber vielleicht funktioniert es. Unterboden in einen Truck, Leute. Next Level. Oh, eine andere Hupe wäre geil. Oh, ja. Wir brauchen eine andere Hupe. Wir brauchen eine andere Hupe. Oder sowas in der Art, wirst du? Wir brauchen eine andere Hupe. So, wir nehmen da so einen... Ganz easy. Ja, sowas nehmen wir. Schau, einen rot sogar. Perfekt. Das nehmen wir. Jetzt sind wir richtig Trucker. und so werden wir heute unser überfall machen genau so und nicht anders auf geht die reise zu steigen einsteigen bitte wir transportieren gleich einen breakdance ja ich brauche eine andere ruhe ich brauche diese oder sowas in der art wirst du immer schön schauen ob das ja sind immer noch man kann mit richtig galben die ecke driften das passt das geht dies funktioniert und hier noch um die ecke ja also wenn du mit dem ding um die ecke möchtest einfach driften dann klappt das sonst schiebt da so komisch ich hab dich ja unser arm das soll jetzt nochmal die hupe einbauen genau das einzige was ich vergessen habe dann kann ich da eigentlich mach nochmal jetzt interessiert ob das funktioniert wie ich es mir vorstelle ja ja es ist halt die frage ob es funktioniert weil das ding gelbe licht auch drauf hat wird mir interessiert ob das funktioniert also auf die ramba drauf oh ich kann beides machen ich kann das ding anmachen und das ist das geil okay es funktioniert tatsächlich ja ich kann da so einen richtigen christbaum draus machen theoretisch ähm äh äh Alter das sieht so klein aus wenn das auf dem auto drauf ist guck mal wie klein die lightbar aussieht die da drauf ist das sieht halt echt mini aus sonst ist es immer so riesig guck mal die einen truck einbauen möchtest die lightbar hier die sonst die polizisten mal drin haben so ein bisschen zurück ne sieht jetzt kackig aus weil das ja gut oder vielleicht noch ne movia die sieht ja auch ja die sieht jetzt richtig klein aus gibt euch das wie klein das aussieht das ist wirklich die movia da so rein stellen ah ne das geht nicht sehe ich gerade ja gut das mag er nicht einfach hier in die mitte hin ne oder wait a second ich mach die einfach hier so oh warte 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 ja das ist ne ne wobei dann sieht man es ja nicht das licht ja das muss ich schon fast ja so machen ne sieht halt gackig aus sieht dann richtig gackig aus ne sieht kacke aus ne sieht kacke aus aber wir könnten das eigentlich mit allem so bestücken aber dann kriege ich richtig probleme mit werde ich angehalten und darf strafe zahlen für verbautes blaulicht im kfz äh im lkw ja wo seid ihr denn alle schwingler star aber wisst ihr was wir machen wir machen wir machen wir machen die front voll mit blitzern oder das wäre easy wenn wir die front voll mit blitzern machen so jetzt machen wir schon die hupe ein ähm hupe das nehm ich so das nehm ich gut und jetzt äh mal folgendes muss hier raus erstmal jawohl also wir machen vorne volle lightbar rein und schauen wie das aussieht einfach nur zum spicken die front blitzer genau die bauen wir mal vorne ein und wenn das jetzt gut aussieht lasse ich das sogar drin so äh warum bewegt sich mein truck so komisch habe ich irgendwas falsch gemacht ich hoffe mal nicht dann mal so dann von Melissa Hallo Jonas Ich hoffe das sieht dann noch was aus ist da irgendwas ah weil ich da drauf stehe irgendwo ok Blitze sehen halt so klein aus ne ah wobei ich hätte noch ne bessere Idee ich hab warte ich hab ne viel bessere Idee gerade bekommen so wir machen die Frontblitzer oder die Idee meines Lebens Leute ich hab grad die Idee meines Lebens bekommen so Frontblitze die machen wir woanders also die machen wir anders hin und zwar bestücke ich die so dass die ähm warte wenn ich das hier so mache dann kommt da der Dings rein ja warte 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 ich glaub das wird was muss nur gucken ob das ob der Plan so aufgibt ich mir den vorstelle gerade aber müsste ne warte ich mach das halt wieder falsch mein Gott Frontblitzer so Frontblitzer die muss ich um eins versetzt über tun so genau die sind jetzt um eins versetzt und dann nochmal um eins versetzt und dann ist fertig so wollte ich das machen weil dann sieht das aus wie so ne richtige Front voller Licht da genau so wollte ich das machen ey muss jetzt das Licht so blöd stehen ja so brauche ich die Eile dann mach ich da so ne richtige Form runter ja wo bist du ja wo bist du äh Gelände was ich komm auch rein äh und jetzt los mit dem also warte mhm mhm so oh ja das wirkt das wirkt das wirkt jetzt das wirkt jetzt das wirkt jetzt auch was weil davor sah das irgendwie komisch aus weil davor sah das irgendwie komisch aus jetzt mal unten ein bisschen das heißt wir machen nur noch unten die Reihe und dann ist fertig und zack und blutzen mhm so oder was zu so jetzt passt das Ding jetzt passt das Ding oder warte jetzt sieht da da was aus ey ja jetzt sieht's da was aus so ob das ob das zu viel ist ich weiß ja nicht Aber da ist Polizei, da muss ich aufpassen. Ich frage mich hier einfach mitten ein, wenn man jetzt immer frei ist, warum nicht? Wo ist denn der Stümpel, wo ist er denn? Ist das ein Auto? Sein könnte, dass er offen ist, der Wagen hätte, hätte, fahrrad, geht nicht. Wo ist er? In die andere Richtung, aber du bist halt weggerannt. Achso, perfekt. In die andere Richtung. Boah, aber das ist schon heftig. Sollen wir noch mal Lichter einbauen oder ist das dann zu viel? Sollen wir da vielleicht die komplette Dings hochziehen? Ach, weißt du was? Man lebt nur einmal im Leben, wir ziehen das durch. Das ist ein paar Schüsse. Am besten gegen so eine Wand fahren. Oh, oh, oh. So, der hat das jetzt gesehen, ne? So, gegen so eine Wand müsste ich fahren, dass ich dann ein bisschen nach oben ziehen kann, die LEDs, damit ich das besser sehen kann, das ist ja. Ja, hier so. Das passt. So. Hier kann ich viel besser arbeiten. So, Frontplitzer, ja. Oh, ich mach die komplette Dinge voll. Ich hab' da drin. Was seid ihr denn? Am Hauptplatz. Am Hauptplatz. Da sind auch am Hauptplatz. Ich hab' versucht Ben & Jerry's Cookies, extra Crimin-Egg und extra Cheesecakes zu verkaufen. Alter, das wird so hart aussehen, das Verlies. Alter, wie das aussieht, ey. Ich lieb's, ich lieb's jetzt schon. Und müssen wir jetzt auch so machen, hier oben, ne? Eigentlich, aber egal, komm. Ich lass jetzt mal so, sonst sieht das, wie ich das so ein bisschen halt. Das Ding hat halt mehr Blaulicht als jeder Wagen, Alter. Hahaha. Hahaha. Ganz dezentlich, danke. Was ist deinem Outfit? Ganz dezentlich eingebaut. Ganz dezent. Ich habe mir gedacht, ein paar LED's, dass man sich besser im Straßenverkehr sieht. Ey, Bruder! Können wir die LED's an? Er hat die Weihnachtsbeleuchtung mit. Wir haben jetzt schon die Cookies mit Actionplant. Look at this, dude. Oh, die Weihnachtsbeleuchtung. Ich habe es extraer, von der Charis mit Karamell. Was ist das denn? Wenn du meine Weihnachtsbeleuchtung hast, ist das so cool, oder? Wir haben jetzt nicht X-Mass, man. Ja, es ist so schön. X-Mass aber haben wir zimt, zimt und Kreme und Schür. Ein Zimtschnt. Ein Zimtschnt für die Karamell, das ist von der Karamell oder Kaus. Von der Karamell. Karamell kommt von der Kaus, das ist der Karamell. Ja, wir müssen uns noch ein Fehler machen jetzt hier, und wir müssen uns noch ein Fehler machen. Das ist ein guter Punkt. Wir holen uns mal den Anhänger. Der Anhänger müssen uns holen. Der Anhänger. Haha, wie kommt's? Wir wollen erst mal Anleger, Leute. Ja, auf geht's, Anleger besuchen! Na, auf geht's. Gute Nacht. 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 Wir sind in der Konvoi. Wir lassen ihn hier in die Tankstelle. Welche Tankstelle? Du, mit einer Weihnachtenbaum bist du nicht in der Konvoi. Ich weiß, wo es sei. Er will zu Tankstelle. Du musst 300 Kallonen rein tanken. Ja, das ist ein Tankstelle. Wir brauchen dann noch Bandannas. Ich kann keine Bandanne nehmen wegen meiner Bart. Das ist halt einfach mega das Ding. Die Unterbohrmählöcher. Stimmt, da war ja noch was. Das ist ein Ho-Monster noch. Die Unterbohrmählöcher Ho-Monster noch. Benzin-Kantister. Der ist voll. Ich will auch nicht dem Benzin-Kantister danken, Bruder. Jun, gar nicht so. Äh, jetzt müssen wir mal vorlesen hier. Äh. Wer war die gestern wieder? GTA-Steam von mir. Wieder 5 Euro von mir. Akkus stimmt. Marcel. Echte Trucker machen Chaos in L.A. Ja, danke Robert. Ja. Melanie. Ich hatte gestern Geburtstag. Bin 37 geworden. Oh, das hat alles gute Nachrichten. Melanie. Jetzt geht es dann auf die 40 zu. Jetzt geht es dann auf die 40 zu. Jaja, hast du noch ein paar Jahre. Oh, hast du noch ein paar Jahre. Dankeschön Melanie. So, auf geht's. Jungs, los geht's. Wie viele sind denn jetzt dabei? Ja, warte, 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 ich hole grad meinen LKW. Wir brauchen viele LKWs heute. LKW. LKW. Boah, du hast die Karte schon richtig in hart, Alter. Das hat sich drängen. Warum ist deine LKW so schnell? Wir haben schon mal getunt. Á, ich hab getunt. Meine, sind auch getunt, aber nichts zu schnell wie dein, eher. Wir haben, noch time. Wir haben die Blauerlichkeit. Wegen dem blauen Licht. Ich weiß auch nicht, warum er so schnell ist. Aber so schützt er das auch nicht. Was ist hier? Wagen gerade an die Haare. Ja Liam, kannst du machen. Wenn du willst. Die LKW-Fahrer kommen! Kann auch dabei sein, wenn du magst. Ist egal. Na, mach nur. Alles gut. Okay. Du weißt, warum ich so langsam bin. Ich hab die Frau im Auto. Ja. Ich hab die Frau im Auto. Ist deine Frau so schwer oder was? Die Arme. Erstmal gemobbt werden. Ich hab die Frau im Auto. So, das hab ich so langsam. Da sind wir. So, holen wir uns mal unsere Sachen ab. Ja man, das ist drin. Aua! Hör mal Auftrag. Äh... Fracht. Ich hab meine Anhänger. Weil du nur aufpasst, das finde ich alle gleichzeitig der Anhänger raus. So, das ist mein Problem. Ja, alles gut. Mach du die Anhänger. Alles gut. Mach du die Anhänger. Mach du die Anhänger. Ich mach den 1st. Sorry, ich hab den 1st Anhänger. Englisch da. 1st Anhänger von Anger Angers. Da kommt noch ein paar dazu dann. Das wird lustig. Und mit dem richtigen Konvoi heute. Was hab ich für einen Anhänger? Ja. Das neckt jetzt nicht mein. Ne. Ja, ich hab den gelben. Ich hab den Cluckingbell. Ja. Ey, bin ich froh, dass ich den gelben Anhänger bekommen hab jetzt. Mag den nämlich. Ah. Ey, bin ich froh, dass ich den gelben Anhänger bekommen hab jetzt. Mag den nämlich. Cluckingbell. Passt richtig dazu jetzt. Okay, komm. Können wir grad so einen Autotransporter Anhänger bekommen. Und der ist leichter Anhänger, ist das Gute. Hey, sag mir dann, wenn du fertig bist, man. Wenn ich schon fertig. 110% Miet steht drauf. Ja, das ist doch mal geil. 110% Miet. Lack. Ja, aber das ist jetzt Lack von YouTube. Nicht durch mich. Ne, nicht der Router, Leute. Mich haut's nicht raus. Das ist, äh, YouTube, die euch raushauen. Einfach mal Reload probieren. Ne, Router hab ich vorm Stream gestartet. Kann heute gar nicht mit mir liegen. Alles auf grün. Bei mir ist heute alles auf green. Also wenn dann auch YouTube wieder mal was rein da. Für euch. Wieder so ein kleines Geschenk von YouTube an euch, Leute. Router, mach den Motor aus. Ich hab hier, ich hab, ich hab mein Milk LKW, hab ich mir Milk Anhänger geholt. Ist denn jetzt alle ready? Wir brauchen noch Anhänger. Achso. Ich hab hier nochmal einen Milk Anhänger. Einen Milk Anhänger. Ich hab ganz viel Platz für die Autos. Ja, der lag was von YouTube. Nicht durch mich tatsächlich. Diesmal. Danke YouTube. Danke. Danke YouTube für eure stabilen Server. Ja. Danke. Danke. Ja. Sondern wir an die Dachswahl, denn auf dich. Moment, soll ich den ganzen Tag so reden? Das ist echt schrecklich. Ja. Wäre nicht schlecht, ja. Ich würd mich auch dran beteiligen. Ich komm auch gleich mit nem LKW runter. Oh, perfekt. Da haben wir genug LKWs um Tue zu bauen. Ich muss aber nicht als Cowboy einziehen. Aber ich müsste meine Zugmaschinen noch tunen. Nein. Die Säben Uhr vor ich mich nicht. Im Moment hatte ich das Gefühl, ich wäre nach Texas ausgewandert. Aufpassen Polizei. Aber Britten wird Texas. Aber Britten wird Texas. Warte, ich verarsch den mal mit der Sirene. Ja. Kollege, kannst du nicht um die Tor verfahren? Wollen wir jetzt einen Treffpunkt nehmen, ne? Eigentlich haben wir ein Klack herunten. Ja, aber jetzt ist der Polizei da ein bisschen blöd. Ja, lass mal, lass mal ich so Palito hochfahren. Ja. Also brauchen wir auf jeden Fall einen Anhänger dran, oder wie? Ja, sicher. Was ist mit Maske, Bruder? Ja, müsst ihr noch holen, das stimmt. Müssen wir noch holen. Also für alle, die keine Maske haben will, tragen Bandanas. Was? Okay, wir fahren, äh, zum Strand, oder? Oh, die Scheiße. Ist am besten, glaub ich, wenn wir fahren. Positiv, ja. Oh, der muss die Katze reinlassen. Uiuiui. Stimmt nur. Was geht mit dem ab, Alter? Wööööhööö. Auf geht's, Leute. Positiv, MACHINE. Bis später. 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 Also wir sollten zum Strand runterfahren erstmal wegen der Maske. Jaja ich hab schon den Navig dran. Oder schnell Hauptplatz. Geht auch. Wäre schneller. Der ist mit Blastestack. Ja ist doch egal. Umso lustiger ist es doch dachte ich mir. Komm lass auf Platz. Ja dann lass auf Platz. Die Sirene da drin. Ja das bin echt mit Clocking Bell. Und dein Truck fährt wirklich schnell. Keine Ahnung wo das liegt ohne so schnell ist. Wir haben die Kurve fließt mit dem Ding. Hahaha. Hahaha. Wie ich damit einfach drifte. Alter wie geil ist das? Ich kann damit wirklich driften mit dem Anhänger hinten drauf. Die Klocken bell. Die Klocken bellen. Die Klocken muss ich weit weg. Wie ist das so schnell? Ja ja. Wie ist das so schnell? Wir drücken in die Gauw. Wie ist das immer Drift? Alter das ist knapp. Hahaha. Der Koppe. Hahaha. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Hallo. 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 Sie stehen ein bisschen schlecht, der Herr. Hier sind einige Parkplätze. Das ist kein Parkplatz für LKW. Für den Trucker. Na gut, sie passen halt nicht ganz hin. Na gut, dann holst mich einen anderen Parkplatz. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir passen da nicht ganz hin. Das ist eine Idee, wo ich mich in Parken habe. Ich werde bei hier hin. Hier passen wir nicht hin. Hey, yo, Mann. Ari, der hat gesagt, ich pass noch nicht hin. Jetzt haben wir mich einfach hier hingeparkt. Du kannst, du kannst, du kannst. Du stehst im Halter verbaut. Da hast du jetzt alles, ja, ne? Ich habe meine Maske. Ich habe meine Maske, perfekt. Ich kann es gar nicht mehr aus, was jetzt los ist. Ja. Bruder, we fahren wir ein bisschen in die andere Richtung. Fahren wir jetzt nach Paleto Bay? Ja, wir fahren nach Paleto. Warte, wir können noch mal zur Hauptplatz machen. Was zum Teufel? Der Armin. Denkst du gar nicht so. Ach du musst jetzt zurückfahren. Warte wir warten hier auf dich auf der Highway. Ja alles gut. Hey Mann. Sorry Bruder. Das ist ein riesiger Crash. Crash Bandicoot. Das ist einfach zu blöd. Grafnix, danke für 1,07 Euro. Magalum LQ gefahren ist doch Sporttransport. Ein Komma verändert einen Satz. Du bist auch Sporttransport. Oh mein Gott. Vollkommen. Zum Beispiel ich esse ein Brot oder ich esse ein Komma. Was? Zum Beispiel ich esse ein Brot oder ich esse ein Komma? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Du hast mich gerade so gerippt damit. Mit diesem Witz. Was mir eingefallen ist. Der Witz ist, dass das einfach Komma da steht. Mein Gott. Alter. Danke Marc und der Lump. Das hat wieder gebraucht eine Stunde. Aber vielen, vielen Dank. Wir hauen mal Nitro rein oder? Wir hauen mal eine Runde Nitro rein. Leute. Alle mal ein Like da lassen wenn wir Nitro rein wuppeln sollen. Hau mal ein Like raus hier. Oh mein Gott. Echte LKW Fahrer mit echt Nitro. So ein bisschen hier. Na komm. Sobald ich die Höchstgeschwähigkeit erreicht habe, haue ich Nitro rein. Aber es war ein Witz. Ein Witz. Ein Witz. Dann schau dass ich berg runter wieder fahre. Aber er ist so langsam weil er den Anhänger hat er so schwer. Es stimmt das ist er langsamer. So aufpassen Leute. Gleich wird es da oben raus schalern sag ich euch. So 3, 2, 1 und jetzt. Ja. Alter wie geil. Wie geil. Wie geil. Wie geil war das denn. Der Bruder hat es gerade noch. Das war ziemlich verschwächt. Ja ich hab du ein Tender zu. Holla. Hey die 5G ist überfallen. Die fährst du nicht schneller oder bist du nicht schneller? Ja. Ich hab ein Tender zu 100 gemacht. Hast du nicht dran gemacht? Ja. Ja. Das war ja auch nicht so schwer oder was? Nein. Was? 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 Hey, yo, man, Wolfie, calm her head. They've been on the way. Loser. Die war Stress, Alter, schau was. Die Stress schiefen, schau was. Mal richtig hops nehmen. Hey, he lost him, I'm bound. I lost him, I lost him. He lost him. Hey, gh, is he a biker? Yeah. I'm old, this biker. It's one biker. Oh, it's one biker, oh. Ihr habt das schon gewonnen. Was wollen Sie? Die Flammen haben eine Waffe, die sind gewonnen. Die sind bewaffnet worden. Wie gesagt, ich bin nicht so gut, hier habe ich längst am Strz. Wir machen den Wettbewerb. Wir müssen den Wettbewerb. Wir müssen den Wettbewerb. Mal return, return, return. Wie soll bist du das return? Ja, ein double return. Also noch mal return. Ein Elefanten drin, ja. Warte, wir warten mal vorne zusammen. Wir warten hier wie California, girl. Ist der vierte Truck? Ja, ich bin jetzt da bei der... Ja, hinter, ich sehe ja. Wir sind so mad, Alter. Wir sollten vielleicht mal warten, dass die anderen aufhören. In der Back. So ein bisschen langsamer. So wie gesagt, mein Truck geht 100 maximal. Machen du das? Ja, der Anhänger ist zu schwer. Jetzt bin ich hinter. Ja. Wollen die dann. Man. Keine Ahnung, die sind aufhören, die waren mit Waffen ausgestiegen. Ich bin die zusammengefallen. Wollen ich teilweise kann von da, Leute. Ich habe diese Probleme, ich hatte wieder Probleme. Ich konnte auch wieder aussteigen. Doch, meine Tonks sind die 1st leer. Ich habe diese Probleme. Aber hier sind unsere Tonks auch wieder aussteigen. Ich bin eigentlich zum Context drin, dann muss ich raussteigen. Oder an die Parkplast, man. Ich bin amят. Wer ist die schnellste? Wer ist die schnellste? Let's, let's lucky lucky. Was soll ich sie abziehen? Auf welcher Höhe seid ihr? Ey, die haben sich verstärkert, man. Es sind vier Leute. Das ist mir so lustig, wenn die zwei gleich kommen. Schau, wie sie nachfahren, die sind so mad, Alter. Weil ich sie richtig provoziert habe ohne Grund. Ich habe gerade wirklich Stress ohne Grund gemacht. Das wird lustig jetzt. Ich bringe mich in die Zugmaschine und komm mit. Mein Tank ist gleich leer. Das ist natürlich gleich leer, ja. Oh, Jungs, mein Tank ist gleich leer. Ja, meine auch. Ja, klar, nur zu fahren an die Klasse. Wir haben noch 90 Yards dorthin, man. 90 Yards. Ich habe zur Not auch noch keines dabei. Wir haben einen Tank, ja. Also mehr als einen. Das ist dann, dass ihr irgendwie verfolgt werdet. Positiv? Ah, wo genau war es jetzt? Ich habe eine Tank. Schau, schau, wie sie kommen. Hahaha. Es werden gleich sie auch gehost. Schau, ich gehe jetzt ganz gechillt tanken hier. Ich meine, mit Zapfsäule geht irgendwie nicht. Ah, jetzt. Ich habe kurz Tank. Ich habe das Gefühl, ich meine, jetzt geht's. Okay. Hat schon meine Zapfsäule kaputt gegangen. Jetzt wird's lustig. Wartet, sie muss dann auch noch. Ich hole mir nur schon einen 9. Oh, bitte Warnblinker aus. Ja, wir müssen die anhaben. Weil wir echte Trucker sind. Echte Trucker haben Warnblinker. Dauer. Ah. Ja. Jetzt machen sie gar nichts mehr. Hey, how are you coming, man? Howdy. Was sollten das denn auf der Autobahn? Dauer. Die Warnblinker sind. Alle verliebt vom Parkplatz rauf, sofort! Alle rauf! So, umweg. Komm, Meier, ja, wir hier. Ein Gang kriegt sich ein Biker? Ihr habt meine Waffe da noch nicht mal aufs Gesicht gerichtet. Alles gut, alles gut, wir sind noch Trackers. Wir wollten sehen nicht, aber wir wollten einen Platz machen für die Tracks. Und sie sind immer näher gekommen, und dann dachte ich, okay, wir fahren mit den Trackers. Ihr habt uns so deftlich weggerammt, das war echt fast... So, wir sind auf Pass, wir sind auf Trackers, die sind auf und die sind auf, aber die sind auf Pass, die sind auf und die sind auf. Ich hab keine Probleme mit den Tracks. Deswegen sind wir euch hinterhergefahren, um das zu klären, wir wollten eigentlich gar nicht. Ja, wir wollten hier, wir wollten hier resten, wo wir keinen Tonk melden können, wenn wir da stehen, wir keinen Tonk melden können. Mein Kleiner, die Brüssel, wenn der... Sie müssen wissen, wenn der Track anfangen, müssen ganz viel Benzin und Sprit einfügen. Der ist der Track wieder weg von der Flag. Muss ich schon herfahren, bis zu der nächsten Tonk stellen. Alles gut, Jungs, wir können keine Anpissen. Alles gut. Alles gut, Jungs, alles gut. Alles gut. Wir passen besser. Natürlich, aber fallen sich zu dicht an der Track ran. Mein Track braucht 50 Meter zu bremsen. Und ob das ist besser zu bremsen, als zu bremsen. Ja, mit meinem Anhänger, ich wollte einfach nur überholen. Du bist ja über zwei Schöne und der Schleuder, ob du es gleich dein Anhänger verlierst. Ja, Jungs, wir wollen Platz machen, weil wir Schwerdanspult haben. Schwerdanspult anhängen mit mehreren Anhängern. In der Anhängergruppe. Ich will Platz haben für die Gruppe. Bisschen Anhängerklick. Passt ein bisschen besser auf. Ja, wir passen besser auf, natürlich. Wir passen viel besser auf. Kein Problem. Wenn du ein EKW über so einen Wagen rüberreut oder so, das klappt dann nix für viel über. Ja, haben sie schon recht, haben sie schon recht. Oh, kommt schon die Polizei. Schafft diese schweigen uns da, wegen der Trucks. Hier ist alles cool. Fahrt vorsichtiger, weil ihr habt schwere Fahrzeuge, damit könnt ihr einen richtig verletzen. Alles klar, wir werden vorsichtiger fahren, kein Problem. Ich wünsche euch noch schönen Tag, Caudi. Danke. Ich kippe an uns. Wie sollst du in die Tankstelle fahren? hier fahren wir's nächstes. Ich dachte wir warten hier jetzt. Dann warten wir hier. Oh nein mein Anhänger! Nein! Mein Anhänger hat sich abgeklinkt. Das ist der Sound der Spende. Das geht aus dem Aussehen. Soll ich da rein fahren? So mit dem Retourgang? Was geht sich doch aus? Ein Park lange Profi direkt auf der Linie. Jetzt warten wir mal bis wir alle zusammen sind. So wie der Plan aussieht. Sollten wir einen fitten Plan machen. Das ist ein Truck. Davon, Fascher Boots achten. Das ist ein Truck mit Fascher Boots. Ich glaube das ist eine Sprache. Es ist ein Truck mit Fascher Boots. Beziehungsweise jetzt beide wisst ihr es noch nicht. Ja, was denn? Zwei Leute von den Balken haben von uns die Waffen gekauft und haben sich an Zivilisten weiterverkauft und Ex-Richter und so weiter. Ah, ich weiß an wen, ich weiß an wen. Neumann. Ach ne, okay, Ex-Richter. Ne, du hast ein Eibe gemeint. Ja, ja, ich dachte ein Eibe, der wollte sowas aufbauen. Auch wieder ein neues Cowboy. Ah, okay, gut, das heißt die haben sowas gemacht. Ja, super. Mhm. Mhm. Wir haben ganz schön Kohle mit unseren Sachen gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Gut zu wissen. So, wieviel sind wir jetzt, wieviel Trucks haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier... Fünf. Aber wenn wir sowas durchziehen wollen mit Trucks, dann wäre das richtig lustig. Je mehr wir haben, desto lustiger wird's. Ja. Ich werde mir grad jetzt mal den gelben Anhänger ganz schnell Snackchen befahren. Ja, da bist du schneller. Eben, ja. Ah, Polizei. Aber Trucking? Äh, äh. Das waren die Cops, die haben nur nix gemacht. Wir sind ganz legale Trucker. Ja. Das ist normal so. Hatten auch letztens ein Trucker-Treffen am Hauptplatz, haben die auch voll rum gemacht. Perfekt. Ja, der echte Chicken-Anhänger. Ja. Und zwei Chicken-Lieferungen gemacht. Geil. Boah, Alter, der sieht ja mal mega aus der LKW dahinter, der Volvo. Dann. Äh, ich halte mich hier bei dir. Wie so ein Pinguin. Bis dann. Boah. Aber das ist so ein richtiger Trucker-Treffpunkt hier. Oder was? Soll ich den aufmachen? Willst du einschreiten? Will mal Probe fahren, ja? Ja. Ist der langsamer? Ja, mit Anhänger 110 bis 120. So ein bisschen, ja. Aber fast gleich. Cool. Da ist ja richtig viel Platz drin. Da ist ja richtig viel Platz hinten drin, wenn du reinguckst. Ja, ja. Und ein richtiges Bett und alles. Kleine Wohnungen halt, ne? Ja, geil. Ja gut, haben wir auch, aber auch nicht so schön, so schick wie bei dir. Nicht so groß, ne? Vor allen Dingen. Ja, riesig. Richtige Wohnung, Alter. Ja. Eine Zimmerwohnung. Der zweite Zimmer. Also der Crop-Holt glaube ich gerade versteigt von der Her. Ja, wir haben auch richtig krass kriminell gerade hier was gemacht. Aber passt, wir schauen, was sie machen. Die Hälfte von uns ist maskiert da rum. Ach so. Mhm. Wenn wir ja richtige Trucker sind. Mhm. Ich habe keine Maske auf. Ich habe Tuch auf, dass ich nicht rauche, einatme von LKW. Guten Abend. Back. Servus. Audi. Müsst du sie mal bitten, die Maske abzunehmen in der Öffentlichkeit? Das ist eigentlich keine Maske. Das habe ich für Staubschutz für LKW, weil ich fahre den ganzen Tag. Es geht nicht weg in meinem Hut. Schauen sie doch. Ich marsch mit erst mal hier. So sieht doch gut aus. Sehen sie das? Das ist doch perfekt. Was ist das perfekt? Das macht ihr noch? Ja, jetzt ihr Gesicht. Ja, sehen sie den Hut nicht oder? Doch, ich sehe den. Ja, das sieht ja furchtbar aus. Das geht ja nicht. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe eine 52 Kaliber. Ich habe eine 52 Kaliber. 50 wäre ein bisschen heftig für den Rücken. Ich habe eine 52 Kaliber. Ich habe eine 52 Kaliber. Ich habe eine 52 Kaliber. Das ist richtig, richtig heftig. Das ist mit den Rücken. Ich habe eine Ranch. Ich habe eine Ranch. Ich habe eine Ranch. Ich habe eine Ranch. Ich habe eine 50 Kaliber geschossen. Mit einer 50 Kaliber. Ich muss sie sagen. Ich habe eine 50 Kaliber geschossen. Ich habe eine 50 Kaliber gegessen. Ich habe eine 50 Klinge für ihn gegessen. Ich habe eine 50 Kaliber geschossen. Und ich habe einen Shot Shot und ich habe eine 50 Kaliber geschossen. Ich hatte eine прок donnéériere. Eineimated�erasen die balls zu schießen. Der Christ in einer illegalen Kaliber geschossen hat. Ich habe eine thats rumors mit den Focken gegessen. Dass die 50 Kaliber geschossen hat. Derinde ist eine 50 Kaliber. H raid Only diese 50 Kaliber. Es gibt einen Five STA genびessen. Oh, dass wir einfach trafficieren wollen. Wie viele Shappen schießen? Der sang einen 다 commentaires. 에서도 Was �ころgen die 50 Kaliber. Wenn sie mit der 50er raufschießen, dann ist nicht mehr viel zu essen übrig. Kann ich die Maske wieder aufziehen? Ich hab auf den Fox geschossen und ich kann den Fox auf den Fox geraten und dann mit dem Chicken wegessen. Ich habe heute auch einen Chicken Transport, wie sie sehen können, wie ein Chicken Bell. 110% Meat. Ja. Das ist ein Alabama-Chicken. Der Chicken und Meat ist nicht unbedingt das selbe. Ich liebe große Chicks. Liegen sie auch große Chicks? Sie haben auch große Chicks, ja. Dicke Chicks, ne? Ja, nicht unbedingt. Was machen sie jetzt hier? Die haben sie einen Chicken zu Hause. Ich hab einen riesen Chicken zu Hause. Ich hab so viele Chicken, also wenn sie Chicken brauchen, kommen sie mich an. Einfach ankommen, können sie mal Chicken holen bei mir. Ich hab große Chicken, kleine Chicken, mittlere Chicken. Chicken Nuggets. Cookie Sand, Cream, mit extra Oreo und extra Egg für Easter Egg. Pff, nein. Wir kennen das noch nicht mit Crunch und Oreo und jetzt haben wir auch noch neu mit Caramel, extra Cookie und Crunch. Hier ist ein Milk-Barre, macht ein Milk-Barre von der Cook & Cream. Daft... extra Dough. Okay. Von der Egg-Dack-Carradons. Von McDonald's. Und Humbrits und Cookies und Beef. Und Cookies und Beef. Ah, sie sollen den Laden aufmachen. Sie sehen das von der Dark-Dim-Adons, von der Dick-Dick-Dim-Adons. Und der Cookies und Beef. Ich glaube, wenn die Leute sie besser verstehen könnten, dann würden sie ihnen alles abkaufen. Jolais, hörst du die Kalking-Belle? 110% Meat? Ja, das seh ich. Also ich mach sie jetzt mal, ne? Ich muss die Katze reinlassen, warte mal. Ich bin gleich wieder da, ich musste ganz schön auf der Lab, ich bin gleich wieder da. Ich musste ganz schön einen Stuhlgang absolvieren. Ich weiß, komm. Excuse me. Es ist ihr, Adi! Scheiße, was ist los? Ich bin gleich wieder da, Leute, ich musste ganz schön die Katze reinlassen. Wirklich gleich wieder da, Afka? Und die eine Katze schaut mich an, wie ein Auto ist. Wahrscheinlich ist alles gut, es ist so still. Alter, Bruder. Ja, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ach so, bin wieder da, sorry. War echt nur kurz? Ja. Ich fahr jetzt vom Haufen aus. Das ist halt, dass der Wagen, dass der Wagen zu ist. So schade. Das ist ein Neelfeld mit 110% Miet. Correctly, correctly. Ich lerne schnell. Ja, müssen Sie den Pick-up holen. Schönen Abend. Passen Sie auf sich auf. Audi. Mit einem 20-Tall-Rifen. Der war ja ganz nett. Einer kommt noch. Einer kommt noch und dann geht's los, ne? Der Bruder, der hätte sich gewünscht, dass er nie mehr hergekommen hätte. Schau mal, wie er geht, schau. Er hat immer keine Lust mehr. Er steht so, ja, guten Abend noch. Er wollte mich schon fünfmal unterbrechen, aber ich hab gesagt, nee. Und dann hab ich ihm noch weitererzählt von Pudding & Extra Cheesecake & Cookies & Creme. Ich hab jetzt noch nie was erzählt vom Pick-up-Truck. Er soll sich ein Pick-up kaufen, weil er dann Nilpett mitnehmen kann. Also, okay, schönen Abend noch. Ach so, äh, mal kaputt. Ja. Noch was, was ich noch nicht wüsste. Sie ist so weiter. Der letzte Familienmitglied von uns gegangen, der Niklas. Der hat sich gestern selber das Leben genommen, weil er damit nicht klar gekommen ist, dass seine Ex-Freundin, die Hayley, mit dem Gibi, was sein Bruder ist, zusammen ist. Entschuldigung, ich finde das ist eigentlich nicht lustig, aber ich finde das gerade so dumm, weil ich gerade Niklas wäre. Ja. Das hat er nicht verkraftet, dann hat er gestern eine Verfolgung gehabt mit dem Motorrad. Und dann ist er mit 300 Frontal in den LKW rein. Entschuldigung, das ist so dumm einfach. Erst Kate verstorben, dann ist Jacob ausgereist. Ich sag einfach nichts dazu. Ich lass das so im Raum stehen. Und Dolor hat ein Blatt bekommen. Genau, Dolor hat ein Blatt bekommen. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist doch, dass sie die Koffer packen legen. Ach so, da wusste ich nicht. Es ist einfach dieser Themenwechsel gerade. Einfach zu sowas. Dieser Themenwechsel. Das tut mir so leid. Leider, leider. Wobei er dazu sagen muss, dass der Koffer ist. Oh, hör mir auf, Alter. Ich dachte mir so, wer ist Niklas? Es tut mir so leid, Alter. Ich weiß gerade nicht, wer Niklas ist. Nee, Alter, sorry. Ich friss einfach meine Fresse halt. So zu sein, das ist für ein peinlicher Moment, ey. Ich hab Tränen in den Augen. Ja, hoffen du. Morgen um 21 Uhr ist die Beerdigung von der Kate nur für F105. Es ist nicht lustig, es tut mir so leid. Servus, Aaron. Na, Aaron? Was für ein Niklas. Schöne Grüße von Rhyme. Er ist mit dem Motorrad gegengefahren. Ich bin schon mal wascht. Nee, hör mir auf, du. Na, alles gut. Wie gesagt, soll es nochmal vorkommen, gibt es ein lebenslanges Waffenverbot für euch. Ui. Passt. Warte. Wie nett und Smooth hat das gerade gesagt. Ich wollte eigentlich sagen, greißen, das soll aber nicht aufhalten. Das ist halt echt fies, ne? Waffenverbot für Biker, Alter. Dann mit Spritzpistole. Ich komme mit so einem Gartenschlauch. Dann hätte er mir beim Vorbeifahren am Highway jetzt so ein bisschen die Reifen putzen können. Ich komme mit so einem Gartenschlauch. Nein, ich habe das jetzt eh nicht gefunden. Du kannst eh nichts sagen. Drei Seiten mit der Glocke da gestanden und einer mit abgeschickt. Da habe ich mir gedacht, wie putzig ist denn das jetzt bitte? Ja, das war echt putzig. Das ist schon fast wieder süß. Boah, aber die waren aber auch selten doof, ne? Der Bruder, der hat sich auf dem Highway vor mich rein. Nein, ich fahre dort noch 150 mit dem 15-Dommer, Alter. Und er stellt sich mit seinem Königseck vorn hin. Und erwartet sich, dass ich bremse, Alter. Ja, wo ist denn jetzt eigentlich der Typ, was ist denn mit seinem Truck? Wer kommt denn jetzt von uns noch da? Weil ich doch mal kurz drauf. Auf einmal ist das wohl ja keiner, ne? Ja. Ja, war da gerade noch eben einer unten am Saubladen? Ah, der Jason ist kurz vornherfen gegangen. Ah, okay. Gut. Oder immer das Warten, immer das Warten. Ja, sonst können wir auch zum Hauptplatz erstmal fahren, du bist nie runter wieder. Weil ich habe ja eigentlich Treffpunkt gewesen, weil das so lange dauert. Dann können wir ja eh weiter fahren. Ne, warte, das haben wir nicht wo der Bauern eben gegangen ist. Ja, pff, ist ja geil. Ja, wir haben aber eben noch unten, da haben wir ab. Er soll sich mailen. Dann fahren wir runter fahren. Dann fahren wir runter, ja. So, ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen schneller zumindest. Ja, nicht schade, ey. Ja, sag mal, kann man Unterbolbeleuchter einbauen in die Kiste? Negativ. Oh, schade. Da haben wir schon zweimal 100% meet vom Clocking Bell. Ich wollte gerade sagen, wie geil wäre, wenn wir alle den gleichen Anhänger hätten. Alle den Clocking Bell Anhänger. Ey, warte, jetzt fahren wir mal zurück zur Clocking Bell. Vielleicht ist einer noch da. Das umdrehen. Ja, cool. Ich finde die Variation schon cool. Ach du, Hackshared aus. Hackshared aus. Hackshared aus. Nö, kein Anhänger. Da ist ein Pisswasser Anhänger. Da bleib ich lieber von meinen Picks. Ey, du sollst vielleicht den roten Anhänger wegtun. Ich weiß. Weil der schwer ist. Weil da sind auch zwei. Ja, da hat er Pisswasser Anhänger. Ich meine, den anderen würde ich nehmen, weil der kann explodieren. Ja, den würde ich auch nicht nehmen. Ja, warten wir hier mal auf rechts ran. Bruder. 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 Bruder von meiner anderen Mutter. So. Dankeschön an. Ähm. Wo bin ich halt... Genau. Wo bin ich stehen geblieben? Okay, wir können weiter. Na, die Kuhle bitte. Na. Zwei Leute, die nicht vorne gehen. Von Neo. Zwei Potato. Ach komm, wir sind doch gute Fahrer. Vorher nochmal. Wenn du beim Bankhop entkommst, gebe ich dir zwei... Ach, wir werden da schon planen, dass ich hier entkommen. Die letzten mal richtig gut. Sebastian Hofer. Hi, Xumi. Geht's dir sehr gut auf die Augen. Danke an... Vielleicht zwar eh besser. An King Grimm 01 fürs VP werden. Michael Kobalt. Mach Felgen schwarz oder weiß. Geht bei den Felgen hier leider nicht. Die sind leider so, wie sie sind. Setz deinen Cowboy-Hut auf. Strugger-Hut. Hammer schon, Gott sei Dank. Thorsten Balko. Hi, Kurdel. Hoodie und Tasse zum Weihnachtstag von meiner Frau Diana bekommen. Kannst du bitte grüßen? Oh, Diana grüße ich. Natürlich. Sehr gerne. Ich glaube, die kenne ich sogar, die Diana. Die hat auch öfter schon mal donated hier, glaube ich. Wo ich immer Diana gesagt habe. Katie, 12.05, danke für einen Euro. Dann White Man in Paris. Dankeschön für einen Euro. Moin. Jetzt verstehe ich erst diese Anspielung. Okay. Wer kennt den Track? Jeder kennt das Lied, glaube ich. Moin. Kannst du mich grüßen? Und eine Frage. Woher habt ihr die Kinderfahrzeug von Karl-Heinz den mal irgendwann mal gekauft? Vor, ich glaube, ein paar Monaten haben wir da mal ein Pack gekauft. Ich darfst mal ein Pack kaufen. Ja, die Nater. 5000. Immer wieder unterhaltsam. Das Stream ist weiter so. Also sieben Dankeschön für den Zwanni. Äh, seid ihr jetzt alle bereit, oder? Ja, jetzt. Ich bin gerade auf dem Weg. Achso, ne, weil wir sind jetzt in Palito. Ja, ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Ja, aber wo bist du gerade? Äh, gerade von Pauna wieder. Ich bin noch im Hafen. Ja, die kommen jetzt zu dir. Wir fahren dir entgegen. Äh, East Highway. Äh, East Highway. Äh, East Highway. Äh, East Highway. Äh, auch fast da vorne, äh, ist ein, ja, LKW, äh, komisch. Also bei mir zumindest. Ah, da vorne ist ein Clucking-Böll-Anhänger. So, äh, Katie, danke fürs 4P-Wern. Ja, in Bezirk, 519. Ach, auf dem 3-Sum. Real-Life-Air. Krieg zwischen Bike und 1-2-7. Ja, das hört sich gerade... Ja, mein Next Level. Wir überfallen ihn und sagen, gib uns den Anhänger. Gerade hört sich schlecht an, weil die weiterverkauft haben unsere Sachen. Genau, Anhänger-Clown. Ja. Über Außerfunk. Ich schalte das mal an, wie wir hier fahren, Alter. Das ist die richtige Trucker-Partie. Okay, dann heißt es nur noch ausstatten und dann rein in die Bank. Müssen wir noch einen Plan fertig machen, aber den machen wir easy. Dann parkt man das alles zu und dann schau mal, wie das mit den Trucks wegkommt. Aber ich hätte sogar eine Idee. Müssen wir aber testen, ob das klappt. Ich hätte eine richtig gute Idee gerade. Die habe ich beim Fernseher gesehen. Aber da müssen die Leute draufstehen können. Können Leute auf dem Anhänger draufstehen, ohne dass sie hinfallen? Weil dann kann es funktionieren. Muss mal probieren. Muss mal probieren, ob das klappt. So, Justin Gamer liege mit 40 Grad Fieber im Bett und fühle mich nicht gut. Also die fühle mich gut, weil du streamst. Dankeschön. A la Justin aus Oberösterreich. 1 zu 7 in den Chat. Die 1 zu 7 Trucker-Bundit. Danke Stefan aus Oberösterreich. Ja! Danke! Das heißt, Robert heißt wirklich Stefan. Vielleicht auch mal kurz von Gas runter gehen, dass wir aufschließen können. Geht weg. Alter, vielen Dank! Perfekt. Der haut immer raus. Er ist eine ganze Chat voller 1 zu 7, so muss das. Aber Justin Gamer hat auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg, dass du bald wieder gesund wirst. Was bald gesund werden. Gesund werden. Gesund werden. Als benachteilig, wann es für die Bewegungsphase ankommt, wieder vor Ort. Dankeschön. Wie läuft er? Die sagt man halt nie alt, ne? Alter, das sind auch gerade 21 Euro. Vielen, vielen Dank. Für 23 Euro Hündchen. Und der Mauker Bauke. Mauker Bauke, was wir da haben. Als erstes, ich hätte kurze Frage. Könntest du bitte mal die Spielzeugautos von Karl Heinz? Geht die Tuning-Chip ausstatten und mal Probe fahren. Alter, das müssen wir mal in den Atmosphere machen. Der Tuning-Chip geht ja voll ab und dann das noch dazu. Alter, das geht ab. Noch nicht probiert, aber werden wir auf jeden Fall mal probieren. Dann müssen die Autos ja 1000 kmh oder sowas fahren. Och nee, muss die Katze rauslassen. Muss ganz kurz rechts ran fahren. Ich hab glaube ich ne Katze bei mir im Elk hab. Ich muss die rauslassen. Mir haut mich ja grad voll. Da war so klar, dass er mit rauf fährt. Warte ich. Jawoll. Ihr habt ihr nicht berührt bei mir. Okay. Okay. So blöde, das war's. Das war halt die geilste für Verfolgung. Kann man eigentlich in Anhänger während der Fahrt abkoppeln? So, bin wir da. Ja. Gut zu wissen. Kann weitergehen, danke. Da hat sich ne Katze bei mir im Elkw verschanzt. Irgend, keine Ahnung. Das war's bei der Verfolgung. Auf der zwei spurigen Straße. Zwei Lkw nebeneinander. Wenn die Kopf dahinter sind. Dann die Anhänger einfach beide gleichzeitig abkoppeln. Wenn man weiß wie's geht. Ich verstehe man könnte Straßensperre machen komplett. Eben ja. Ich hab grad gefragt. Man kann die Anhänger während der Fahrt abkoppeln. Ja das geht. Aber das ist halt. Muss man halt aufpassen. Weil die können die easy einfach umfahren dann, wenn der blöd ist. Weil der Anhänger blöd läuft. Der kann sich auch überschlagen oder sowas. Das Problem ist nur, was du bei der Sache vergisst. Während der Fahrt, du musst irgendwie die Pressluftschläuche abmachen können. Die reißen doch. Also, ich hab gerade dran. Ich hab nur kühler gekriegt. So eine Schläuche hab ich vorne. Ja gut, wie mag ich eben schon sagen. Die reißen auch. Ja. Du komm ich mal ausprobieren. Soll ich mal meinen ziehen lassen? Gott schmock. Ja warte aufpassen. 3, 2, 1. Das klappt schon. Also ich nehm ihn wieder mit. Das funktioniert richtig perfekt. Du kannst jetzt einfach weiterfahren. Eben ja. Das mach ich an einer engen Stelle. Dann komm ich schon immer weiter. Wer ist denn auf jeden der Brücke oder so? Schmale Straße. So eine Seitengasse. Auf welcher Höhe ist das hier gerade? Lautstelle. Lautstation. Perfekt. Dann müssen wir gleich uns treffen. Weil ich bin in Höhe Casino gleich. Dann rieche ich einfach auf der Railway. Dann rieche ich einfach auf der Railway. Perfekt. Dann würde ich nochmal tanken fahren. Oder wir fahren Gelände. Klar wir sehen dich. Ich hätte uns gesagt. Wir fahren jetzt mal Gelände. Machen den Plan fertig. Und dann äh nochmal tanken fahren danach oder? Ja. Joa. Überfahren. Erstmal ausstatten Full. Ey Leute wir sind kurz vor 5000 Likes. Hören wir mal raus hier. Würde schon 5000. Ja Robert. Ja. Hau mal raus hier. Hau mal raus hier. Ich kann dir sagen es funktioniert nicht. Mit dem Actros habe ich es noch hinbekommen. Aber mit dem bezweifle ich es von der Länge. Um was geht es denn? Ja durch einen Bogen wollenst du. Ein bisschen durch oder? Ja ja. Da kommt es gar nicht durch. Ich glaube wir haben gleich das Lepi Diamant. Ich glaube ja ja. Ja pappt ihr. Perfekt dann fahren wir mal rechts ran. Alter. Natürlich geht der wieder auf mich. Alter Bruder. Ja. 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 Ey. Wer ist denn der LQ hier mit den Autos drauf? Gehört nicht zu uns. Achso. Wie random. Aber es ist auch mutig. Ich glaube er sich vor der LQ hinstellt. Wieso kontrolliert mich ein County Officer alter hier. Vielleicht hat er dich ganz doll lieb und hat dich verfolgt. Schau dir das. Alter. Das ist halt echt geil. Ihr bräuchte nur ein paar LQs vielleicht mehr bald. Ich glaube damit kriegen wir die Nationalbank aber zu. Das sieht auch nicht schlecht aus. Der ist schick ne. Vor allen Dingen im RT Schoss habe ich meine Küche und mein Wohnzimmer. Ah Sirene war ja aus Leute. Im ersten Stock mein Schlafzimmer. Wenn er mich fragt was das vorher für Blitzer sind sage ich das ist gelb Licht. Oder das ist kaputt. Das ist einfach kaputtes gelb Licht was ich vorne habe. Oh stimmt das wäre geil gelb Licht zum anbauen wäre cool. So Privatautos. Das wäre nice. Machen Sachen Sachen wenn Sachen machen Sachen bin ich der selben Meinung wie LFR. Maxxer the Red Pepper und Gaming ist auch Gedanken versucht werden. Da kommt hier immer mehr. Haben wir was Falsches gemacht. Haben wir irgendwas Falsches gemacht. Oder warum kontrollieren die hier. Ja mein Gott. Wenn er mit 105 geblitzt wurde, das gibt es ja gar nicht. Wie läuft er? Ja, Robert, ja. So, lasst es drauf an. Dankeschön, 1,7er Glütenkobold für 5,19er, dieser wunderschönen Donation. NoTVTV, danke für den 10er auch, vielen Dank. Hey Jungs, ich habe zahlen dürfen, aber ich habe gesagt, ihr sollt langsamer fahren. Ich habe zahlen dürfen, jetzt können wir weiterfahren. Danke für nichts. Perfekt. Arap, Bruder, Dankeschön. Auf, vor, und vor. Der auf, vor, und vor. Hat sich das ausgebildet, die ganze Ecke ist hier? Alter. Oder auch nicht. Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Marc, ich glaube des Weltkriegs. So bin ich anderer Meinung. Gut da raus, zieh mir wieder raus. Ich werde fangen. Ich bleib draußen. Du bleib draußen, du Bössi. Oder wenn ich dir hier zugesehen habe, bleib ich lieber draußen. Jörg, ich fahre jetzt anders raus. Ich stehe Alka, wir fahre kommen überall rein. Ich fahre dann so raus. Das klappt sogar so. Ja, so werde ich dann raus fahren. So, LKW ist da. Beim alten 1,7er anwesend wäre das sicher einfacher gewesen, die LKWs irgendwo rein zu kriegen. Jetzt haben wir gesehen, dass das nicht so easy ist, wegen der Einfahrt. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Es ist möglich. Guck dir das an, wie knapp. Der Baum. Der Baum ist schuld. Und das hier ist dann schuld. Der Busch. Wir haben uns getraut. Wir haben uns getraut. Viel Spaß hier wieder raus fahren. Ja, ich fahre einfach über diesen Busch drüber und fahre dann da so raus. Das ist mein Plan dann. Deshalb stehe ich auch so. Ich glaube, ich wäre mit dem Volvo hier nicht reingekommen. Der ist ja noch ein kleines Stück länger. Ja. Ach, das packst du schon. Ich habe schon so viel kratzt. Ja gut, Werkzeugkasten regelt. Jetzt ist mich die Scheibe schon kaputt und alles. Kann mir mal jemand das Tor aufhauen? Nein, das sieht ja geil aus. Am anderen Eingang. Unten, da knimmst du nie durch ein Bogentuch. Muss ich auch nicht durch, stelle ich den Bogentuch. Okay, da gibts hin. Ich muss nur einmal das mit dem Tor aufhauen. VNM, Yuko, lass ruf einfach. Tutu, danke dafür. Und für 90 Cent, Aaron Dörflinger. Könntest du mal einen Tuning-Chip kurz beim LKW testen? Ja, das können wir gerne mal probieren. Der Hinterwelt, das ist auch wieder am Start. Morgen wieder Asservatenkamera. Genau. Zehn Tag Asservatenkamera. Vordrückwärts rein. Oh je je. Oh Gott. Ob das gut geht? Ich hab's nicht, dass vorwärts leichter gewesen wär. Vorwärts wär viel leichter. Nein, man. Komm ich nicht mehr raus. Ja, so komm ich wohl nicht rein. Es wird nichts. Das geht nichts. Ich schaffe das. Nein, wie er das machen hat. Hat der eigentlich, hat der schon mal überlegt, wie groß der Anhänger ist? Ja. Schau mal, schau mal. Oh mein Gott. Oh nein. Jetzt geht er gar nicht mehr raus. Oh nein. Schau mal. Schau mal, wie er das ohne Vernunft reinpackt, das Ding. Aber er kommt immer ein Stück weiter. Alter. Alter. Du kannst aufstellen, du stehst drin. Du hast gesagt, ich komm hier nicht rein. Alter. Kaputt. Kann man machen, ne? Kann man machen. Aber gut gemacht hier. Zocker, Bro. Danke für das VIP-Wert und Gamerzock. Zocken eure 30 Cent für 90 Cent. Und The Rock1970. Ich danke für euren Euro. Stefan aus Oberstreich mal vorgekommen. Vielen Dank nochmal Leute, für eure Donis. Wirklich, Kuss geht raus. Danke auch Jamie Lucas für 90 Cent. Danke schön. Ist das die Anhänger von der Spedition? Das Anhänger von Spedition. Ich könnte sagen, es ist einfach einmal weg. Also böse, einfach weg. Aber es ist doch egal. Dann hören wir auch noch neue. Dann hören wir einfach neue. Feuer. 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 Ey, vorst du mich heute befragt, wie ich heiße? Ich heiße Gary, äh, Gary Washington. Gary Washington. Gary. Bist du heisst du nicht? Gary. Ey, bist du heisst du nicht Gary Koch-Schinken? Nee, Gary Washington. Ja, ganz entfernt, genau. Ja, ganz entfernt, genau. Ja, ganz entfernt, genau. Dann bin ich Johnny Seattle. Ich bin Johnny Cash, man. Ui, das ist mal ein schönes Trucker-Outfit. Ist sogar mit Kamera dran. Guck. Und mit dem Funkgerät. Ah, wichtig. Das ist doch mal mega, das Outfit. So. Wie ist der Plan? Hallo. Wobei ich weiß nicht, sag einfach. Wurde es die Demi Truck. Weißt du, was meine Idee auch gewesen wäre? Vielleicht, äh, dass man sich bei der Verfolgung auf den Truck drauf stellt? Geht nicht. Geht nicht? Fallt man runter? Dann fliegt es runter, ja. Du wirst nicht runterfallen und Herr Bub, wir fallen runter. Ja, warum fallt ihr runter? Man ist ein bisschen stärkerseits wie mir. Ach so, okay. Mhm. Ah, ihr... Okay, wir fallen nicht runter. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Okay, das ist komisch. Okay, gut. Gut zu wissen. Dann ist das schon mal abgehackt. Also das mit dem Runterfahren können wir vergessen. Äh, boah. Es ist... Jetzt gebe ich nur einen Plan. Also der eigene Plan ist ja, wir fahren mit den LKWs hin. Parken die so, dass keiner durchkommt. Das ist ja aber der Plan. Die Frage ist, wie kommen wir weg? Ich meine... Ich meine... Äh... Ich glaube gar nicht. Cargo Bob können wir vergessen, weil das Ding zu schwer ist. Ich meine, du kannst auch einfach ein Heli hinstellen. Nein, was du machen... Wollte ich gerade sagen. Du könnt... Ja, du kannst wirklich in die Bank reinstellen. Glaube in die Motorräder. Ne. Okay, aber das wäre die Möglichkeit gewesen. Außen alle LKWs so positioniert, dass keiner durchkommt. Und innen und rein in der Bank dann Motorräder, wo sie sie nicht sehen. Weißt, was auch gegangen wäre? Wenn hinten die Klappe aufgehen würde und du so ein LKW hast, dann könntest du was raufladen. Stimmt, so. Was geht's? Ja, aber der ist nicht zu groß. Das ist nicht der Plan. Ich muss es schauen. Geht das mit der Rampe hier? Mit der Rampe kann man klatschen? Ne, ne. Ganz keine Rampe, die zwar... Okay, ja gut. Dann geht's nicht. Schade. Da müssen wir mich überlegen, wie wir das mit den LKWs machen. Wir können aber auch die Fahrräder mit in die Bank nehmen. Wo hast du da bitte die Fahrräder in die Bank? Du kommst doch nichts in die Bank rein. Die haben da so Blockaden, du kommst doch nicht rein. Scheiße. Ich schmeiß dich da raus, egal mit was du reingest. Oder wir machen das wirklich, dass wir den Anhänger auf irgendeiner Stelle abwerfen. Zum Beispiel die Brücke beim Flughafen abwerfen. Und dann fahren wir weiter auf die Brücke rein, springen mit Fallschirm runter oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen Anhänger abwerfen kann, weil das so ein Scheiß-Shop-Anhänger ist, weil ich selber keinen habe. War wohl der Mark hat ihn auch abgekoppelt davon. Das war... Ja, ja, das geht schon. Das klappt schon. Ich überleg nur gerade der... Also... Was wäre sonst möglich? Was man mit dem Truck vielleicht machen könnte? Ein Truck ist groß, ne? Man kann sich auch irgendwo quer stellen oder so. Ach so, was... Wir hätten kurz schauen, ob wir da drüber klettern könnten. Ich glaube aber nicht. Ne. Ne, würde zu lange dauern, auf den Truck raufzukommen. Das Einzige, was gehen würde... Ich meine, der Weg ist halt heftig dahin, gell? Am Mount Chiliad gibt's den Tunnel rüber. Wenn du da drinnen abkoppelst, da kommt kein Mensch mehr vorbei. Oh, du hast recht, aber die kommen halt auf der anderen Seite. Aber wir könnten dann probieren, durchfahren. Ich hab die Idee. Ich hab die Idee. Aber dann müssen wir schauen, dass halt alle Leute dort halt fahren. Da darf halt nur einer abkoppeln am Ende. Oder Observatorium abkoppeln. Oder Observatorium-Tunnel. Da sehen sie aber gleich herum. Und du meinst dann... Warte, das wäre auch geil. Observatorium-Tunnel? Ja. Und dann könnte man... Wobei er weiß, was sein wird, die LKW sind jetzt so langsam. Glaubst du nicht, dass die dann immer vorfahren werden? Weißt du, was ich meine? Die werden jetzt vor uns fahren. Das ist die Frage. Wie viele auf uns fahren und wie viele hinter uns fahren. Boah, die werden 100 pro vor uns fahren und probieren abzubremsen und so Sachen. Weißt du? Das werden sie 100 pro machen. Dann wird der vor uns stehen. Da bremst ich bei keinem einzigen. Wenn der probiert mit so einem Auto, mit so einem süßen Kinderspielzeug. Oder mit einem Daho. Wo wir dann LKW mit Zugmaschine ausbremsen. Ich bin übernächst bei uns. Was ist das, wenn die mit Biercat kommen? Haben die schon mal versucht. Kannst du machen. Kannst du trotzdem nicht aufhalten, den LKW. Ist sehr schwer. Du bräuchst zwei, drei. Ich sage mal so, die Biercat könnten runterbremsen. Aber die normalen Straßenwagen und die Off-Roader, das seien wie Ping-Pong-Bälle für die Dinger. Ich meine, den schiebst du von der Straße, das wäre nichts gewesen. Wie die Biker fahren. Genau. Wie die Biker fahren. Und wenn er das auf einer Bergstraße macht, dann kann es eventuell passieren. Das sind aus Versehen einmal so 500 Meter im Bergunterschied. Das Problem mit dem Tunnel da bei dem Ding ist, da sind die, da kommt man nicht hoch mit dem LKW. Das ist zu eng, glaube ich. Du kommst hoch. Oder man muss dann über Grape Seed fahren. Weil diese Neigung da, wenn man von Sandy kommt, ist zu steil. Und von Alito ist auch ziemlich heftig dort über den... Ja, das will ich nicht machen. Also ich weiß es, du kannst durchfahren. Weil wenn du... Da späht die Tür unten, der schickt ja manchmal durch. Ja, es geht schon, aber es ist halt sehr aufwendig. Und da könnten wir uns dann zubauen. Das meine ich halt. Das ist halt... Ja. Aber was ist das cool wäre, wenn man da Motorräder hinstellen würde? So Offshot Motorräder? Außerdem ist es sehr riskant mit dem Tank bis dort hoch. Stimmt auch, ja. Aber überleg mal, wir würden das machen, wir würden das durchziehen. Bis nach Dings hoch. Dort haben wir dann Motorräder geparkt und steigen dort ein. Weißt du, und steigen dort dann um. Und hinten ist halt der Anhänger, der halt die blockiert. Da kommen sie nicht weiter. Und wir steigen dann einfach vorne mit den LKWs um. Aber wichtig wäre, dass dann der Letzte, der den Anhänger halt droppen lässt. In dieser Dings drin. Dass er das nicht ganz am Anfang macht, sondern erst ganz am Ende. Ja gut, aber wenn wir sowieso umsteigen, dann brauche ich nicht droppen. Dann brauche ich nur einen kompletten LKW querstellen. Dass die Zugmaschine nach vorne zackt und da hängen halt hinten blockiert und raus. Ja, eigentlich schon, ja. Kommt halt drauf an, wie weit weg die Motorräder stehen. Ja. Und da hast du halt auch wieder das Problem, wenn wieder einer vor dir ist, dann hast du wieder einen vor dir. Genau, mit Chopper dann flüchten. Du wirst einen vor dir haben, weil so schnell sind wir nicht mit denen. Ja. Aber an sich der Plan ist nicht so schlecht. Ich meine, das ist ein bisschen risky das Ganze. Aber mit den Motorrädern würde ich das cool finden. Mit den Geländemotorrädern, wenn wir das so umsteigen müssen. Wir müssen auch was riskieren, dass wir dort hinkommen. Naja, sicherlich sowieso. Was wären? Jetzt schauen, was wollen wir hier fahren. Ja, ich frage es halt, von welcher Seite kommen wir. Bei der einen Seite ist die Kurve zu krank, bis wir hoch sind, ne? Durch den Tunnel. Ja, die nächste Frage ist halt mit dem Tank. Wir sind jetzt in Palito losgefahren und die LKWs sind alle fast leer. Der Tank ist nicht das Problem, wenn wir da einmal durchfahren. Das größere Problem ist eher, dass wir da hochkommen. Diesen... Grüße. Hallo. Servus. Doch da könnten... Ah, da ist aber auch so eine Strecke nach oben, das wird schwer. Ja. Ähm. Hm. Wie seht ihr denn aus? Howdy. Wie echte LKW-Fahrer sehen wir aus. Wobei doch, beim Sägewerk hoch. Doch, wir fahren am Sägewerk hoch. Alright, alright. Alright. Wir fahren am Sägewerk hoch. Give me a hug. Wobei... Wo kriegt lieber. Ne, ich würde sagen wir fahren beim Sägewerk hoch. Ich meine wir können es ja testen, aber ich vertraue dem jetzt gerade im Ganzen. Bis zum Sägewerk geht es sich aus mit dem Tank. Oder können wir einen Steg blockieren und ein Boot oder so? Wobei das ist blöd mit Hubschraubern. Ganz eine Runde. Äh. Steg blockieren, Boot und Hubschraubern. Hallöchen. Es geht. Es geht. Gucken. So viel Hubschrauber sind wir zu. Ich weiß nicht, also ich finde die Idee mit dem Blockieren richtig lustig. Jawoll. Jawoll. Also, äh. Ja, ne? Oh, da gibt es doch... Es gibt ja oben eine... Das ist halt so weit drin, ne? Ich würde das halt echt bis in den Wald rein machen. Eie. Ist das doch einen anderen Tunnel? Ist das überlegen? Anderen Tunnel, Tunnel, Tunnel. Am schwersten ist es Military Base. Aber der ist halt sehr breit. Genau, das würde ich gar nicht erst probieren. Vor allem da fahren Autos rum. Da kannst du nichts verstecken da drin. Ja, konntest dich aber achten. Oli, Oli. Ja, Jason. Mhm. Ah. Ja. Nicht. Ah, hä? Ja, ich bin ehrlich. Ich würde das am Ding oben durchziehen. Ja. Das ist zwar eine Kurve, ein bisschen länger. Aber eigentlich brauchen wir doch nur einen Anhänger. Elo, das ist so. Elo. Äh, weiß zwar nicht, wer da runter steckt, aber hi. Oh, der du magst, Sandy, diesen Clins-Übergang einfach zu. Ja, aber du kannst ja nicht mal im Zug mit dem E-CV reinfahren, oder? Ach, komm mal mal schnell. Du kannst den so quer stellen und den Anhänger so stehen lassen, dass die Cops aus rumfahren müssen. Okay. Boah. Wir kommen gleich wieder. Jawohl. Wer will wir jetzt zum Amun geben? Ja. Ah, du. Ganz schön. Sehr lieb. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Das ist sicher mein Outfit. Funktioniert es jetzt? Ich glaube. Was? Ich glaube nicht. Gleich wird er mit dem Mai-Bark wieder zurückkommen. Mai-Bark. Äh. Mit sonstigen Tunnels. Es gibt, es gibt nur den Tunnel oben. Den kleinen. Es gibt sonst... Oh, weißt du, was noch gehen würde? Oh, das fällt mir jetzt grad ein. Diese Brücke in, äh... Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ne, wobei, wenn sie Offroad fahren, haben sie uns da gleich. Ne, das kanns auch vergessen. Was ist denn mit dem, mit dem innerstädtischen Highway, wo du in die Kanalisation runter kommst? Wenn wir da die Bikes hinstellen und der letzte oder, ja, der letzte... Bist du noch in der Umarmung, ne? Ich hab fast gedacht. Komm her. Oder was ist, wenn wir zum Beispiel auf dem... In Palito, auf dem Flughafen zwei Hubschrauber parken und wir die Palito-Brücke dicht machen? Die Palito-Brücke dicht machen? Die Palito-Brücke? Die Catalina-Brücke? Die Catalina-Brücke? Die Catalina-Brücke? Äh... Palito? Die Catalina-Brücke? Du willst in Palito zwei Hubschrauber hinstellen, damit wir die Catalina-Brücke dicht machen? Was? In Catalina stellen wir zwei Hubschrauber hin. Äh, ist aber... Ey, ganz ehrlich, sobald wir nach Catalina fahren, wissen die ganz genau, was sie vorhaben. Ist doch so, oder? Bringt sich doch nix. Definitiv. Die werden auf der anderen Spur vorfahren. Ja. Ne, da müssen wir... Ja. Und dann werden sie Nagelbänder legen auf beiden Seiten, dann hast du keine Chance mehr rauszukommen mit dem Ding, ist das Problem, weil die fahren vor. Die sind ja nicht so schnell, du musst das beachten. Wenn die nicht so schnell sind mit der Kiste. Ich meine, dass wir auf Catalina-Brücke zwei an, auf jeder Spur einen Anhänger droppen. Und dann fahren wir gerade durch. Ja, aber die... Was ist, wenn einer vorfährt? Dann ist der ganze Plan im Arsch, weil der wird dann vorne... Aber das wäre beim Tunnel auch so. Das wäre überall so. Ne, beim Tunnel eben nicht so, weil da wissen sie noch nicht, wo wir hinfahren. Bei Catalina gibt es nur einen Weg hin und zurück. Beim Tunnel nicht. Da gibt es mehrere Wege dahinter. Weißt du? Und das geht's. Sie wissen aber auch nicht, was sie erwarten. Ja, doch. Irgendwie schon. Irgendeiner Form schon. Lass mich kurz überlegen, es gibt noch Tunnel, den... Ne, das kann man auch nicht machen, den Eingang. Oder was ist dort, dort bei der Schnitzeljagd dieser, wo der so Frosty war dort? Ja. Schmiede. Das haben wir schon gemacht, sowas ähnliches. Dann wissen die auch schon, was wir vorhaben. Ähm, wie wär's denn? Wenn wir uns eine Unterführung suchen, die man komplett blockieren könnte. In der Stadt vielleicht. Also wie ich schon sagte, dieser Durchbruch beim innerstädtischen Highway, bei der einen Brücke, dann kommst du runter in die Kanalisation, da in das Schienensystem. Der Durchbruch. Da hast du doch den Mauerdurchbruch, wo du, wo du dann nach unten kommst, in die, in die Bohrtunnel rein da. Und der daher zum, zum U-Bahn-System. Das ist schwer, weil du kannst nur mit einem LKW hinfahren, der blockiert, und dann musst du direkt steigen. Wenn du dann mit fünf LKWs hinfährst, dann kannst du gleich vergessen. Ja, kritisch. Also wir müssen uns irgendwie Zeit verschaffen. Deshalb, das mit dem Blockieren fand ich nicht so schlecht, wenn wir das an einer, entweder an einer Brücke macht, oder an einem Tunnel. Weil wir da ein bisschen Zeit gespart haben, außer das Radwehr vor. Aber selbst dann ist es nicht so schlimm, weil wir immer noch mit dem LKW weiterfahren. Ja gut, ist halt die Frage, was da zu umsetzen. Die Idee mit der Mautstelle fand ich auch nicht so schlecht. Oder die Mautstelle blockieren. Die Mautstelle blockieren. Oder den Grenzübergang. Den Grenzübergang. Den Grenzübergang blockieren, das stimmt eigentlich auch. Aber das ist eine Brücke und links und rechts dort jeweils einen Anhänger hin. Ui, das ist eine gute Idee. Lass es machen. Welchen nehmen wir? Erstmal müssen wir da Motore dahin stellen an der Mautstelle dort. Ich glaube besser verstecken geht glaube ich auf dem East Highway. Ich würde ja East Highway die Mautstelle machen, ja. East Highway hast du halt auch die ganze Zeit Autos, die entgegen kommen. Aber Mautstelle können sie doch easy umfahren. West Highway ist näher an uns dran. Wobei Mautstelle ist das Problem, du kannst ja nicht runter springen, weil da diese Fans sind links und rechts, oder? Ja richtig, aber das ist doch der Vorteil. Wir blockieren dort die letzten und die letzten zwei hinter uns. Und dann fahren wir geradeaus weiter durch. Und dann stellen wir vorne, weiß ich nicht, am Tomatenfeld oder so welche ab. Ja, aber bis dahin sind die schon den anderen Weg, weil du musst links und rechts zustellen. Bis dahin haben die... Du musst alle Tierspuren zumachen. Hm, ich hätte noch... Ja. Was ist gleichzeitig. Sorry, sorry, aber was ist denn mit dem East-East Highway mit der Raffinerie? Äh, weiß ich gerade nicht was du meinst, East-East Highway Raffinerie. Äh, die, die, das, das, äh, Gewerbegebiet da, was da ist, die riesen, was weiß ich für eine Firma, das ist da. Ja, aber wo würdest du sagen, wo man da was umsetzen kann an der Brücke oder was, an der kleinen? Na, du hast ja vorne, du hast ja vorne die kleine Brücke. Ja, aber da fahren sie Offroader, da fahren sie einfach rein und sind drunter. Und die werden uns mit Offrodern verfolgen. Gerätig könnte man denen das Leben schon in den Hollywood Hills oben schwer machen. Hm, ich hätte mal eine Idee, hätte ich tatsächlich Military Base Brücke könnte man zum Beispiel machen. Wenn man da die Anhänger, beziehungsweise einen Anhänger mit der Zugmaschine so quer stellt, dass wirklich kein Kopf mehr hinten durchkommt. Da hat der das Problem, der muss wirklich ein Arsch ein Stück weit außenrum fahren, weil da alles umzäunt ist, hinter dem Plus. Und wir könnten da an dem, rechts von der Military Base die Bikes hinstellen. Ja. Wir könnten abhauen überm Feldweg. Oder überm Berg. Aber drüben gibt es von der Brücke, ne? Gegenüber davon. Ja, wenn du, wenn du die Brücke rüber bist, kannst du ja nach rechts rum und dann hast du ja da diesen Wendehammer oder was das ist. Und da könnten wir Bikes positionieren. Ja. Weil, damit die da, das ist richtig geile Idee, damit die da hinkommen, müssen die wirklich, äh, da müssen die ewig fahren. Da ist aber die Akademie drüben, ne? Ja. Äh, ja. Okay, gut. Da müssen wir nicht aufpassen, wenn wir da Bikes hinstellen, nicht das auffällt. Äh, ja gut. Na, wenn du, wenn du die daneben hinstellst, da sind noch Container und sowas alles, dann stehen die ein bisschen versteckt. Soll machen, ja gut, das wäre möglich. Ja, sonst, soll man das machen bei der Brücke dort oben? Das würde sich nicht mehr ausgehen eigentlich. Müssen wir, müssen wir mal hinfahren und uns das mal anschauen, hätte ich gesagt. Ja, aber da fahren wir nicht mit den LKWs hin, oder? Ja, doch, klar. Wie sonst, weil sonst ist der Anhänger vielleicht weg. Ja, gut. Oder, oder wir, wir holen uns jetzt erstmal, einer bleibt da, dass die Anhänger nicht weg bleiben und wir stellen erstmal die ganzen Motorräder dorthin. Dann geh ich rüber auf dem Parkplatz, den wir und ich geparkt haben, dass da die Anhänger nicht weg springen. Ja, perfekt. Dann haben wir zu viert hoch. Äh, also Motorräder holen erstmal, ne? Mhm. Ja, wer fährt das Ding hier? Wem körrt das? Das ist Fuxi. Achso. Der ist nicht gerade hier. Ja, aber ich habe kein Auto da gerade. Ich auch nicht. Ich glaube, das haben wir alle. Perfekt. Das war schon ein guter Plan. Keine Autos vor Ort. LKW-Tour, ja. Er fährt das mit dem LKW, oder was? Ja. Ich muss ja sonst irgendwie zu einer Garage kommen. Ja, du, man kann ja auch gucken, dass man mit dem Skateboard hinfährt. Das dauert ja nie so lang. Ja. Skateboard zum Autohaus. Ja, Skateboard. Autohaus geht schneller. Ah. Come on. Auf geht's zum Autohaus. Äh, Jamie Lucas, danke für 90 Cent. Der Donnerblitz, also sie bist wieder am Start. Danke für 2 Euro. Tobias Halbwirt. Kennst du mich noch? Liebe Grüße aus Grazen, kenn ich noch natürlich. Gruß geht raus. Reflex. Reflex aktiv wieder dabei. Aus der Schweiz schaust du manchmal Fußball. Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht Reflex. Also 0,0. Ey Leute, wer hat jetzt richtig, richtig hart Bock auf diesen Parkraum, der richtig hart schief gehen wird. Lasst mich wissen mit einem Like. Ja. Komm, wir machen mal einen Herzring in den Chat. Wer ist alles aktiv, haut alle mein Herz rein, die gerade aktiv dabei sind. Und jetzt Bock auf einen und andere Augenzug haben. Ja. Ist der so schnell da hinten? Der ist viel schneller als ich. Die Musik. Der ist wie eine Katze. Der ist wie eine Katze. Der ist wie eine Katze. Weil hier geht es nämlich ein bisschen bergab. Der ist ein bisschen schneller. Also so lange dauert das nicht, bis man da beim Autohaus ist, muss man sagen. Das geht eh schnell. Mit Flix. Zum Glück gibt es Skateboards auf RLO. Stell dir mal vor, das ist kein Skateboard jetzt. Das ist eine ganz schön arme Sau. Du bist eine ganz schön arme Sau, die jetzt kein Skateboard hast. Und wenn sie jetzt anrufen und ihr Skateboard sofort bestellen. Ach geil, Burger für 2,45. Boah ich hab so Hunger. Die Motorräder parken wir wahrscheinlich ins Sendy aus, oder? Äh, was parken wir wo aus? Äh, wie bitte? Was parken wir wo aus? Äh, die Motorräder ins Sendy, oder? Weil es halt am nächsten ist, hätt ich gedacht. Äh, also wir holen ihn grad vom, vom Autohaus unten. Achso, ihr wollt von da aus direkt wo fahren, ne? Ja, genau. Also, würd's machen. Äh, es kann so, es wird so schief gehen. Ich hab schon dieses Gefühl, dass es schief gehen wird. Aber umso lustiger ist es. Muss ja auch mal wieder gecatcht werden. Ich hab ja erst drei Sachen, die ich angeklagt bin vor Gerichten, Alter. Jonas? Drei verschiedene. Ja? Die April-Woche. Nicht, dass ich wüsste. Ok, danke. Hat sich seit Stunden nicht mehr gemeldet. Ok, danke. Wollte wieder aus der Funk. Nicht vergessen die Kennzeichen abmontieren. Mach ich oben. Versuch' ich will mit plus. Want ein paar? Weißt du was? Noch, ach w mín? Goh. Ja? No,지고 Ninet. Was? Das war doch Wohlmeits Benjamin. Was ist denn? Da wurde gefahren. Vorlage Konzentration gerade, also nicht auf die Fresse fall. Das ist der Sounder für Spende. Das ist der Sounder für Habicht. So viel schneller als die anderen? Anscheinend. Wahrscheinlich von den ganzen Dings müssen wir hier lang fahren dann. Das ist ein ganz schön langer Weg muss ich euch sagen. Wirklich sehr lang. Aber immerhin ist heute so. Konstantinitsmacher. Aber mit meiner hat er nochmal kurz verliebt. Ich check nochmal ob die Getiode ist. Ich tanke jetzt nochmal auf bei der Tankstelle dort. Guten Abend. 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 Servus. Zieh mal voll durch. So Marv. Beste 5 Euro mit Fies und fürs nichts dazu schreiben. Das freut mich sehr. Und die irrenhaften Gebühren zahlt da auch. Das ist so schön. Mit Fies immer ne. Kennt man. Welche Grafikbote hast du? Meine eigene. Die gibt es so leider nicht. Ich hoffe so dass das auf geht der Plan. Wenn nicht dann. Wenn nicht dann nicht. Aber ich hoffe einfach dass es klappt. Auf Ehrenbruder Basis. Ich kann hier mit den Lkw lang. Ich muss halt schauen dass wir die Kops so gut wie möglich dann blockiert bekommen. Hier den ganzen Weg hier werden wir dann alles mit Lkw lang fahren müssen. Boah das wird heftig. Und dann damit weg zu kommen. Es ist nämlich wirklich aufwändig das zu schaffen. Weil die Lkw zum ersten langsam sind. Und dann hier zwei Lkw hin. Boah perfekt. Geil. Aber das klappt schon. Soll ich mir vorstellen. Die zwei Lkw hier laden wir hinten ab. Dann fahren wir hier weiter durch. Und stellen wir hier in die Büsche die Motorräder. Ey der Plan geht perfekt auf. Ich habe mir das gerade angeguckt. Ich stelle die Motorräder in die Büsche rein. Treffen wir uns. Ich bin noch auf dem Wurstabbel. Ich kann jetzt mal noch kurz bei Lido tanken und nochmal in die Werkstatt rein. Wir sind bei der Area 51 gerade. Wir stellen ja gerade die Motorräder ab. Wir stellen die gerade in die Büsche. Wir blockieren jetzt die 51. Den Ton runter oder was? Nein nein wir machen die Brücke. Also. Das geile ist. Ich habe mir das jetzt angeguckt. Die Brücke zur Area 51. Du brauchst zwei Lkws oder drei. Und dann müssen wir nur die Anhänger alle zu dritt. Ja. Abhängen. Dann kommt keiner mehr durch. Ja was? Auf der anderen Seite habe ich Angst dass das Ding noch runter fliegt. Achso ja dann stell es irgendwo in den anderen Busch wo man es nicht sieht. Merk dir halt in welchen Busch du es gestellt hast. Ja ich guck mal ob ich jetzt über die Straße bin. Ja also wir treffen uns bei der Area 51. Ja als dass du dein Motorrad dahin stellst irgendwo in den Busch rein. Ja warte nochmal dort auf mich. Ja ich warte dort. Wir brauchen mindestens drei Lkws. Wir müssen halt gucken jetzt müssen mindestens drei Lkws abkoppeln sonst wird das nichts der Plan. Also es muss echt gut geplant sein. Wir brauchen die Motorräder stehen. Äh. Meins steht in diesem großen Busch hinten drin. Es sind aber hier noch über Büsche frei. Zum Beispiel da hinten links kannst du auch noch hin. Merk dir einfach den Busch wo es ist. Ja fast. Ganz genau hier. Passt. Direkt rechts. Puh ich hoffe das klappt alter wirklich. Ich habe so. Ich habe so Schiss dass das nichts wird. Aber es ist halt echt. Wir müssen jetzt Skills haben. Also wir haben drei Anhänger müssen wir hier platzieren. Sonst bin ich beim Tunneleingang 51. Oh ja du musst aber nicht den Tunnel. Du musst äh. Nicht der Tunnel. Ich habe gesagt Brücke. Meinst du die vorne bei der Grenze oder was. Ja ja da blockieren wir. Weil da kommst du nicht mal weiter wenn du drei Lkws hast. Ja ja aber wo stellen wir die Bikes hin. Ja hinter die Brücke. Richtung Area 51. Da sind mehrere Büsche. Ich habe das in den Busch gestellt. Und äh du. Jeder merkt sich bitte seinen Busch am besten. Ey Junge. Die Cops machen dort. Cops machen dort bei der Brücke eine fette Grenzkontrolle. Und welcher? Auf der Brücke. Bei der Area 51 beim Tunnel unten. Ich glaube da sind Spärzungen. Wo machen die da eine Grenzkontrolle? Ich schwöre dir. Ich bin gerade vorbeigefahren. Die bauen da gerade was richtig drauf. Du denkst über die falsche Brücke oder? Zu die. Ja ja. Ich komme jetzt schon zu eurer. Achso. Ich meine nicht diese Brücke. Ich meine die andere. Zu der anderen jetzt rüber. Ab. Diese alleinstehende Brücke wo keiner drauf fährt. Die nur zu Area 51 direkt rüber geht dort. Ja ich weiß. Und dort dahinter. Geil das ist ein kleiner Pool. Er hat einen kleinen Pool gefunden. Sprech am besten gleich vor Ort. Wer die Anhänger abkoppelt. Weil dann könnt ihr euch äh. Quasi gleich abstimmen. Machen wir eh gleich. Seid ihr da irgendwo? Äh ja ich ich äh. Ich bin wieder äh vor der Brücke. Ähm. Ich bin da gerade vorbeigefahren. Äh. Was machst du denn? Du musst das Motorrad. Du fährst über die Brücke drüber. Richtung Area 51. Und dann tust du es hinter der Brücke. Irgendwo hinstellen. In deinen Busch rein. Ich schwöre ich bin mir bis jetzt. Da vorne sehe ich jemanden. Ja das bin ich. Und du fährst mit dem Motorrad. Wieder zurück. Am Ende der Brücke. Links und rechts ist dann. Ist dann Freilande. Dort kannst du es irgendwo einparken. In deinen Busch am besten. Wie lost kann man sein? Andel. Ja. Andel wieder mega lost heute. Und dann fahren wir mit den Skateboards. Äh. Wie ich sagen. Richtung ähm. Auto abholen. Irgendwo. Ich bin da mit dem Skateboard. Äh. Fahre ich gerade Richtung Sandy. Wem gehören die? Wem gehören die Rote? Die Aprilia. Ja ja die Aprilia. Ja ja die Aprilia. Kommst du nochmal her. Ich habe die umgehauen beim Busch suchen. Warum habe ich das gewusst. Ich habe deine auch versucht umgehauen. Ja Bruder. Ja ich komme gleich zurück in die Schnauze. Adel ist so lost. Die Scheiß. Ah. Das ist doch immer Adel. Was ist denn los. Das haut da noch das Motorrad. Wie kann man so lost sein. Er ist anstatt dass er vorsichtig fährt. Und sich mal rantastet. Wo vielleicht ein Motorrad drin sein könnte. Na ja. Vollgas reißes Motorrad runterfällt. Am besten repariert das Motorrad dann da. Nicht dass es da anfängt zu rauchen und du wegfährst. Kein Werkzeugkasten aber. Wird schon nix fahren. 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 Der Motorrad hält dir ab. Wird schon nix fahren. Wird schon nix fahren. Nix fahren. Ja alles gut. Ich kann das Motorrad auch heben. Ganz gut. Ein paar Schauen. Das Motorrad muss jeden Tag sehr viel mitmachen. Oh. Ach schweine. Schau. Ah wild sau. Sehr weit und breit kein Parkplatz ist. Das ist halt eine bodenlose Frechheit finde ich. Also wirklich ne. Schau mal wie weit ich mit dem Scamplot schon fahre. Oh Gott der Park möchte von mir 49.000$ für die Maschine haben. Also eigentlich günstiger wenn du die neue kaufst. Sehr viel günstiger. Park wo bist du? Ich. Ich fahr schon mit dem Skateboard Richtung Sandy. Ja mal entgegen. Kannst du mich dann aufgabeln? Ja ja. Kann ich machen. Ich habe auch Gabel dabei. Besteck alter. Ja. Besteck und Gabel. Ich höre euch aufsammeln. Ich habe schon Auto. Ja wo bist du gerade? Ich bin gerade losgefahren vom Sandy Parkplatz. Könntest du mich aufgabeln und dann den Sandy Parkplatz absetzen? Wo bist du? Ich fahr gerade Sandy. Von der Richtung wo wir gekommen sind. Von der Area. Oh jetzt muss ich ihn reinlassen. Ich fahr gerade Schutt 68 100. Ich wurde ich mach kurz Pinkelpause. Bin gleich wieder da Leute. Sorry. Zum Nutz. Ich kann den nicht so schnell vermissen. chluss. Wie ist denn das? Wie wissen das? Da kommt Explorer, fertig auf jeden Fall hinterher. Da kann ich sehen nicht mehr. Okay, er biegt ab Richtung Kogafeld. Ist alles gut. Danke, Robert. Ja, alles gut. Danke. Ich habe eine Verwarnung gekriegt. So, sorry. Ich bin jetzt wieder da. Genau. Bist du an mir vorbeigefahren? Ich habe dich nicht stehen gesehen. Daher? Wo bist du ungefähr morgen? Warte, ich sag Postleitzahl. Ah, da bist du. Bist du mit einem Ferrari? Nein, Taycan. Oh, okay. Auf welcher Höhe bist du? Dann weiß ich Bescheid. Postleitzahl 857. Sind wir gerade? Ich fahre mitten auf dieser Route 60 irgendwo. Das fahre ich gerade lang. Da bleibe ich stehen. Ich fahre hier vorne. Yo. Alter, dann brauchst du gar nicht mehr wen abholen. Dann fahre ich gleich mit dir mit. Dann müssen wir noch wen abholen. Ne, wir haben alle abgeholt. Perfekt. Soll ich direkt Gelände fahren? Ja, genau. Dann gleich Gelände. Dann haben wir eh alles vorbereitet dafür. Dann müssen wir. Ah, wobei wir brauchen noch Sachen. Ähm. Hacker Laptop und äh Termit. Das ist im Gelände. Gelände könnte nur ein Hacker Laptop sein. Ich habe nachgeguckt. Termit war nicht. Hacker Laptop keine Ahnung. Aber Termit brauchen wir auf jeden Fall. Äh. Katze frisst du irgendwas? Okay. Perfekt. Jetzt ist Schande da. Jetzt geht die Katze halb durch. Masken runter. Schon staubig hier in Sandy. Seitdem ist schon auf dem Weg Richtung Gelände gekommen. Warte, wir werden anleiten. Wo? Ich werde entführt. Hilfe. Ja, Spaß. Jetzt haben wir noch mehr Zeit für Lust. Ich werde entführt. Hilfe. 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 Hallo. 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 Genau. Ähm. Einmal bitte den Führerschein. Bitteschön. Wir sind ja aus dem Stripclub, oder? Perfekt. Ich habe sie hier geblitzt mit 186. Oh. Das ist ein Tesla. 186. Warum nicht 169? Das ist ja so viel besser. Ja, Elektro ist Elektro. Stimmt. Haben sie im Moment noch eine offene Zahlung? Er hat einen offenen Kaiserschmarrn am Herd. Das ist ein paar Mal ganz eilig. Ein offener Kaiserschmarrn? Ja, das ist ein paar Mal eilig. Er steht auf dem Herd und ist noch offen. Der muss verarbeitet werden, so schnell es geht. Ja, kann sein nicht mehr. Mach mal besser schnell. Schau dir an, wie schnell der da fährt. Der rast ja auch durch. Der rast ja richtig durch. Mit 125 oder so. Viel zu schnell. Einmal der Rechnungsdurchschlag. Und den Führerschein zurück. Danke sehr. Vielen Dank. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Howdy. Ich pisse kurz in eine Flasche, wenn es okay ist. Jo. Bin gleich wieder da, Leute. Musst du hier ganz schnell zumachen. What else? Weil Schande tut grad hier aufsaugen und... Ich geh schon pissen. Ich geh schon pissen. Vermiet gab's Walmart, oder? Jo. Jo. Alter. Du brennst, Mann. Jan. Krass. Mitten rein, ja. Vielen Dank. Drei Mal habe ich jetzt. Perfekt reicht. Drei Mal habe ich jetzt. 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 Drei Mal habe ich. Drei Mal habe ich jetzt. 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 Jetzt muss ich wieder noch mal runter gehen, weil ich jetzt die Weste nicht dabei habe, perfekt. Ja, ich wollte nämlich noch die Weste aufhören. Zum Kotzen. Aber wir starten gleich durch. Wenn wir schnell genug sind, das ist jetzt echt geil. Und ja, ich esse gerade was. Erstmal MP5-Polizeiwaffe, Leute. Wartest du eh auf mich, oder? Weißt du den Weg hin? Ja, hin schon, aber du musst mir so ein verdammel Rüten machen. Ja, mach ich. Mach nur schon mal vor. Als Hacker-Laptop besorge ich jetzt. Oh nee, Alter. Warum hab ich so die Perkette auch vergessen? Das leck mich am Arsch, ey. Na gut, komm. Guten Appetit, danke. Ja, ich hab heute nämlich noch nichts gegessen. Und das ist aber ein schönes Schandl jetzt da. Jetzt konnten sie mir während des Streams hier was geiles zu essen machen. Paar Brötchen. Warte, neusten mich auch noch mit einer Flasche. Solche ein paar Brötchen. Eine schon verschallert, eine nehm ich noch mit, dem ich auch schon was vergessen. Und... Hallo? Passt. ... ... ... Danke, Robert. Danke, Robert. Ja. Wobei nicht, dass das die Cops dann verwenden. Naja, das ist schlecht. Sondern nicht. Mhm. Aber trotzdem, danke, Robert. Danke. Steht NOS für etwas. Ja. Nitro Oxygen System. Also so heißt, glaube ich, die Firma. Oder Nitrous Oxygen Systems. Oder System. Eins von eins und den Zweien ist es. Das ist halt Lachgas, ne? Der wurde nur geärgert. Nacht zum Zweien irgendwann. Armer Junge. Und was geht? Alles fit bei dir? Schmeckt's. Ja, guten. Guten. Ja, genau. Dankeschön. Mahlzeit, Bruder. Stinkend Käsebrötchen. Ah, der geht immer fit. Mhm. Und wir haben noch nichts gegessen, so richtig. Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Alles zusammen, Alter. Das ist ein Sandwich. Pizzeria hat Werbung gemacht, hast du gesehen? Also was haben die? Werbung gemacht, für Pizza. Halber Preis, oder was? Nee. Den Blitzer. Ich hab sogar noch. Ich hab sogar noch. Bin es deiner? Nee, nee, ich hab grad gegessen. Ich tritt davon, wenn wir durchfallen, wenn ich die esse. Wir machen da irgendwas rein. Von der Pizza? Mhm. Von der Pizza. Ja. Ja, so wie's da auch brennt, muss da irgendwas in den Öfen nicht stimmen. Das Gefühl, die spucken da rein oder so. Der Rahn schmeckt nach Käse, Mauke. Der Rahn schmeckt nach Arsch, jetzt ja. Ich glaub, die spucken auf die Pizza oder so, keine Ahnung. Es schmeckt irgendwie ganz komisch mittlerweile. Früher, früher hat sie anders geschmeckt. Also, ja. Ich hab mir den MP5 rausgeholt, by the way, falls es mich interessiert. Kann ich die so auspacken? Ich geh nur mit Pistole. Ich geh auf Minimal, Alter. Entweder ich entkomme, oder ja, nicht. Ja, ich hab den MP5 dabei, falls er fällt, oder man weiß ja nie. Ja, ja. Ja, wenn's sein muss, muss sein, ne? Ich mach mich heute wie so ein echter Trucker, hat auch eine Pistole mit. Ich muss den Revolver mitnehmen. Amore overheld. Ist schon da? Ja, aber schnell. Oder auch nicht. Wer ist das denn? Ah, ein Mädchen. Finde ich. Genius. Larissa. Ah. Ja, hi. Ich hab nur gesehen, dass da ein Mädchen ankommt. Das tut mir cool. Oh, Mann. Na, wie geht's? Ich, äh, brauch sofort irgendwas, wo ich mein Hut ablassen kann. Perfekt. Beikam Schäße gebaut und steh nicht dazu. Äh, ach so, ja. Gut, das haben wir heute auch schon mitbekommen. Aber die haben heute schon ein bisschen von uns ein bisschen Provokationen bekommen. Das passt schon. Ähm, die haben wir ein bisschen provoziert auf der Auge. Nicht, weil das nicht zu, weil das immer noch nicht zugeben möchte. Ach so, wegen dem Waffenverkauf. Nee, nee, äh, was anderes. Ach so, das will ich nicht zugeben. Es geht um eine Aussage, die ich anscheinend getätigt hab, die ich nie getätigt hab. Und er hat sich des Öfteren versprochen. Zum Beispiel? Äh, ich hab, ich hab anscheinend gesagt, dass ich, äh, wenn das so weitergeht, weil mein bester Freund wurde bedroht und fast abgestochen von einem, von dem Balkan. Und am Ende hieß es dann, ich hätte ihn gedroht, dass ich die Geschäftsbeziehung, äh, irgendwie zerstören möchte oder Sonstiges, äh, wenn ich sowas nochmal erfahren sollte. Diese Aussage hab ich nie getätigt. Okay, gut. Ja, ich glaub, da ist mal irgendwas gefallen, ja? Kann mich daran haben. Ja. Okay. Und, äh, ich hab ihn jetzt drauf angesprochen und er hat sich zweimal versprochen. Zuerst meinte er, ich hätte diese Aussage getätigt und das andere Mal meinte er plötzlich, ja, es ist so rübergekommen. Das, äh, ob ich das so meinen würde. Also irgendwas stimmt da nicht. Ja, ja, da stimmt was nicht. Nee, nee. Aber die sind sowieso kugelisch. Und ich hab diese Aussage nicht getätigt. Ja, ich hab sogar einen Zeugen. Nur dieser Zeuge nimmt leider nicht ab. Und ich, ich jag dem gleich eine Kugel in den Kopf, wenn, äh, das nicht sofort gekämpft wird. Wir, wir sind dabei, äh, grad einen Raubzug zu machen mit den LKWs, aber... Also ich hab's mitbekommen. Ich hab's mitbekommen, ja, über den Funk. Ah, okay. Ja, das ist halt blöd. Ja, das ist sehr blöd und zwar für ihn, wenn das so weitergeht. Äh, aber die haben jetzt derzeit, also ich weiß nicht, ob du's mitbekommen hast, aber wir sind draufgekommen, dass die, ähm, Waffen weiterverkauft haben. Mhm, das hab ich mitbekommen. Mhm, und sich dann eine goldene Nase verdient haben. Und heute sind sie uns ziemlich blöd gekommen, als wir ein bisschen LKWs gefahren sind. Und da haben sie halt so ein bisschen, ein bisschen LKWs gefahren sind und dann haben sie sich aufgeregt. Und dann waren sie auf einmal ganz kleinlaut. Das, sonst sehen wir, das war ja auch plötzlich ganz kleinlaut. Als dann, als der Wolf hier gekommen ist und dann die Waffe gezückt hat, dann fahren sie auf einmal still so. Das war echt lustig. Ja, besser ist. Ja. Ich geh mal zu ihm rüber, vielleicht was ja schon was. Jawohl. Er meinte ja, ich soll die Nummer von ihm löschen. Okay. Wir machen grad Stress. Einfach Gangkrieg zwischen, zwischen, äh, Dings. Dann hätten wir alle Kriege durch. Mafia, Kartell. Dann noch Bikerkrieg, ja, wär, wär doch heftig. So, wenn wir von euch einen Hacker-Laptop nehmen. Hä, werden wir was nehmen? Einen Hacker-Laptop. Äh, ich würde... Ja, nehmen, oder? Ja, wir, nee, wir hatten, die, wir hatten das, äh, ganze Zeug. Ja, mit hab ich. Ja, dann gibt's ihm, dann macht er das. Alright. Ich will mir das an, schon, wie er das macht. Easy. Bitte so. Danke. Ich klär das nur. Ich klär das nur. Der Wagen ist geil, ich will ja auch den BMW haben, aber jetzt ziehen wir durch, Leute. Das bleibt mir nur noch auf Wollefi und dann geht's los. Ich darf nicht davon abhalten. Muss ich dabei sein. Ja, ich, ich muss abhalten werden. Wollefi, wo seid ihr es? Im Keller, groß, ich bin schon weg, auch. Ah, perfekt. Dann sind wir auch gleich alle vollzählig. Das ist gut, mach das, bitte. Fuchsi, steht auch fest im Spielchen. Nee, ich will einfach mal abhalten. Ich will noch für euch selbst helfen. Spiel dich doch scheiße. Tatsächlich? Schau dir das an. Wir halten dich jetzt davon ab, mit dem Bike-Armee zu tun. Danke. Eigentlich müssten wir dich dafür ja freilassen. Immer dafür eure Spielchen. Könnt ihr mal ausprobieren, in eurem Keller oder so. Oh, da war mein Fuchs. Ja? Ihr braucht zwei davon. Was zeigt das eigentlich drauf? Nagelbändern? Ja. Ja, ja. Ja. Ich will das nicht mal wieder freigehen. Ich geh jetzt Motorrad fahren und muss runterkommen. Ja, mach das. Ich hoffe, das stört dich. Wir warten noch auf Volt. Na? So. Wir müssen nur noch ihre Bikes platzieren. Ja, Wolfi ist grad unten im Keller. Er kommt gleich. Oder er ist schon hier? Er ist schon hier, ja. Wir brauchen eigentlich nur eine Geisel und die Chargers. Sorry. Würden wir dann gleich mal angehen? Das würde ich sogar mit LKW probieren, oder? Das wäre auf jeden Fall lustig. Wir brauchen eigentlich nur einen und mehr brauchen wir doch gar nicht. Unser Plan ist so einfach eigentlich, da brauchst du nicht viel. Lass im Hafen suchen, das ist einfach. Ja gut. Dann fangen wir mal los. Ich würde zur Sicherheit schon einen zweiten nehmen. Oh, mein Truck ist schon so kaputt. Ich glaube, ich muss den einmal reparieren. Ja toll, da komm ich ja nicht mehr raus, dann. Ach, jemand macht dann schon grad einen Juve. Komm ich da jetzt raus mit der Kiste? Ich hoffe. Ja, doch. Klappt doch. Easy. Easy going. Dann tue ich den noch schnell reparieren, den Wagen. Dann nochmal ein Werkzeug casten und dann geht es los. Irgendwann auf Geisel suchen. Oh, das habe ich jetzt nämlich voll vergessen. Geiseln suchen. Ich mache das jetzt wo anders. Ich probiere mit dem Ding vorher rauszufahren, bevor ich es repariere. Es hat eine High Speed überschlagen unterm Juwelier. Wie schafft man das? Vielleicht muss der Commissioner. Eine High Speed unterm Juwelier hat zu überschlagen, Alter. Direkt runter, ey. Oh nein, ich kann mein Fahrzeug nicht mehr reparieren. Super. Warum? Ja, wegen den Lichtern vor. Ich muss die erstmal ausbauen. Oh je. Okay. Kannst du mir noch mal einen Werkzeugkasten bringen? Also wir können ganz schön raus fahren. Ja, ich brauche nur einen Werkzeugkasten, weil jetzt muss ich das fünfte mal einholen. Ja, dann geh her. Wo bist du denn? Welchen? Ah, da. Wir sehen dir. Ja, lass nochmal. Ich bin das zweite Schickchenmensch. Da musst du auch noch mal einholen gehen unten. Ja, ich muss. Da bin ich vor zuerst raus, bevor ihn reparieren. Also ja, das Problem ist nur... Ach, was, dann tue ich da mal rein da. So machen wir das. Ah, zack. Genug Platz hier drin. Das ist ein Weg. Ich brauche einen Werkzeugkasten. So, äh... Bloody Demon. Danke fürs VP werden auch. Dankeschön. Ah! Ich bin jetzt schon mal das fünfte Mal hier unten. die magdalena hey magdalena ich grüße alle magdalenas im stream was soll ich jetzt also werk zu casten so jetzt aber geht so weiter aus hier jetzt zimmer durch das ding 8 millionen können echt bald mal auszahlung machen finde ich acht millionen auf der firmenkasse noch mal gucken wie viel angestellte wir haben dann berechnen wir das was wir den allen leuten zahlen können und dann gibt es mal eine fette für die auszahlung die g4 die anzeigen sind ach das ist ja meint nee war ja was meiner packt die hobel gerade raus oder was ja weil es wenig sinn macht wenn man sie jetzt herrinnen reparieren dann wieder raus fahren wir dann sind sie wahrscheinlich wieder kaputt gespannt habe ich die raus bekommen ja ich bin schon draußen von raus find es einfacher als reinfahren kommt mir vor wie einfach das ist dein lkw brennt also der anhänger ja mein anhänger ist schrotz hä von wem mein anhänger fängt auf einmal an zu brennen ja da musst du aufpassen auf den anhänger mein anhänger brennt ich hatte doch nicht mal irgendwelchen stoff drinnen der brennen wollte mein anhänger brennt mein bizeps brennt es ist der sound ich brenne ok leute ähm benutzt jetzt bitte nicht der ein fahr da oben ich glaube wir müssen gerne neuen anhänger suchen ich fahr runter zum hafen mein anhänger brennt mehr als der advent es ist das die event mein anhänger brennt ohjohjoh ich habe gerade fast ein marschen mitgenommen ojohjoh so schlechte bremsen Marco, wo hast du hingepackt? Äh, unter dem Baum, bei meinen Nachbarn gegenüber. Damit es nicht so auffällig ist. Mein Anhänger ist ja auch schon ganz broken, alter. Mein Anhänger ist ja auch schon gleich komplett kaputt. Na ja, was macht der jetzt da drin jetzt noch? Was? Ja, kommt sie denn jetzt raus, oder? Irgendwann rauskommen, oder was? Achso. Ja, aber ich habe jetzt auch repariert. Ich warte nur bis sie rauskommt. Achso, ja, ich komm schon. Fabien, du setzt uns anstatt ein Skateboard brauchst du ein Hoverboard. Mit der Vollfallbrief aus Berlin. Ja, wenn es IP-technisch umsetzbar wäre, wäre es cool. Das Hoverboard... Oder meinst du, diese Hoverboards müssen rollen unten dran? Die werden es ja... Ich habe mal so Tankstelle unter dem Anwesen, ne? Ja, ich muss zum Hafen fahren. Neue Anhänger holen. Das ist der Sound, ob ich spende. Darfst du mich losen, Pringst. Oh mein Gott, wie soll ich denn das schaffen? Ich musste gar nicht das Weintrauben-Ampeln zu brennen, wenn ich gegen einen Baum fahre. Weintrauben-Ampel? Warte, der Oceans-Dankstelle. So, wie wäre es für 3.0 ein Lager als Suchfunktion einbauen? Das Lager auf 3.0 ist 10.000 mal übersichtlicher. Weil das Inventory dann besser funktioniert. Dann siehst du auch alles. Dann wird alles, was nicht drin ist, wird dann auch ausgeblendet, was besser ist. Also auf 3.0 ist das schon alles gefixt, lieber Backfisch. Auf 3.0 gefixt sagt man so gut, ne? Es ist halt legend so. Ey Leute, wir sind kurz vor 6.000 Lives. Lasst mal ein bisschen Liebe da. Schaut da drauf. Bisschen Liebe da losen, gell? Juhu. Werfen wir uns dann irgendwo mit den LKWs, wenns kurz bevor es los geht? Äh. Oh ne, ich hab wieder irgendeine Tasten-Kombination gedrückt. Ja, wo wirst du denn? Ist ne gute Frage. Ist alles auffällig. Was als SHIFT-E war das? Ist nichts passiert. Das ist nie passiert. Das, liebe Leute, ist nie passiert. Mit dem Teleport-Team. Das ist so typisch, Alter. Ich drück einfach SHIFT und E, weil ich hupe. Ja, komm. Geht's mir noch gut? Ja. Mal ganz kurz im Einkauf-Menü war ich grad drin für ganz kurze Zeit. So. Haben wir zu Nord-Ost gemacht? Ne, ne? Ja. Ich hab jetzt nichts gehört, weil ich bin grade... Ich bin grade... Ich bin... Ich bin grad was Komisches passiert. Achso, ne. Wir haben jetzt gar nichts ausgemacht. Wir haben nur gesagt, wir wollen... Achso. Danken. Okay. Warte, ich überleg nur wo... Ich bin jetzt voll gedankt. Ja, warte, sonst treffen wir uns bei der Anmeldestelle. Ist das genug Platz? Ja, können wir machen. Geht lang. Interessant. Mal zäh, oder Open-Land. Ich fahr ja gerade runter zum Hafen, um einen Anhänger zu holen. Vielleicht ist da ja jemand, den kann ich gleich mitnehmen. Stimmt aber ja, wir müssen ja mitnehmen, dass es da... Ich geh mal die Maske drüber. Oh, bei mir ist grad ein LKW-Fahrer, der mich grad angehuckt hat. Ich probier, ob der rechts ran fährt. Oh, der könnte easy sein. Fährt irgendwer von euch einen LKW mit einem Almi-Anhänger hinten dran? Nee, nö. Ah gut, dann nicht den gleich hops. Das ist der Sound, auf der Spende. Den nehme ich sowas für gleich hops. Das ist ja so... Was echt? Was ich mitnehmen? Was denn? Was denn das? Was denn das? Was denn das? Dich? Wie hannst du das noch an? Ich bin nicht geschickt. Was? Was ich das hier? Was? Was das jetzt eine der Leute? Was? Was? Was denn das nicht genauer? Was denn das? Das ist das? Ich bin die... Die, die... Ja, den, äh, den, den, den selben Ding hier. Hau, die Hände nach oben und er schießt deine, deine komplette Frise weg. Nimm deine Gottverdommene Hände nach oben und dreh dich weg. Was hab ich gemacht? Ich hab glaub, die Truckers sind Bros untereinander. Oh, wir sind keine Bros. Warum nicht? Erst, was ist das da? Wir schauen dich an. Siehst du aus wie ein Trucker? Du bist unverschämt für einen Trucker. Schau dich an. Ich bin ein Trucker, ich bin ein moderner Trucker. Du siehst dich aus wie ein Trucker. Du schaust aus wie ein Cowboy. Jetzt bist du bei. Natürlich nicht. Bitte? Aufgepasst, junger Mann, ich tu dir jetzt Cowboybinder an den, okay? Ich tu dir, ich tu dir Cowboybinder an den, hörst du mich? Junge Mann, ich durchsuche dich gleich. Ich mein, hallo? Was schien du dir nicht, achst? Ich hab mir extra Arbeitsschuhe angezogen und eine Arbeitsjeans. Ich hab mir extra Arbeitsschuhe angezogen und eine... So, du kommst jetzt mit. Hallo? Ja, ja. Ey, Jungs, ich hab einen. Ey, das PB ist mit einem Mercedes Sprinter mit dieser V-Klasse. Je weniger du weißt, desto besser ist. Ich find's traurig. Ich hab nämlich vorher schon mit einer Biker-Gang Probleme gehabt und ich dachte, die Trucker halten wenigstens zusammen. Du hast schon jemanden, oder? Wir sind die echten Trucker, du siehst nicht aus wie ein Trucker. Ich bin ein echter Trucker. Du bist kein Trucker. Die haben nix lagert gehabt. Ich war eh einkaufen. Die haben keinen Cowboyhut gehabt. Ey, Leute, wenn wir uns jetzt irgendwo treffen, ich hab, wie gesagt, jetzt die Erste dabei. Wir brauchen doch eh noch eine, oder? Ja, die sollte reichen, die ist sehr, die sehr gesprächig. Ja, auf, auf geht's. Vergiss nicht noch einmal vorzutanken, ne? Ja, ich geh. Ich geh. Ich wollte gerade sagen, noch vorst du bitte auch direkt zur Bank. Jawohl, ich geh jetzt, ich geh jetzt noch mal auftanken. Wir wollen uns hinter der Bank noch mal treffen. Sonst treffen wir uns dort, wo, bei der Pong Tankstelle. Ist das eine Bank, oder was? Ne, Pong Tankstelle, nochmal volltanken. Ja, Nationalbank Tankstelle. Ja, die ist doch hinter uns. Aber so weit, also was heißt das jetzt? Bin ich jetzt kein echter Trucker? Du bist kein echter Trucker, nein. Also darf ich mich nicht geborgen bei euch führen? Nein, hallo, du bist kein echter Trucker. Du musst dich auch anhören, wie ein Trucker. Du musst den Trucker fühlen, Mensch. Ich mach das, was er sagt. Du musst, du musst wie ein Trucker, du musst dich fühlen, ne? Weil echter Trucker von richtigen Trucks. Und du bist, du bist auch kein American Trucker gefahren. Du bist einfach so irgendein Trucker. Kein richtigen Trucker. Du brauchst einen Trucker, du bist ein Trucker. Du bist ein anderer Trucker. Ja, weil LKWs ohne Schnauze vor einer Kula aussehen. Ja, das, äh, das sind die Trucker anderer meinen. Nein, das sind die Trucker anderer meinen. Nein, aber wirklich. Ich dachte so, die Trucker, die sind so auf meiner Seite, weil die Biker, die haben vorher, ja, die haben vorher schon Stress mit mir gehabt. Wir sind echte Trucker, you know. Wir sind echte Trucker. Wenn du echter Trucker wärst, wirst du auch richtiger Truck fahren. Ich fährst aber kein echter Truck. Und wenn die Polizei fragt, was los ist. Ich fahr einen Mercedes. Wenn die Polizei fragt, was los ist, sagst du, du bist echter Trucker und wir machen einen Trucker-Ausflug, okay? Okay. Wenn die Polizei uns anhält mit den Trucks. Muss ich danach so komisch reden? Am besten, du probierst. Am besten, du probierst. Das ist irgendwie, dass du wie ein echter Trucker dich anhörst, wenn man das auch klaut. Gott. So, pass auf, ich schweig jetzt dort in die Tankstelle fahren. SPD ist aktuell in einer aktiven Verfolgung. Ich habe gerade eine Verfolgung von mir gehabt, eine G-Klasse wird verfolgt. Bitte nicht. Ich hoffe, keiner von uns. Bitte nicht in die Tankstelle, das habe ich nämlich heute schon gehabt. Alles gut, wir sind echte Trucker. Keine Angst, keine Sorge. Nein, ich komme aus Alabama. Nein, ich komme aus Alabama. Nein, nein. New York City. Ja, ja, New York. New York City. Für ein Stadtkind. Bronx. Äh. Von der Bronx-Level. Chinatown. Chinatown. Äh. Awesome. Ah, Budi. Okay, man, alle fertig. Dank, Tom, all the Trucker. We sang it's after the Trucker Bank. Das ist der Sound, aber ich spiele. Ich muss noch verdanken. Ja, wir warten. Ja, was ist los? Jetzt wirklich. Ja, was ist los? Ja, ich bin doch ein echter Arbeiter. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Siehst du irgendjemanden als Trucker mit so einer Schnauze von wie du gehabt hast? Auf jeden Fall nicht. Du bist kein richtiger Trucker, du musst eine große Schnauze. Richtig Ami-Truck, ja? Wir sind doch bei den Ami-Trucks. Wenn du keinen Ami-Truck hast, bist du kein echter Trucker, you know? Schaut eh geil aus, so, aber... Oh, du bist aus Alabama, Simon. Nicht aus Alabama, du bist kein Trucker. Keine Trucks außer Alabama. Ich schreibe schnell meine Staatsbürgerschaft um. Meine Geburtserkunde. Aber jetzt wirklich, ich habe Probleme mit den Barschen. Wir brauchen die zwei. Wir machen nirgends mehr einen Stepper vorbei, wir werden jetzt erstmal alles zubauen. So, wir bauen zu. Ich dachte halt, so die Trucker halten zusammen. Ich würde eine Mauer vor die Bank machen, wisst ihr, Jungs? Eine Mauer vor die Bank. Weil wir hier safe sind, you know? Fahren wir über die E-Sahe-Ware oder wo fahren wir lang? Hier ist es insane, Wau. Wir müssen die selbe Route fahren, das ist ein Problem. Wir müssen die selbe Route fahren, wir machen das. Das ist, wenn wir alles besprechen, wenn wir drin sind. Das ist ein Problem. Du kannst, wenn wir das hinterher auskennen. So, perfekt. Perfekt, so? Wie heißt es, du? Kleine Trucker? Reinhard. Reinhard, wie weiter? Steckmann. Reinhard Steckmann, das ist ein Schokname oder was? Das ist kein Schokname. Wie heißt Reinhard Steckmann? Ich mache nichts. Ich mache komplett mit. Du glaubst, was du Reinhard Steckmann? Steckmann Reinhard? Steckmann Reinhard? Ist das wirklich dein Name? Ja, Steckmann Reinhard. Das ist mein Name. Ich weiß, was du gut zu tun hast. Ich weiß, was du mit dem Namen ist. Aber den Eltern haben dich verletzt. Wir können einen Planrecht weg. Ich habe gesagt, 2. 2. 2. Oh, ich gehe auch nicht. 2. 2. Was ist hier, was ist hier? Okay, wir sind hier rein, wir sind hier in Alabama. In Texas. Ich starte. Ich bin durchgefahren mit meinem Truck. Was ist hier schon in Australien? Wir haben schon einen Trial. Halli! 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 Oh, das muss mich wieder ein blöd machen. Wenn du einen Scheiß machen musst, dann riechst du dein Gesicht weg. Nein, ich mach keine Scheiße. Wirklich nicht. Warte einen Moment, ich nehm dir wieder die Karte und bin ja auch und ich bin ein richtiges, richtiges Ding. So und jetzt setzt du dich, okay? Jetzt setzt du dich hier gleich hinten rein. Kann wir aufpassen auf die kleinen Wirbel? Musst du aufpassen. Ich geh kurz mit runter, ich check nur ab, ob hier alles klar läuft. Wir haben so einen kleinen Wurzelschniedelwitz gefunden, aber der ist ein bisschen verwirrt. Der dachte jetzt echter Trucker, hab ich ihm gesagt. Das sind doch die echten Truckers. Ja, das sind die echten Truckers. Das sind die echten Truckers, die Truck-Truckers von den Truck-Eck-Battles. Meinst du, die haben da oben Bier? Ich hoffe, dass sie Bier haben. Wenn die Bier haben, dann haben die Bier. Wenn kein Bier, dann haben die kein Bier. Ich hoffe, dass sie ein Bier haben. Ich will auch keine Budweiser, bitte. Budweiser? Warte, ich höre schon wieder lade Sirenen. Soll ich mich irgendwo hinsetzen oder so? Arme Budweiser. Wariks Gaming-Stube. Moin. Wie geht's dir? Schöne Grüße an Budweiser. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Arme Budweiser. Was? Der ist heute einmal da. Weißt du. Es ist halt so random, dass genau er vor mir fährt. Genau er ist es. Das gibt's ja gar nicht. Einfach Budweiser hab's genommen. Ein gleicher Dankeschön Mirko. Ich fang aus, dass es genau Budweiser ist, den ich haupts genommen hab. Wir haben nur eine Geisel gebraucht. Und Budweiser ist genau der, der der haupts genommen wird. Ich hab das alles auf der Tasche gemacht. Den trau ich immer bei mir. So, wir machen noch ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Ob du schneller kannst. Wenn du schneller kannst, dann mach es noch schneller auf. Ich will hier rein. Rein oder Wrinkler ist hier rein. Rein, rein, rein. Mach es noch ein bisschen schneller. Ich kann es noch ein bisschen schneller machen, den Laptop. Ich glaub, der Bruder hat ein bisschen Problematik mit dem Laptop. Ich glaub, dass er das erste Mal mit dem Laptop arbeitet. Oh, jetzt ist er offen. Uh, look at this. Finally. Er hat das geschafft. So, wer geht wohin? Na gut. Dann holt mich. Ich nehm den ersten Karren vorne. Gut, dann geh ich mit ganz hinten. Ganz hinten. So ne, ich brauch das Termit. Ich muss rein. Ich muss rein. Der muss rein. Jemand muss vorne machen. Wer macht vorne? Ich mach vorne. Dann geh wir noch hinten hin. Rein, rein, rein. Wo bist denn du durch die... Oh, ich frag grad nicht. Ich frag grad nicht. Er hat das System gedribbelt. Hier hinten zum Gold. Zu Gold? Gehst du zu Gold? Okay. Ich hab ihn mit Geld. Anders steht er einfach in Höbel. Ah, jetzt geht's los. Okay. Okay, come on. Let's go. Come on. Let's go. Wir fühlen minuten, haben wir noch? 570 Sekunden. 570 Sekunden. Okay. Easy peasy. Lemon squeezy. Das reicht. Das reicht. Okay, easy. Easy. Okay. Easy, Jungs. Easy, boys. Okay, we got that money. We got that money. We got that money. We got it. We got it. We got it. We got it. The Winnie Poo-Truck? I don't know the Winnie Poo-Truck. What? The lord told me that your ass is a Winnie Poo-Truck. What about the Winnie Poo-Truck? Was ist denn ein Problem? Es sollte wirklich eine scheiß Fresse. Also ist er in die Fresse einschlagen oder was? Nein, mir wurde gesagt, ich darf raiden, wenn ich so raide. Ja, du darfst raiden, ja. Ja, du musst raiden. 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 Raiden, Chad of Legends. So, Kalle. Bruder, sollen wir mal schauen gehen? Wollen wir diese... Eskorte? Wollen wir die Kabelbinder drücken? 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 Die Kabelbinder? Die Kabelbinder? Perfekt. Wunderbar. 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 Ich hoffe, wir werden hier nicht problematisch bekommen, wenn die Polizei kommt und ich sie sieht. Hey, hör mal zu, wir haben unseren Trucks weggemacht hier. Welche Trucks haben die weggemacht? Ja, unsere Trucks weggemacht, man. Da ist der Truck weg. Warum ist der Truck weg? Ich weiß nicht, warum der Truck weg ist. Der Truck ist weg. Ey. Der Brüm ist mein Truck. Mein Truck ist weg. Wieso ist der Truck weg? Herr Officer? Oh nein, mein Truck ist da hinten. Nein, nein Herr Officer, einer von unserer Trucks ist weg. Der Truck ist weg. Der Truck ist weg. Der Truck ist weg. Die Zugmaschine steht da, aber der Truck ist weg. Ey, meiner stand aber auch anders da. Äh, warte mal. Mein Truck, mein Truck. Der Truck ist weg. Mein Truck ist weg. Wo ist denn mein Truck hin? Die Kugel ist weg und der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Wir haben keine Rechte. Wir wollen den Kugel. Der ist weg. Der Kugel ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Was ist mit dem Flugzeug los? Wir sehen uns, wo der Kugel ist. Ja. Sehen Sie wo der Truck ist? Sie können dich auch komplett kaputt, man. Ja, meine Truck ist weg. Ich brauche meine Truck. Ja, aber dein Anhänger ist nur da. Meine Anhänger ist da, wo meine Truck ist weg. Ja, da ist dein Anhänger, aber der Truck ist weg. Meine Anhänger! Meine Anhänger! Wir machen mal kurz einen Brake und warten mal eben... Wir warten auf der Truck. Schnell noch vor, der Truck geht. Äh, mein Truck ist weg. Mein Truck. Mein schöner Truck. Oh, guck mal hier. Ist er da? Sie kommen mit dir, kann ich auch passieren. Ich bin noch hinten weg. Was ist mein Truck? Was ist mein Truck? Ich habe mein Truck in Cloud. Äh, Kollege, du musst deine Truck helfen. Mein Truck ist weg. Du musst deine Truck helfen. Ja, ja, ja. Hey, Warte, komm her. Hallo. Hallo. But you need to take him, please. Du musst den Namen. Wo ist mein Truck? Wo ist mein Truck? Wir müssen den Truck wieder herstellen. Wo ist mein Truck jetzt? Er steht hier, ne? Dann steht dein Truck. Oh, dann hört mein Truck. Ich baue mein Truck, Jungs. Mein Truck. Warum stehen die Trucks hier, man? Ja, mein Truck. Mein Truck ist hier. Hier haben unsere Tracks geklaut. Warum steht der denn hier, man? Keine Ahnung. Hier haben unsere Tracks geklaut. Das sind auch Bremsspuren. Ja, ja, der ist schon. Das ist komisch. Ich bin schon weg hier. Achtung, Herr Marshal. Mein Truck. Die Trucks einfach. Was ist mit den Trucks? Du siehst ja da reingebuckt oder so. Oh, schau. Das sind Bremsspuren. Ich denke, dass der Anhänger Amok gef... Äh, das wird sie bei der Anhänger, der Amok gefahren ist. Passiert manchmal. Das ist echt schlimm. Die Trucks sind perfekt. Die Trucks hier. 110% mit. Oh, perfekt. Mein Truck ist wieder zu uns, Dude. Die sind anders. Ich habe schon eine Wahl, oder? Echte Burgers. Texas Burger. A Texas Burger. A Texas Burger. Burgers in Texas. Ich trau mich immer. Wer will was? Wer will was wissen? Das Burger von der echten Trucker, Babe. Von echten Trucker, Babe. Ja, von der Babe, 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 Babe. Oh. Alright. Diese Stimme. Okay, Leute. Let's do it. Hallo. Let's do it. Come on. Let's go. Let's do it. Come on, guys. I don't know. The police need to talk to us. Because we want to go away with the trucks. We want to go away with the trucks, but the police is not talking to us. Bullshit. Bullshit. We're missing Iran batting corn fur. They stole our trucks and drove them away. They need to get punished. These cops are different, my friend. Okay. Let's see, we will go away from the whole shit. We have to go away from the whole shit. We have to go away from the whole shit. We have to go away from the whole shit. Where are the whole boys? How are we going to go away from the whole thing? The little boy? And all the things that they want to do with us? We have to go away from the whole thing. We have to go away from the whole thing. I think he is coming to the whole shit. I think he came from the whole thing. They come from New York. He said from China Town. They will try me. From China Town?! He said it's China Town. He said that they are almost trying to try. So he is having to go away from that kid. You do not take the big car. Yeah, who takes the big car? I have no idea. The one who is at the back takes the big car. Right. That's a good idea. That's a good idea. Perfekt. Problem gelöst. No problems anymore. No problem for us. Okay, guys. Let's get this going. So we can drive away, okay? Everybody's fine in here. Richard Strakus, who want to make money, you know? I'm not singing, I'm talking English. Do you speak English too? Perfect. I can do a little bit of German. No, I can do a little bit of German. Yes, howdy. No problem, if you want to speak German, it's no problem. I understand. Do you understand me? Yes, I understand you so far. Would you take the gun away from Alabama? If you're from Alabama, then we can probably talk a little bit better. What's with Alabama? Do you come from Alabama? No, no. I'm from New York City. No, I'm from Germany. Germany? Right. Okay. Okay. Yeah, we are sitting on both trackers. We just want to go away. We just want to go away. We just want to go away from the trucks. We just want to go away from them. We don't want to go away from them. We want to go away from them. We call them spike strips in the US. So we don't want them. We don't want them. You just don't want them on the street. Then you can fly up on the road, yeah? Okay. Wenn sie das so richtig verstanden haben, dann ja. Die denken, ihr wollt euch hören, wenn wir in den Zirkel sitzen oder sowas gehen. Wir wollen einfach nur in einem freien Abzug, wir wollen mit echten Alkohälen fahren, und dann mit den Trucks einfach abhauen. Haben sie Geisel überhaupt? Wir haben einen Geisel. Er ist von New York City, aus Chinatown. Ja, ja. Ich weiß nicht, er ist von Massachusetts. Er ist von Chinatown. Hey, wir brauchen mal kurz ein Bruder, ein Bruder, von meiner Mutter. Ich habe Maraus hier. Ja, ich habe Maraus hier. Ich habe Maraus hier. Ich habe Maraus hier. Ich kann Englisch sprechen, damit ich mich mit der Fahrtlose verstanden habe. Es geht schon. Ich denke, das Englisch ist nicht gelieb aus dem Eck, aber es geht halbwegs. Ich denke, die Polizisten nicht lernen, dass ich Englisch spreche. Ich weiß nicht, dass ich es ganz verstanden habe. Ich weiß nicht, dass ich es in L.A. Nein, er ist nicht in L.A. Er ist in Deutschland. Er ist in Deutschland. Er ist in Deutschland. Er ist in Deutschland, so er kann nicht Englisch sprechen. Ich denke, er weiß nicht, Katten Eichel. Ich weiß nicht, Katten Eichel. Ich weiß nicht, Katten Eichel, aber wir können es versuchen. Das ist richtig, schon. He wants to talk to you my friend Come on Audi, my friend Come on cowboy, let's talk to the police man Come on cowboy Mir geht's gut Was? Are you lost? Nein, nein Mir geht's splendor, ich muss ein Raiden sonst Er schießt mich Er schießt ihn, we're shooting him In the head Or in his foot or something like that You like that He's a little cowboy today You did a pretty good job to be a cowboy Come on, let's go in again Come here You talked enough Come on, get in here You talked enough Everybody's fine Everybody's fine Okay, Mr. Policeman You've seen We have a hostage And Oh, ich bin Ich bin ein Deutsch Sie haben gesehen Wir haben eine Geisel Der ist gut Ja Ja, wir wollen einfach weg von hier Wir wollen weg von der Bank Okay Wir wollen wegdreifen Ohne Nagelbänder, ja? Without any Spike Strips, ja Ohne Nagelbänder Okay Wir wollen weg von hier Und mehr wollen wir nicht Mehr wollt ihr nicht? Okay Wir wollen nicht mehr Wir wollen einfach weg Und sie bekommen Diesen wunderschönen Cowboy Aus Chinatown Ja gut, dann würde ich meinen Kollegen das einmal so erzählen Und dann Wann soll es denn losgehen von ihrer Seite? Ja okay, let's go guys Dann machte mal eine Besprechung Und dann kommen wir her Wir wollen so schnell wie möglich weg Wir wollen pushen, pushen, pushen Wir wollen durch Wir, 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 wir need a bit of space here A bit of, a bit of, a bit of space We need here He wants a little, little piece of space He wants a little piece of space Kriegen wir hin, kriegen wir hin Ja, ja, ja Der Verstatt hat sehr wenig Englisch Jetzt müssen wir ein bisschen kucken Jetzt müssen wir ein bisschen deutschlandy Demain Es ist ein bisschen schwer Aber wir kriegen das hin So sieht gut aus Wir kommen, glaube ich, gut weg Wenn wir gut sind Oh, das ist sehr gut Ja, müssen wir ein bisschen abwarten Der Polizist hat kein bisschen Englisch gesprochen Ein bisschen, a little bit Weil der hat sich ein bisschen schwer getan Mit unserem Dialekt Ja, die Versammlung Die machen jetzt eine Versammlung draußen Siehst du mal, wie die Versammlung da draußen Ja, der ist auch versammlung Jetzt müssen wir nochmal besprechen So Jungs, wir gehen nochmal besprechen Kommen wir alle zusammen in die Raum Nach hinten in die Room Let's, let's do a little bit of talking 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 We can the Geisel Und let the line Alasson here Kommt einmal bitte Auch nach oben Die jetzt schon mit dem zu tun Und haben die Geisel Einfach auch mit nach oben nehmen Okay Einfach lassen wir uns nochmal besprechen Also wir werden ein bisschen blocken Äh, wir werden uns blocken Wir müssen das ohne Wir müssen ohne Geisel reden Weil sonst können die vielleicht Kannst du noch etwas weiter gehen? Das ist richtig. Es geht darum, dass die Geisel aufpassen, die Geisel kommen da noch hinten. Die stellst du da an die Ecke, dass es nichts hört, ja? Dann flüstern wir alle gemeinsam miteinander, ja? Ja. Du verstehst? Perfekt. Wir fahren alle über den West Highway, verstanden? Jeder weiß, wo es hingeht. Ja, wir fahren sowieso im Konvoi, oder? Alright, das war nämlich noch wichtig, dass wir alle miteinander zusammen auf den West Highway auffahren und keiner falsch fährt. Perfekt. Ja, du wärst das erste Weg gefahren, oder? Ich fahre zwei danach und dann einfach drei nach, alle. Yes, let's do that. Ja. Hört sich gut an. Dann ziehen wir durch. Am Ende machen die letzten zwei. Wer macht die Block? Die letzten zwei. Oder die letzten drei. Aber... Ich weiß ja, ich hab die ganze Scheiße. Sollte ich dann nicht vorne eher sein. Der ist auch vielleicht bei vorne sein, ja? Das hier hinten, weil dann... Weißt ja. Ja, mein Kleine. Hier ist es schon besser. Das ist schon ein bisschen beruhigt. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich komm dann. Ich bin gespannt. Ich hab meine Idee für dich. Spring hier runter, komm. Ich soll hier runter springen. Auf der Sofa. Man tut sich nicht weh. Ich springe mit dem Fuß. Auf der Sofa. Perfekt. Okay. Setz dich auf der Sofa. Mit Abraben. Wir warten jetzt. Was ist die Polizei? Sog, wir gehen jetzt mal raus. Und dann schauen wir mal gleich mal. Bis jetzt weiter geht's. Ich hab mal raus. Ich hab mal raus. So was los. Hallo, die Polizei ist hier und wollen Sie mit Ihnen sprechen. Also die Kollegen sind bereit, soweit ich verstehen habe. Und Sie auch, ne? Sind Sie bereit? Wir sind bereit. Wir sind bereit. Aber bitte machen ein bisschen Platz. Denn wir haben ein bisschen große Trucks in hier. Also es wäre gut, wenn Sie hier ein bisschen Platz machen können. Hier auf der Straße. Es ist okay. Es ist okay. Lass mich in der dritte. 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 Ist es genug Platz? Okay. In der dritte ist es genug Platz. I don't want to see any spikes strips. Is it okay so for you? Yeah? I don't see any spikes. Let me see if you place some spikes on my vehicle, okay? No, no. We have no place spikes. Aber you can get a show of spikes. But yes. Let me see if you put some spikes in there. There are no spikes. There are no spikes. There are no spikes. Well, obviously. No spikes. Okay, no spikes. No spikes. Okay, please. No spikes. Nein, wir haben nicht. Wie viele Leute hier sind und flüchtig mit allen LKWs oder wie? Wir haben noch ein bisschen Deutsch, aber vielleicht verstehen wir mit dem Dialekt schwer. Bitte, ja. Wir haben ein grosses Package zu machen, wie wir sagen, für Klackenbell. Wir müssen Klackenbell fahren. Für die 110% meat. Wir haben 100% meat. Und das ist, warum wir die Cargo machen müssen. Wir müssen Schippen. Schippen. Lieferung. Er hat ihm gesagt, Lieferung. Es ist eine Lieferung. Wir müssen eine Lieferung machen. Und wir haben nur noch ein paar Zeit. Wir müssen das sehr schnell machen. Sehr schnell. Ich verstehe dich. Ich frage noch mal kurz, wie weit die Kollegen sind und sage ihnen noch mal Bescheid. Ja, ja, ja. Let's do this guys. Ich glaube die Polizisten bräuchten einen Übersetzer. Irgendwann kommt einer drauf, der einfach Chinesisch spricht. Und keiner versteht ihn. Hosen scheisse. Ich meine hier in Bremsstein. Den Hosen scheisse mit der Bremsspur nehmen wir gleich mit, ne? Ja, du kleine Hosen scheisse mit deiner Bremsspur. Kommst du immer auf. Was ist mit der Bentypoo? Du sagst nicht nur 1 oder 9 zu mir, sonst kriegst du von mir eine Wagenessler 14 Tochter Shield Rekord. 9. Wie 9? Ja. Was ist mit dem Arsch auf der Bremsspur? Ja. Ich meine, ja. Ja, was ist hier? Ja oder nein? 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 Was? Ja oder nein? Shut up. Ah ja, Kollege. Seine Truck ist im Hinterringang. Und der Truck ist im... Okay. Okay. Yes. Perfect. We have to wait until everyone is in the truck. So, wie sieht es aus, Jungs? Ja. Jetzt sind wir bei einem bisschen mit der Alabama Musik anmachen. Das wird voll aus der Alabama Crew kommen. Wie sieht es aus, Jungs? We want to drive away with our truck, so yeah. Zwei Menschen, wir wollen jetzt mal... Zwei Menschen, wir wollen jetzt mal... Wir wollen jetzt mal... Wie... Wir wollen... Können wir jetzt nicht wegvon, Jungs? Er spricht Chinesisch jetzt mal falsch aus. Sorry, wir kommen... Wir kommen in Österreich, da spüßt du's mit K aus, wirklich. Und dann kann es gleich losgehen, na? Oh, alright. Soll ich jetzt, äh, Entschuldigung, chinesisch. 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 Chinesisch ist auch falsch, das heißt eigentlich chinesisch. Chi, nicht chi. Chinesisch. Chinesisch, so. Ist das okay? 22 und 24, also in zwei Minuten? Alright, let's do that. Super. Aber wenn du in Österreich lernst, das ist leider mit K. Genau, aber, aber das habe ich dir schon mal gesagt. Bei uns in Österreich sagst du chinesisch oder chinesisch mit K. Aber Giraffe musst du Giraffe sagen. Das ist so dumm einfach. Aber bitte sei es mal nicht böse. Österreicher, sprechen Sie also aus. Wir haben es so in der Schule gelernt, tatsächlich. Ist kein Scheiß. Wir haben es so in der Schule gelernt. Aber eigentlich, China ist auch falsch. Man muss, China, China. So, ch, ch. Das ch, das ch ausspricht. Das ist eigentlich, ähm, laut Duden das Korrekte. Könnt ihr ja mal googeln. Soll ich dann hierbleiben, oder? Aber ich glaube, wir haben andere Probleme, als dass wir hier jetzt einen Bankraub haben, oder? Ja, ich gehe mit raus und dann... In Bayern auch, ja. Aber ich glaube, viele checken eigentlich, dass aus Österreich kommen, irgendwie. Okay. Dann macht man nicht hier in den Mamas Hose rein, die Bremsspure, man. Die Leute schreiben in Bayern, oh, da kommt halt drauf an, wo du wohnst in Bayern, ne? Oder wie du es halt lernst von der Familie aus, weißt du nicht. Aber in Österreich sagen es fast alle. Weißt du, keiner sagt Chinese. Das hörst du in Österreich nicht. Oder China. Das hörst du nie in Österreich. Oh, Freunde, wir müssen gehen. 24. 24. 24. Let's go, let's go. 24. Let's go, it's 24 jetzt. 24. Here we go, youngs. One mistake, the hostage. 15. Jin Sorgst denn mal draußen, dass ich hinten einsteige, wirst du auf mich sparen. Ok, jetzt wollen wir alle auf Position. Wir будем alle auf Position, jungs. 4. Ich bin hinten in der Druckmaschine. Ich bleibe einfach hier. Du bleibst, du stehn bis alle da sind. Sind alle in ihren Tracks. Okay. Okay. 3, 2, 1, go. Ich freue mich, dass das Sinn hat. Jemand hat seinen Anhänger verloren? Oh, sieht nicht aus. Okay. Perfekt. Ich glaube, du hast was bei den Augenbrauen. Haha, das wäre jetzt ein bisschen kerlisch. Haha, wie das aussieht. Haha, wie das aussieht. Haha, wie das aussieht, der Truck. Haha, wie das aussieht, der Truck. Alter, muss ich Angst haben? Muss ich jetzt Angst haben, dass mir das Ding einholt? Muss ich jetzt Angst haben, dass mir das Ding einholt? Oh, ne, Alter, wir ziehen durch. Ich habe so Angst, dass mir der reinfährt. Ich habe so Angst, dass mir der reinfährt. Hey, der Typ hinter mir. Kannst du ihn mal anhalten und mal den abhängen. Der ist nämlich ziemlich... Ich weiß nicht, der attackiert mich gleich, den Anhänger. Ja, der Anhänger, der ist ziemlich kerlisch. Der attackiert mich gleich. Was? Egal. Der Anhänger ist alles gut. Nee, der Anhänger, der attackiert mich gleich. Bei mir Anhänger ist alles gut. Ja, aber wenn der mich attackiert, habe ich ein Problem. Die attackiert niemanden. Was sagst du? Wenn es passiert, dann... Hey Mann, was... Ja, schon passiert, siehst du? Das meinte ich. Ja, es passiert. Ich hab's dir gesagt, mach's nicht. Ah, ja. Ich hab's nicht. Jetzt kannst du besser aufholen, bis du schneller es willst. Ich weiß Anhänger. Warte, ich muss aufholen. Ich muss ganz hinten aufholen. Du fährst auf einen schlechten Truck, tu den... Tu den Truck weg. Mr. Policeman, I have to go. Wie das Sinn hat, Alter. Wir müssen zusammen bleiben, okay? Ja, ja, wir sind zusammen. Hey, Mr. Policeman, Man, don't ram my truck, man. That's not very nice from you. Don't ram my truck, man. Hey, yo, I have a very nice S-Ford here. I love that shit. I have a very nice S-Ford here. I love that shit, man. I have a home feeling protected. Because my Alphen in the forum die ganze irgendwie bullshit reinzuschreiben. Dankeschön. I have not the fress out, wenn man nichts zu sagen hat, okay? Turn on the radio. There is full concentration, Jungs. Ich weiß nicht ob das funktioniert, ich glaub nicht. So, damit ihr ja mal alles zuhört, wenn wir auf diese Brücke fahren, dann probiert die ersten, die ersten wie wir sind in Schlangenlinien rein, zu fahren, damit die keine Platz haben, okay? Also Schlangenlinien. Wir müssen ein bisschen aufbauen. Ein bisschen langsamer werden hinter mir. Eine Polizei für Platz 4. Sie dürfen nicht auf die Brücke fahren. Ja, wir sehen. Nicht auf die Brücke, Mann. Das ist nicht gut, Mann. Ich hoffe, Sie fahren nicht auf die Brücke, Mann. Okay, es ist Vollgas, ja? Das sei Lauf? Steig. Bisschen langsamer. Bisschen langsamer, bisschen slower. Foyetumant Zombies in der Chrysler Okay, left, Jungs, und jetzt geht's los. Abkoppeln, Leute, abkoppeln. Danke an die Dippe, der so reingefahren ist. Ja! Ja! Es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Ja! Es hat funktioniert! Ole, ole, ole! Ich bin wrecked, Jungs! Ah, jetzt krieg ich wieder Normalreden, ich bin weg. Ich bin auch relativ wrecked. Ja! Ja! Yes! 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 Und wie wir wechseln. Ey, das hat funktioniert mit der Brücke. Die sind nicht durchgekommen. Die hatten richtig Stress da drauf. Das hat funktioniert. Und es war so einfach eigentlich. Also der Plan war wirklich einfach. Das war seit langem wieder der einfachste Plan ever. Aber das halt aufgeht, ist halt die Frage, ne? Okay, hier fahr ich nicht runter. Aber super scheiße, wo fahr ich denn jetzt hier runter, Alter? Ist noch jemand da vom... Ja, gut. Notfall halt. Nicht, dass ich hier oben abbrecke, oder war's das? Sind sie in irgendein Busch? Das ist auch in irgendein Busch. Ich glaub sich, dass das funktioniert hat, Alter, das war so easy. Ich bin sehr, sehr nahe, ich bin sehr, sehr nahe, ich bin sehr, sehr nahe. Oh Leute, das war echt gut jetzt. Kommen wir mal an den Standort, an Jonas. Oh, ein Hirsch. Ein Hirsch mit Gweisch, ja? Mit Zahn, sowas. Der Chat schreibt GG, alles war richtig geil jetzt. Einfach mit dieser Stimme und dann, die Kopf hat sich ja genervt. Ich dachte, kein Englisch. Aber hey, sie haben ihr Wort gehalten, sie haben uns wegfallen lassen. Sie haben, sie fanden auch krass, sie haben nicht gerammt oder so, oder probiert uns anzuhalten oder sowas. Was hätten, ich dachte, sie werden probieren, mit den Birke zu fahren und uns anzuhalten. Oh, hallo. Also ich hätte jetzt alles verwertet, was die uns rammen oder sowas in der Art, ne? Dass die uns irgendwie einbauen, probieren oder so. Und dann wärs Orsch gewesen, muss man sagen, für uns. Und siehst du, man kann halt nie wissen, ob die Cops mal nett sind oder nicht. Das kannst du halt nicht. Ich glaub, die fahren durch die Büsche. Ja. Ja. Hast du dein Motorrad nicht gehabt oder was? Po, po. Ja. Ja. Ich muss abhauen. Haben sie sich grad gesehen oder was? Da hab ich mich grad was getraut, ne? Ey Leute, daumen wir nochmal fett auf den Like-Button, komm. Geh jetzt mal raushauen hier. Daumen mal drauf, aber volle Wäsche. Lass mal ein Like da für diese Aktion, Alter. Bank mit fetten Trucks gemacht. Ey, Bruder, lass uns mal schauen, dass ich nach Dings komme. Ey, wir schicken Jonas für den Standort. Wenn ich Glück hab, krieg ich's hin. Deine Nummer nicht. Äh, findest du noch bei Jobs? Ich tue mal meinen Helm ab. Boah, Alter, ich werd jetzt was drunter gemettet. Alter! Boah, das ist grad knapp. Wir sind in der Nähe. Hä, wo sind die? Da, ja. Bei mir ist es ja wie vom Kleidungsladen herröben da. Nicht weit weg von da, wo wir umgestiegen sind. Ja, okay, ja. I'm all the way up, man. Bist du weggekommen? Habuup! F***ing, man. Bist du weggekommen? I'm all the way up, motherfucker. Okay. Ich bin grad voll drauf, Alter. Ich bin grad von Nashville, Tennessee. In meinem gitu All-Time-Roadmap. Ich bin jetzt in der Hollywood Hill, Mann. Ich bin jetzt in der Weg, Mann. Ich bin so konzentriert, dass ich da durchkomme. Jonas soll ich versuchen selber rückzukommen? Ich habe gedacht, ich habe die Cross-Maschine noch reagiert. Wo? Bist du mich abholen musst? Versuch einfach wegzukommen. Es sind keine Cops mehr. Irgendjemand bei dem Observatorium in der Nähe? Wie geht's dir noch gut? Jo. Okay, weil hier schweren überall Cops rum. Ja, vor der Weile noch nicht da vorne. Da vorne echt noch Tausende rum. Ja, ich muss definitiv auf dem West Highway abbiegen. Ja, wo denn? Genau da bei der Straße, wo der Waffenladen ist und der Feierungsladen. Das darfst du nicht mehr. Ich bin deshalb Palito gefahren. Und Palito ist nichts. Ich bin schon wieder in der Stadt, der Hollywood-Health. Du hast aufhören, so scheiße zu reden. Ich habe das gerade in einem vollen Gefühl. In einem vollen Gefühl? Sieht jetzt aus wie ein Mechaniker. Du musst unbedingt meine Frisuren so wieder abändern, das geht gar nicht. Das ist der Sound, der Spende. Alter, der Hammer. Ich finde es Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer. Ich weiß, dass du übertrieben Hammer bist. Müssen wir das Ding schnell rüberfahren. Hoffentlich klappt das. Ich bin jetzt gerade in die Hollywood Hills. In Hollywood Hills, Bruder. In Hollywood Hills. Noch Abholung? Ob du eine Abholung? Ja, ich bräuchte eine Abholung. Dann schick mal ein Standort an, äh, Papino. Stecks. Muss ich wieder eine halbe Million das einzuparken? Boah, Alter. Auf welche Nummer soll ich schicken? Na gut, ist eh egal. 90, 96, 0. 5.800 Dollar, Alter. Richter Mario, hey. Wann kommt eigentlich eine Jacke von dir? Wurde, würde ich mega finden. Äh, wir haben noch keine Jacken, aber... Vielleicht irgendwann mal. Wenn Leute Jacken wollen. Ich finde, eine X-97 Jacke wäre heftig. Mit der Aufstieg hin. So eine Stickung wäre halt geil. Eine Jacke mit Stickung würde ich übelst geil. Aber wäre das sicher teuer, sowas zu produzieren. Aber cool wäre es. Alter, wir sind jetzt komplett weggekommen, Leute. Leute. Das war richtig geil. Wir sind einfach weggekommen direkt. Ja. LQW-Fahrer sorgen für Chaos. Ein LQW-Fahrer in einem Banküberfall. Ja. GameYouTube, danke fürs Reets haben. Äh, Marcel. Echte LQW-Trucker machen einen Bankraub und reden mit dem LSBD-Englisch. Ja. Danke, Robert, mit Ehrenhaften Fies. Danke, Marcel. Ja. So. Wals Gaming-Stube. Mir geht's gut. Muss leider hier schreiben und spenden, weil ich im Chat kann ich ja nichts spenden. Äh, müsste gehen. Ich hab... Ich hab vor kurzem... Ach, warte, weißt du, was sein kann? Let me see. Weil ich hab bei YouTube vor... Das war jetzt ein halbes Jahr. Hab ich das Problem gefixt mit dem Unban. Da hat nämlich ein Kumpel das selbe Problem gehabt. Ich glaub, ich bin nicht direkt am Anwesen. Die haben das jetzt gefixt. Lass mal kurz gucken, ob du bei mir noch... Direkt zum Anwesen. Ich glaub, ich hab das... Warte mal. Kanal Info. Genau, so ein paar Meter. Wo ist denn das denn hier? So. Lass dich schaffen. Warte, so. Ich schau mal, ob's bei dir auch funktioniert. Ja. Du bist entblockiert. Du bist nicht mal blockiert bei mir. Ähm, das hat YouTube... Äh, jetzt weiß ich wieder, bei wem ich das noch nicht gemacht hab. Weil YouTube hat bei mir ne Woche lang am Kanal was humprobiert, bis es irgendwann mal funktioniert hat. Das war wirklich ein YouTube-Bug. Und ähm, tatsächlich hab ich jetzt ganz viele Leute wieder entblockt bei mir. Aber du warst bei mir noch auf blockiert angezeigt. Jetzt hab ich dich entblockt, jetzt müsste es funktionieren. Schreib dann, äh, also Valks Gaming Studio müsste funktionieren, wenn du sowas reinschreiben kannst. In den Chat. Ja, ich bin mit offen. Also nicht, ob du jetzt auch da aktiv bist. Das war vor 26 Minuten, als du mittonated hast. Aber ja, sollte jetzt wieder funktionieren. Nach, äh, wirklich Jahren herumgedönst mit YouTube-Support. Und der eine Support, der einzige, der mir weiterhelfen konnte, war dann der deutsche Support tatsächlich. Der englische konnte mir da nicht weiterhelfen. Deutscher YouTube-Support, ehrenhaft. So. Ihr wisst, dass ich jetzt mache, ich kaufe ein neues Auto. Weiter, 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 weiter. Stopp. Jetzt kannst du runter, darfst du dich erwarten. Ich erwarte euch am Abend. Braucht jemand Abholung? Kronos, danke für deine Donation. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas nicht vorgesen? Da wurde noch nicht erst vorgesen, gell? Devin, wie geht's? Ja, gut schafft ihr auch, mein Lieber. Dankeschön. Das haben wir auch vorgesen, glaub ich, ja? Alles vor, Gläser. Die Gaming-Stübe. Schau mal, ob er was rein schafft, aber ich glaub, er ist nicht mehr da. Schade. Ich hab irgendwie, dass ich es gesehen hätte. Außer ich sing grad im Chat nicht, das kann ich auch sagen. Oh, lieber Bart, auch danke für eine Euro. Dankeschön. Ich geh mir heute Auto kaufen mit dem Geld. Ich sag mal, wieviel haben wir denn erbeutet eigentlich? 600 bis 800 KM ist es mindestens so 40 Diamanten, 44 Gold, oder? Es sind 32.000 Schwarzbinder. Wieviel? Es ist schon am Anwesen ins Lager jetzt gerade. Okay. Ich würd sagen, teilen wir auf. Letztes Mal haben wir immer alles eingesteckt. Also, let's marvel in der Firmenkasse. Ich würd mal waschen. Ja, wär gut, wenn du nicht mal waschen würdest. Das würd sehr vielen Leuten helfen. Ich geh mir raus für heute. Bis morgen. Tschüssi. Na, tschüss. Ich hab ja ganz den Leuten geholfen. Da wär ganz den Leuten geholfen. Ah, mein Sprit ist gleich leer. Nix gut. Ich bin auch halb verstanden, oder? Oder? Mein Sprit! Er darf nicht fast leer sein jetzt. Ist gut, dass ich mal Grundpersonen mit einem Charakter, aber ist da ein anderer Charakter jetzt. Er ist mit dem Marvin. Das war aber nicht Marvin. Marvin ist ja mit der hohen Stimme. Ich bin der Marvin und ich bin da. Alter, Jonas, dankeschön. Da ist ein Bankraubraub. Dankeschön. Ein Bankraubraub. Dankeschön. Er hat 20 Euro Superchat. Danke, danke. Kuss, kuss, kuss. Kuss, kuss, kuss. Also, ich hab jetzt 44 Diamantboxen, 44 Gold in die Kammer gelegt und 432k gewaschen. Der Bruder, 3er BMW. Nein, das sieht man. Schade. 3er BMW. Sabu verlauft so, dass ich leider nix verstehe. Ich hätte nicht gedacht, dass da nicht hier durchkommen würde. Oft sind die einfachen Pläne die richtigen. Wir sind doch einmal schnell unser Pay hin. Bei dem Hof, wo du die Garage hast. Robert, mein Name ist. Ach, schau, Weiß Gaming Stube kann wieder schreiben. Jawoll. Funktioniert. Siehste. Nach Jahren endlich wieder dabei sein können. Ist das nicht schön? Ich wusste, ich hab ihn vergessen. Das war dein Kanal, wo es nicht funktioniert hat. Genau. Umso besser, dass es wieder geht. Wie geht's? Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. So. Geht wieder. Ja, ich hab's gesehen. Perfekt. Danke für den Zehnern, nochmal Super Chat. Schau, du kannst jetzt sogar Super Chat Donations machen. Ich meine, das funktioniert jetzt. Naja, aber es war echt, ähm... Ist aber seit einem halben Jahr gefixt. Ich hab nur vergessen, dass es bei dir auch war. Äh, Waisel hatte bei mir das Problem. Wazel war das ja, Wazel hatte bei mir das selbe Problem Wazel konnte bei mir auf den Kanal nicht schreiben Dann bin ich auf seinen Kanal gegangen Der hat null Abonnenten oder so Und der hatte einfach bei mir Weil er blockiert auf dem Kanal Obwohl ich ihn nie blockiert habe oder sonst was Da stand einfach blockt Und scheint es, dass ich weiß nicht wie es funktioniert YouTube konnte mir auch keine Antwort drauf geben Was da passiert ist Die haben nur gesagt, das ist jetzt gefixt, das Problem ist behoben Dass dann Leute bei mir blockiert waren Aber ich sehe auch nicht wer bei mir blockiert ist Ich muss auf den Kanal gehen Und sehe ich wer geblockt ist Vielleicht sind auch ganz viele andere geblockt Und ich weiß das gar nicht Das ist halt voll der Scheiße irgendwie So, jetzt aber Haare nochmal schön machen Magrumpes Haare brauchen wir Obwohl die übelst nervig sind Weil ich nichts darüber anziehen kann Also keine Kappen und sowas Das nervt Und ganz wichtig Der Bart Perfekt Du kannst im Tattoo-Lande einen Haaransatz machen lassen Ja sicher kann ich das Ja Gary Price bitte beim LAPD melden Oh Gott Alter Ich bin ins Karma Der eine kommt, der andere geht Du wirst Was, ne? Ich verstehe nicht Ein Profi-Forten-Spieler von 240 Wo seid ihr alle? Gleich Hauptplatz Jetzt auf dem Weg zum Gelände Oder wo soll man hin? Gelände, wir warten schon Ja, ich bin gleich da Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter Ich fahr ganz normal mit 80 hier Also wirklich Immer diese Raser Ach, ich fahr hier ganz normal mit meinen 80 Aber das ist knapp, Alter Ich dachte, ich raste jetzt Ich wollte die Kanne rein, gell Oh, war das knapp Huch, meine Finger Äh, ja, das war echt knapp jetzt Haarscharfer das Scharfer Nicht haarscharf, sondern scharfer Wenn sie sich ja auslachen, wenn ich mit dem Outfit komme 100 Pro wäre ich dafür ausgelacht Ei, ei, ei Mit dem Tree-Bike Ganz schnell was abholen, Leute Ganz schnell was abholen Oh, ist das langsames Tree-Bike Oh, wobei Man wird schon seine 60, 70 Alter, stimmt Oh, jetzt fahrt sie 70 Schau mal 70 73 73 km Mal mit dem Bike Aua Gut Wenn wir nicht noch ein Auto heute holen Das war mir ganz wichtig, dass ich das hole Das heute wieder gesehen habe und jemand das hatte Und ich will es unbedingt auch haben Also hole ich es mir jetzt 50.000 sollte aufbrechen Oppala Soll ich 500.000 Oppala Upsi Entschuldigung In der Limousine Will den alten BMW haben Wo ist er denn, der nicht Nein, nein, nein Nein, 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 nein Nein Ja Den hier Den will ich haben Weil du den so geil tunen kannst Kostet einfach 50.000 Dürfen dem Baba den wagen Ich find's Baba Wie ihr euch bewegt In einem Outfit Baba Echt unglaublich Baba Ich weiß, dass du übertrieben Baba bist Ich weiß, das Lied geht anders Okay, jetzt Scheidetönung Full Ja Ich lass weiß Oh, warte Ah stimmt, da kann man ja den Motor umbauen Stimmt, da war ja was Das ist ja das Auto, wo du Motorumbau machen Kannst Anbauteile Auspuff Boah, Alter Der eine Auspuff In der fette Mir tut Butti immer noch so leid Weil ich ihn mitgenommen hab Der arme Butti Okay Viel brauche ich noch nicht Ich will ihn eh so Standard wie möglich lassen Dann war Wir sollen nicht so ganz krank blöd aussehen Alter Bodykit Ja sonst sowas Ich find den Auspuff Irgendwie hätte der was Wenn ich das an den BMW dran baller Weil es einfach nicht dazu passt Wisst ihr Gut, das ist halt Das ist halt ein ganz anderes Kaliber Die warten sich ja alle schon Und ich bin an der Tuning Garage Aber ich will damit halt ankommen Wie hätte das was Aber ich weiß nicht Das macht das Auto so kaputt Aber Nee komm Wie geh ich mit denen hier Frontstoßstangen So Boah ey Das ist so schwer Ich glaub ich lass die Standardfront Ja ich lass die Standardfront Soher hab ich auch gesagt Dass ich Standard Motorhaube Dass ich Standard Spoiler Dass ich Standard Äh Felgen Das ist halt nicht so tief Vielleicht das ist halt tiefer Aber egal Überfall Ja Ich läd's gleich vor Ich mach noch schön mein Auto Für dich Ist ja nicht so Das andere auf mich warten Gerade Ist ja gerade nicht so Dass ich mich aber Jetzt gerade nicht entscheiden Kann welche Felgen Ich fahren möchte Muscle Luxus Vielleicht Ich suche gerade Die BMW Felgen Aber irgendwie finde ich die gerade nicht Vielleicht tiefer Nee Hamann Ja ich weiß nicht Dann gehe ich ja nochmal Sport Mein Gott Das ist ja wirklich Die BBS Die sehen halt immer geil Die BBS sieht auf jedem Ding geil aus Aber Ich möchte eigentlich Kommt in schwarze Felgen Aber die Felgen hier schauen so komisch Klein aus Ah nehm ich die hier Passt schon So Motorblock kann man unbauen Scheinwer Verlassen Oder was Seitenabdeckung Ah Brokkoli So Bockel die runter hängen lassen So die Frage Will ich das Eigentlich ja nicht Passt schon Perfekt Bin unterwegs Mit meinem neuen Auto Wo ich jetzt gerade 80.000 Dollar Ausgegeben habe Für Ist nicht angemeldet Ich bin jetzt unterwegs Sind schon alle da Alles gut Ja Oh mein Gott war das knapp Bockel ist kurz von Alabama Auf Marskant hier gewechselt Was ist das angemeldet Was ist das angemeldet Was ist das angemeldet Was ist das angemeldet Von Alabama nach Marskant hier Okay Voll verrückte Wanko hier Junge Okay Ja schön gesehen Mann Voll voll Feuerball Junge Ja So entrocken Ja ja ich werde mich gleich melden Anwalt anzusieben Aber wo seid ihr alle Am Anwälzen Genau Aber wo Also hier Ah da an der Ecke BmbM Hallo Hallo Ich bin ein Mechaniker He He Lass da ein tolles Durch die Gegend Ja Ja irgendwie muss er Ein Auto Junge Ich habe den gerade gekauft Für 80.000 Oha Mann Mhm Macht er auch hier Bei dem Auspuff Macht er auch So ein riesen Feuerball Junge Können wir schauen Ob der mal Probieren Oh ein Feuerball Ja macht schon Feuerbälle Doch doch Macht Macht ganz schön Lärm Verdammt Junge Hast du's gut bei mir Junge He wo bist du dagegen Gefahren Kühlergrill Mir ist mir reingefahren Unverbogen hier Kühlergrill Was machst du denn Muss hier unbedingt los werden Die Waffe Verdammt Junge Guckst dir das an Was sagst du zu der Hütte Ist schon geil oder Und schwarz Bis neben können wir mal mit Rikard um die Häuser ziehen Oh je Oh je Irgendjemand ist aus Das ist nicht schon mal Wie viel Vertrauen wir in die haben Außer Abob Oh mein Tank ist leer Jetzt wär ich euch wirklich fast reingefahren Weil der Tank leer ist Aber siehst du hat gut funktioniert Beim Driften Ist ein Drift King das Ding So was machen wir jetzt hier Ich geh jetzt dann schlafen Junge Also du gehst jetzt schlafen Machen wir gar keine Auszahlung heute Ich hab alles aufs Konto drauf Soll wir wieder alles in die Filmkasse tun Solange mein Friseur wieder bezahlt wird Na gut dann müssen wir mal eine fette Auszahlung machen Für alle Weshalb die die in letzter Zeit immer beteiligt waren Weil Ja Mach's gut Junge Ja ich warte noch ab Ja mach's gut Und wir sehen uns jetzt wahrscheinlich Am Karfreitag wieder Warte aber ist das nicht von Kate schon überslang her jetzt Ja doch Einen Monat Der Leichnam war so lange gesperrt Ach so Ich denk mir Ja komm Warte du wer ist jetzt weg Niklas ist weg Ich muss ja sagen Niklas hab ich jetzt nicht so In Erinnerung Der war ja in letzter Zeit Relativ selten Außer Haus Deshalb ja Das war aber nicht der Wo wir das Gespräch hatte Das war der mit der Frisur Was wir von den Biker geholt haben Mit dem Spitz da oben rauf Da Wie soll das erklären So ähnliche Frisur wie ich hab Aber mit so einem Spitz hinten rauf Meinst du den Müllsack Junge Korb Oder was Die Influencer Frisur Ja genau Meinst du den Müllsack Ach so Ich kann dich nicht mehr halten Ich schmeiß es uns weg Wenn du nicht haben willst Warte ich nehm den Teddybär Muss ich hier den Teddy nehmen Hier Ja Ich hab den Teddybär Er ist mit dem Motorrad gegen die Wand gefahren Ne Frontal gegen den Elkabell Ach so Er hat einen Insta-Post gemacht Ich liebe dieses Motorrad One last ride Okay Danach war er in der Verfolgung Dann haben wir gesagt Ja ob man irgendwas bereitstellen sollen Ob man helfen sollen Nö will er nicht Er kann das schon Und Zehn Minuten Viertelstunde später Kriege ich einen Anruf Von Noah Walker Vom LAPD Da hat er gesagt Ja Es sollen bitte alle von uns Mal ins Oceans kommen Dann hab ich gesagt Ist dringend Dann sagt er Ja schon Ja dann sind wir halt alle ins Oceans gefahren Und danach sind sie halt auch gekommen Und dann hat man Noah eben erklärt Dass sie gerade in der Verfolgung mit ihm waren Und er frontal in ein Elkabell mit über 300 Sachen rein ist Ja gut Jetzt sind wir mal zu den Happy Things Schauen wir mal was das Auto kann Hey yo Ich werd mich jetzt mal hinlegen mit meinem Daddy Siehst du das? Das Dachrafen zu machen Ist das nicht heftig? Das sind die Happy Things Mal was nicht kaputt Bei BMW Hey ich wünsche dir noch eine gute Nacht Ja gute Nacht Ja gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Das war geil Das war geil Ja ja Ich bin mal das Thema wechseln kann Gute Nacht Mit meinem Daddy kuscheln Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Ja weil dich denn wohl einpacken Den hab ich frisch gekauft Nicht dass das Tuning dann irgendwie im Pop ist Oh ne das ist ja komplett leer Ja mein Gott Was erleide ich sie aus wie ein Volltrottel Es tut mir echt leid So Aber wir haben jetzt alle langsam Ich glaub wir legen uns jetzt alle mal hin oder? Ja ja ich muss es auch so langsam Dann legt euch alle hin War ein schöner Tag Wir haben heute echt Spaß gehabt Das stimmt Das haben wir gemacht Jetzt haben wir was anderes Na gut dann Leute bis morgen Jawohl Bleibt's gut Bis dann Ich glaub noch was Ich geh jetzt eben nochmal versichern und nochmal einparken zur Sicherheit young hat sich fast ausgemacht Wait a second, ich mach die Waffe hinten rein ins Auto, damit ich sie wieder vergessen werde für 50 Jahre, dann vergiss ich die Waffe wieder, da hat man verkehrs getraut ich hab ja nix zu verbergern, wenn wir den Kopf drauf gucken, na klar doch, ne MP5 liegt hinten drin was kann ich mit danken für 2 Euro, vielen vielen Dank oh da ist was passiert, schau eieieiei wo ist was passiert hast das ganze Ding einparken, dann geh ich noch anmelden, dann geh ich noch das Kennzeichen dran bringen dann mach mal noch ein Wunschkennzeichen dran und dann guck mal was da machen mit der Kiste noch vielleicht euch doch da nen Auspuff dran und mach das so richtig so immer daraus so richtige Tunerkarre machen, wüsste wir mal schauen ich find so viel jetzt ist ganz geil eigentlich mein Gott, wir fahren heute alle rein, das kann doch nie wahrsteinen mit euch einer nach dem anderen fährt mir rein Max GGG, danke fürs EP werden so Seppi, jetzt wird nur noch 2 an, dann habe ich alles gesehen heute ja heute hatten wir alles gefühlt, oh schau mal nicht mehr kaputt gewesen, laut Angaben ist das jetzt ein BMW M5 da ist er F10 M5, da ist er die Türen ist noch dran, das passt bei wem? bei Tim? keine Ahnung Tim? ja den haben wir beim Raub jetzt ganz vergessen, ist der hops gegangen Glaubst du? wir haben ihn, wir haben ihn welpen verloren, wo ich bin wirklich? nein also ich dachte, ich hab mal zwischendurch gehört, als ich dich und Nibia abholen wollte, weil jemand der panisch gefunkt hatte ich war mir aber nicht sicher, ob der wirklich jemand panisch funkt, weil der panisch funkt oder einfach jeder hier versucht durchzupucken das wäre wirklich lustig das hat man nicht im Supreme Court das hat man nicht so verloren auf der Flucht und jetzt nicht aber jemanden aufholen ey, das hat aber keiner bemerkt, ne? ganz kurz, bitte leise, ich telefonier grad jetzt hin ich werde einfach zurückgelassen, voll verkackt, alter es hat einfach keiner gemerkt das ist da wo die Fenster so wir haben es wirklich nicht gecheckt, das ist das Auto wo die Fenster nicht gehen das muss ich unbedingt nochmal überlegen, ob ich das gefixt bekomme das stört mich schon bei der Karre ehrlich, Gzuckert naja egal, komm wir machen halt nur vorne auf jetzt das Ding hochfahren? so, jetzt sieht das noch was aus, oder? ach so ich bin grad nicht immer, wir haben sie verloren der Arme? Wolfi ist auf jeden Fall Papa des Jahres ah, zu lustig ich hab gar nichts gemacht das war ja das Problem ist er ins Krankenhaus gekommen und er hat Täterstatus oder keinen Täterstatus? ich weiß es nicht, er hat eigentlich grad gesagt zu meinem Telefon, er meldet sich jetzt im Funk, aber wir haben uns schon übel Sorgen um ihn gemacht, den Abgang äh, genau ja, natürlich besonders Wolfi ja, die haben sie verloren vermisst ah, der arme Bre alle haben ihn vergessen wir sind jetzt alle im joh, will schon sein oh nein, der arme Bruder boah, ich überleg so krass das durchzuziehen mit dem einen Auspuff da links boah, irgendwie hat das was ich weiß nicht, Leute es ist so eis äh, eis aus so, so nur China Tuning aber es hätte was wenn wir uns ehrlich sind die zwei fetten Rohre? ne na das hätte auf jeden Fall was die schwarzen Rohre? boah, die schwarze doch, wenn wir komplett lag machen dann sollten wir die schwarzen Rohre, ja gibt's die Carbon aber es hätte schon was hier, dass er ey, ich weiß nicht, Leute soll ich denn ein Rohr hier? was steht da drauf? HKS Alter, da ist sogar eine Teilnummer dran JDMO und wie findest du das? sollte nur JDM dann äh, ich find irgendwie halt das was Alter, ne, ne, ne was ist das der andere? ich find nicht ey, wir werden vielleicht den hier, ne ich find den anderen, der fällt dazu sehr auf der in hier, ne ok, das geht gar nicht ne, ich glaub ich hau den hier dran dann sieht das ein bisschen was aus so boah, alter, die Front ist aber auch heftig, ne hm na, ist die Standard schon schöner ja, ich find das passt so ich find das passt jetzt so Motorhaube Motorhaube vielleicht irgendwas kleines noch ne, ich find die Standard schon so aggressiv ich würd das sogar echt sonst lassen, oder? der Seiten ah, das ist ja die das Bodykit ist das ja Spoiler gibt's ja nur das Ding hier was ich jetzt nie so schön finde hm ah, ich muss ja tanken fahren, ne passt jetzt, jetzt bin ich aber zufrieden ja, ich find den schwarzen Auspuff besser viel besser ja, sieh jetzt sag was aus, das Auto davor war der Auspuff zu groß ja, feier ich mir, ja 10 von 10 Punkten der zu noch, äh zum, äh Dings fahren genau, zum Dings fahren wir noch und dann ist ja ready der Wagen Pascal Schmidt haut hier 50.000 mal raus Dankeschön Pascal nochmal ein 10er auch ein super Chat und hier ein 5er, nochmal ein 5er nochmal ein 91 alter Pascal haut die so viel raus Dankeschön wenn noch der, ähm Seppi immer vorgesen Timo, danke für andere 7 Cent Dankeschön Richter Mario das mit der Jacke, äh ich würde mir eine Jacke kaufen wenn du eine rausbringst herrlich wenn es eine kommen würde würde ich die selber auch gerne tragen aber ich sicher darauf angesprochen bist du das Lukas Seidel, danke für das 4P werden Dankeschön Syons Karma habt ihr eine 10 oder eine 15 Euro Spende gemacht und die beiden gehören zusammen ach, vielen Dank Syons Karma ja, jetzt verstehe ich was du meinst Ah, alles klar Alter, man 20 hat donatet vielen Dank vielen, vielen Dank an Syons Karma und danke Robert der heißt einfach Danke Robert im Chat Ehre geht raus so Enrico Pascal Kai grüße aus Mainz grüße zurück ich werde mich jetzt wie ein BMW Fahrer anziehen ich ziehe mich jetzt wie ein BMW Fahrer an oh oh eh jetzt bin ich mal ganz ehrlich der Beamer hat doch was oder oh nö, Bruder macht keinen Stress oh er macht Stress er macht Stress und wie er Stress macht und wie er Stress schiebt weil ich es nicht angemeldet habe glaubst du ich komme durch wenn ich sage ich bin Mechaniker das ist der Sounder für Spende also ich mach grad ein Kunden Fahrzeug fertig das ist noch nicht angemeldet bitte? das ist ja eh Kunden Fahrzeug ist noch nicht angemeldet ach so ach so ach so ja ich hab sie tatsächlich jetzt nicht deswegen angehalten ach so ja ich hab sie angemeldet wir sind grad mit 180er gefahren ach so ja ja ähm ja setzen sie sich kurz rein und dann äh machen wir das fix ach so perfekt genau komm ich damit durch wenn ich fake dass ich oh ich fake jetzt einfach dass ich Mechaniker bin ja ja ich muss meine Stimme ein bisschen ändern so ich brauche dann einmal den Viewerschnitt oder? ja bitteschön dankeschön das Fazit haben sie grad erst gekauft ja? ja so gut wie alles klar dann machen wir das jetzt vollendermaßen gleich ich eskortiere sie dann auch gleich fix auf Versicherung und dann können sie es dort anmelden ach sehr gut dankeschön kein Problem gut dann gebe ich noch fix hier den Strafzettel dass wir nur ganz schön umziehen wenns möglich ist mal aus meiner Arbeitskleidung raus ja alles gut ich gebe mir jetzt noch fix den Zettel und dann kommt oh dankeschön das ist ja nett die eine Radarfalle 1 zu 7 einfach ehrenhaft das ist halt Rechnung 1 zu 7 so bitteschön dankeschön dann kriegen sie einmal ihre Dokumente zurück ich warte dann kurz auf sie jawoll dankeschön dann können sie nur umziehen also jetzt ein Kundenfahrzeug wissen wir was ich jetzt machen sollte wenns ich mich da übelst lange umziehe dass der jetzt warten muss das wär so lustig ey wenn ich mich da jetzt übelst lange umsziehen würde Ich habe auch noch eine andere Rose. Ich mache jetzt BMW-Fahrer-Style, habe ich gesagt. Nicht ziehe ich jetzt an wie so ein BMW-Fahrer. Das muss sein. Zu Oberteil. Wir lassen jetzt voll warten. Ich brauche hier ein bisschen. Er hat gesagt, er wartet auf mich. Das ist einfach schön. Wo ist denn die Hose, die eine? Hier. Oberteil. Oh ja, das passt. Ja. Jetzt soll er am Melden fangen, bevor er sich wieder aufregt. Mit 35 kmh. Mit 35 kmh. Und der wüsste, wie schwer das zum Fahren ist mit dem kmh hier. Mit dem 80. Und überall rotes Auto dazu. Mit dem Auto tatsächlich unmöglich 80 fahren. Der dreht sich durch. Der möchte mehr. Der möchte halt mehr, der Brie. Die. Vielen Dank. Super. Kein Problem. Ebenfalls. Danke. Ciao. Ciao. Das hat geklappt. Der hat mich jetzt einfach her hingefahren. Am meisten sagen sie, ja abschleppen. Wobei es ist auch kein Abschlepper da. Wärts ein bisschen blöd gewesen. So Luca, danke fürs SIP werden. Vielen, vielen Dank. Profi-Fortnite-Spiele. Danke für 2.49. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Fortnite-Profi einfach am Start. Ich habe schon so viele Autos, ne. So viele Autos am Start. Warte mal, das ist doch... Achso, Bulldose habe ich nicht angebildet. Da war ja was, ja. Das ist er. CTC. Ist da was? CTC? Ja. Oh, oh. Stinky. Wollen wir mal in das Kennzeichen rein? So, ich möchte die ganze Zeit machen. Was soll ich denn da für Kennzeichen machen? Äh. Krats. Es ist gar stur. Was zum Betterman zu haben. Nein. Das ist das Wort für Kennzeichen rein. G-Martin. G-Martin. G-M-A-N-E-T-A-M-O-R-E-S-H. G-M-N-A-O-G-M-A-N-E-T-A-M-O-R-E-S-H Ist auch ein gutes Kennzeichen. Hm. Was mit irgendeiner Zahl, einfach so komplett random. oder irgendwas, wo sich die Cops echt ein bisschen schwer tun. Das sind schwierige auszusprechende Zahlen. Neun, nein, also neun, x, ne y, zwei, z, drei, p, p wegen p, p, a, e, e. Neun, y, zwei, z, drei, p, drei, e. Genau, drei. Oh, warte, das mache ich. Drei, e, p, 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 b. Ja, das ist es. Das ist es. Warte, ich habe es. Drei, ich suche jemanden mit drei, e, p, p, b, drei, e, b. Kennzeichen drei, e, p, p, b, drei, e, b. Das ist es. Anbringen. Das nämlich durchzugeben ist ganz schön schwer. Weil da denkt er, Kennzeichen mit drei, e, p, p, b, drei, e, b. Das ist super. Das ist das beste Kennzeichen, was ich mir jetzt gut rufe. Der arme Polizist, der mich als nächstes mit diesem Auto anhalten muss, dass das durch den Funk durchgibt. Ein komplettes Chaos im Funk. Das weiß ich jetzt schon. Nein, 3E 3E gesagt 3E, P, P, B Ja was jetzt, hartes P, weiches B Zweimal hartes P B, dann nochmal 3E Ja wie jetzt 3E, ja nochmal B Ja was jetzt, P oder B Oh, das ist so schön Man muss nur nachdenken, wie man das ausnutzen kann Das passt schon Ah, ja Kennzeichen 3E, P, P Du bist es viel öfters machen, so mit solchen Kennzeichen 3E, dann 2E, F Oder so, kannst du das auch machen Theoretisch Vor allem, dass du nochmal die 3E Wiederholt, weißt du Das ist sehr schön Für so bescheuerte Leute Das ist sehr schön Aber wie sieht das der Kopf? Scheiße, scheiße, scheiße. Ein bisschen langsamer, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Aber wie viel ich anhalten möchte? Ich hab gar nichts gemacht, ich hab gar nichts, gar nichts gemacht, gar nichts. Ich hab eine B getrunken, wirklich nichts gemacht, gar nichts. Nächstes Mal nicht so schnell der RBB. Kennzeichen 3EPP, B3EB. 3EPP, B3EB. Warum werde ich angehalten? Gar nichts gemacht, gar nichts. Gar nichts gemacht. Nix, eine B getrunken. Nix sonst gemacht. Hab gerade eine Rechnung gehabt. Scheiße. Hab ich dann noch eine High Speed, weißt du, was der andere gewesen ist, ob ich abhauen können? Kommen Sie. Das ist eine Führerscheinabnahme jetzt. Das ist eine Führerscheinabnahme? So wie es aussieht? Ja. Wer ist denn mit noch 5 Einheiten? Die letzte Rechnung, da bin ich ja 100, das war ja nicht mal 30 drüber oder so. Ja, vielleicht noch 50 Einheiten. Guck mal. Das sind 4 Einheiten. Wie viele in den Kopf sind denn überhaupt da? 4? Nein. Warum werde ich angehalten und der andere nicht? Warum werde... Der hat doch genauso Scheiße gemacht mit mir zusammen. Warum werde ich angehalten und er nicht? Einen wunderschönen guten Abend. Das LEPD. Ich hab eine B getrunken, mehr nicht. Eine. Ich bekomme immer einen Führerschein. Warum wurde der andere hier angehalten? Warum immer ich? Ich habe nichts gemacht. Der andere hat provoziert und ich wurde angehalten. Wirklich. Nichts gemacht. Gar nichts. Nichts gemacht. Dann spiele ich halt Flappy Birds. Gut, Herr Rumpe. Würden wir einmal aussteigen für mich? Warte. Ich spiele Flappy Birds. Nur gleich, wenn die Runde fertig ist. Warum wird das besser? Warte. Nur ganz kurz. Ich spiele Flappy Birds. Mal gründer fertig. Warte, bitte. Inno Flappy Birds. Ja, bitte. Aber warum ich angehalten und nicht andere? Steigen wir einmal bitte aus. Steigen wir einmal bitte aus. Steigen wir einmal bitte aus. Sie wollen den Führerschein, ne? Ich will auch von Ihnen meinen Alkoholtest. Also, wenn Sie Führerschein wollen, dann sagen Sie gleich. Dann gebe ich Ihnen einen Führerschein. Ich habe nichts getrunken. Nicht spucken, bitte. Es geht nicht. Bitte, bitte nicht spucken. Es geht nicht. Ja. Ich habe nichts getrunken, ne? Nur ein Bier vorhin. Am Mittag. Es geht nicht, Blase. Blase geht nicht. Wir können drüber Blase, komm. Weil da geht nicht. Ja. Hier geht Blase. Ah, ah. Lass noch mal. Geht. Geht. Gut herumwürfst. Trotzdem dürfen Sie einmal aus Ihrem Fahrzeug rausbleiben. Warum? Ihr habt nichts gemacht. Was habe ich gemacht? Was war das dann gerade eben an der Kreuzung? Mit dem Drift? Der war nicht Absicht. Der war nichts. Ich schwöre, der war nichts Absicht. Der war. Wir haben einen Unfall gehabt und wir haben dann geprüft, was los ist. Weil Auto dann kaputt. Bei mir war nicht viel kaputt. Bei mir. Gucken Sie. Gucken Sie. Komm. Komm ein Auto. Ja. Gucken. Da ist der reingefahren. Hier. Das war Unfall. Ich nicht mit Absicht getrifftet. Ich nichts mit Absicht. Und deshalb. Wir haben ein bisschen auf Dings. Haben wir Dings gemacht. so. Ähm. Wir haben wir außerdem hier gerade noch mit 140 gemessen. Das kommt noch oben drauf. Ich habe nichts gemessen. Nee, ich nichts gemessen. Gar nichts. Ja, Sie nicht, aber wir. Aber ich nichts. Dann aber nicht Führerschein futsch. Wenn ein Unfall ist. Und der andere nichts angehalten. Dann. Hätten Sie fragen können. War Unfall. Ich schwöre. War Unfall. Hätten Sie andere anhalten können. Aber nichts angehalten. Jetzt Problem. Aber es war Unfall. Da ist kaputt hinten. Der ist reingefahren da. Und deshalb. Ich bin aufgeregt. Also in meinen Augen. Da hatte ich gar nichts. Verbot. Und nicht mal ein Kratfang. Ich kann Ihnen. Soll ich Ihnen. Äh. Geben Sie SMS. Ich sende Ihnen. Dann sehen Sie. Dass der sowohl kaputt ist. Geben Sie Nummer. Ich sende Ihnen SMS. Bild. Na gut. Das ist die 823.000. Die 823.000. Ja. Das ist schlecht ausgekönnt. So. Ich schaue. Eine Sekunde. Haben Sie bekommen. Nein. Ich sehe es. Ja. Das ist kaputt. Und da ist er reingefahren. Und ich mich beschwert habe. Und deshalb. Ich angehalten habe. Und geschaut. Und er weggefahren. Und Sie nichts anhalten. Deshalb. Ich bin dem hinterher. Aber sie dann. Ich gedacht habe. Sie halten auch ihn an. Aber sie ihn weiterfahren haben lassen. Und jetzt kaputt. Aber ich nichts gemacht. Blöde Sachen. Ich kann nur nicht. einen Verkehrshalträger machen. Wenn der wegfährt. Wenn der mehr reingefahren ist. Dann würde ich das jetzt so machen. Dann gebe ich ihm das. Das Guß gilt für die Geschwindigkeitsübertretung. Ja. Und dann. Aber dann. Dann müssen suchen. Den Mensch. Der reingefahren. Ja. Das war ja. Was war denn das? Zahlen. Was war denn das für ein Auto? Blaue. Irgendwas. Honda. Ja. Gucken wir dann. Blaue Auto. Schnelle Auto. Ja. Und der nämlich reingefahren. Wäre dann ein Bußgeld von 3000 Dollar. Ja. Jawohl. Aber wie gesagt. Ich kann Blödsinn machen. Ich habe gehofft, dass Polizei und so. Dies, das. Und dann einfach rein und dann weg. Sie anhelten hätten müssen. Dann geklärt. Sie ihn weiterfahren haben lassen. Lassen haben weiterfahren. Aber jetzt zahlen und kaputt. Werkstatt. Schöne einmal die Rechnung. Werkstatt. Jetzt kaputt. Dann haben wir auch nochmal den Führerschein. Wettgeschön. Er kostet jetzt viel. Weil jetzt kaputt. Um. Führerschein um alles. Kaputt jetzt. Da. Kann ich ihnen aber leider nicht helfen. Dann. Ja. Ist halt kaputt. Muss ihn polieren. Oder. Lackieren. Lackieren. Polieren. Vielleicht nur. Vielleicht nur ein bisschen. Vielleicht nur ein bisschen. Alle auf der Werkstatt. Vielleicht hier. Vielleicht. Vielleicht hier mal gucken. Vielleicht. Oh doch. Tief. Tief. Oh nein. Neu lackieren. Dann nix mehr polieren. Oh nein. Oh das. Das nix mehr mit Politur. Das nix mehr. Das. Das jetzt. Das jetzt nix mehr Politur. Das nix mehr Politur. Das. Das jetzt kaputt. Das kaputt. Das. Das muss neu. Oh nein. Das muss neu lackiert werden. Heckklappe und Rück. 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 Stoßstange. Beides Lackierung. Graben. Ja gut. Ali kriegt das bestimmt wieder aus der Werkstatt. Na man da muss machen. Muss machen. Wenn nicht. Müssen sie sich mal am Hauptplatz umzuhalten. Ja 50 Euro. Mit... ohne Rechnung. Mit Rechnung 150. Bist du die letzte die Woche? Gut. Ich glaube... Gut dann ich fahren. Dann ich fahren. Dann fahren Werkstatt. Genau, dann fahren sie mal in die Werkstatt. Ich Werkstatt fahre. Da ist nur kein Mechaniker mehr da. Ja, ich fahre trotzdem Werkstatt. Ich einbreche und Sachen klaue bei Werkstatt. Nee, dann nehmen wir so fest wegen Hausfriedensfonds. Ja, weil Werkstatt ist günstig. Ich komme mit großen Lieferwagen und nehme Sachen mit. Alles gut. Ich Scheiben einschlagen mit großen weißen Lieferwagen und dann Sachen mitnehmen. Ja, dann auf Ebay verkaufen, wenn wir nicht mehr brauchen. Die Socken brauchen? Okay. Socken von Kinder, Groß, Klein. Hallo Jonas, ich bin Jonas. Ich nur Spaß mache, ich fahre. Tschüss. Die wollen mir nicht sagen, ob Emily im Knast ist oder ob die in U-Haft ist oder ob die im Krankenhaus liegt. Wo bist du? Vom PD, aber... Komme. Hörst du mal zum Krankenhaus? Krankenhaus. Sprich doch doch mal, du bist nicht Kevin, sondern RUMBE. Ja, ich bin der RUMBE, da hast du recht. Ich bin der RUMBE. Ja, schön, dass ich die Kopf ein bisschen hops nehme. Das ist eh nix zu verstehen, ich nix zu verstehen. Aber es hat funktioniert. Tatsächlich, der Schaden hier ist durch ein Schild entstanden. Der andere konnte dafür gar nicht. Das hat mich einfach rausgeredet. Durch mein rausreden, habe ich jetzt meinen Führerschein behalten dürfen. Ich hätte es aus meinem Führerschein abgeben müssen, Leute. Das heißt, ich habe gerade mein Leben gerettet. Jetzt packt man das Ding aber ein, bevor ich wirklich noch meinen Führerschein verliere. Schnell einparken. Hey, wir sind kurz von 7000 Likes, Leute. Lassen wir mal kurz da. Ja, perfekt. Wallah! Rote Ampel! Nix grün, nur rot! Ja. Rote Ampel, Ampel rot! Mein Gott! Jetzt ist mehr kaputt. Jetzt nix mehr 50 Euro hinten, Schaden. Jetzt ist mehr kaputt. Oh nein, Rückleuchte kaputt. Das ist mehr als 50 Euro. Ich kann sie bezahlen, wenn sie wollen. Nein, nein, ist gut. Ich muss eh noch Werkstatt. Rote Ampel, stopp! Grüne Ampel, fahren! Ich habe grün-rot. Hoppala. Chemistack. Alles gut. Warte, warte. Alles klar. Hallo, hallo? Polizei, Polizei. Schauen Sie. Schon wieder passiert Unfall. Gucken. Schon wieder Unfall. Aber gut. Gut. Alle gut. Ne, nur sage ich. Ich habe gerade vorhin Unfall gehabt mit Verkehr. So. Ich Unfall, Verkehr, Unfall. Alles gut. Ich nur sagen wollte, Unfall wieder. So. Puff. Fast für euch alles. Ja, aber wieder Unfall. Wir waren vorher ja gerade Anhaltung wegen Unfall. Jetzt wieder Unfall. Aber gut. Ne, ich weiß. Aber nicht, ich angehalten, rote Ampel, er drüber wollen. Über rot. Und ich halten, weil ich normale Fahrer. Aber nein. Ja, jetzt sind die kaputt wieder. Mehr kaputt als davor. Rücklicht kaputt. Gut, ich fahre. Habt ihr das so geklärt? Ja, ist gut. Wir geklärt. Danke. Ja, okay. Ich zu Ali fahren, ausreparieren. Entschuldigung, man hat ganz kurz mein Studio gesehen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Tut mir sehr leid, Leute. Das war ja vielleicht nochmal hinten drauf. Wir haben ein Gaming-Setup hier. Bald einen neuen PC, Leute. Bald einen neuen PC. Mal schauen. Oh, wir haben die 7000. Warte. Haben wir geschafft. Perfekt. Danke, Leute. So. Oh, tatsächlich 1600 Euro Schaden. Dollar Schaden wegen der Kacke hier. Egal. Trotzdem geiles Auto. Ich bin froh, dass ich es jetzt noch gekauft habe. Damit werde ich nächstes Mal sicher gerne rumgurken. Aua. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, dann lasst ein Abo. Dann würde mich sehr hart freuen. Auch schon wieder 5 Stunden gestreamt heute. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen wieder. Oder übermorgen, je nachdem. Mal schauzen, mal schauzen. Und, äh, ich bedanke mich hier nochmal an, äh, Werksgebungstumme haben wir ja vorgelesen. Das haben wir auch vorgelesen. Äh, Kevkev für 5 Euro Donation jetzt noch am Ende. Vielen Dank. Pascal Schmidt auch nochmal danke für eins. So fühlt sich auch zu viel raus. Ghost Niebuhr danke für 2 Euro auch. Und Kevkev nochmal mit dem Fünfel. Genau wie es ist so Fuddle fürs VIP werden. Vielen, vielen Dank. Und an der Pascal Schmidt. Ich weiß nicht, was der hat. Aber der hat heute am Ende richtig rausgewuppelt. Dauerhaft ein 10er. 10er, 10. Dauerhaft 10, 10, 5, 5, 10, 10. Keiner, was bei Pascal ist. Aber er schreibt nichts dazu. Ich bedanke mich recht herzlich auch bei dir, lieber Pascal. Ähm. Ja, Leute. Keine Fußballspiele. Wir haben keine 8K-Likes. Keine 8 Beine. Perfekt. Das ist... Schulde ich... Ach ja, scheiße. Ich schulde euch ja noch einen. Och nee. Och nein. Oder schulde ich euch einen? Doch, ich schulde einen. Nee, 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 nee. Nein. Ich schulde euch keine. Ich hab die dann durchgezogen. Da war doch noch wer da. Und ich hab die dann einfach durchgezogen. Das weiß ich noch. Ich schulde gar keine Fußraubspinne. Ich hab die letztes Mal durchgezogen. Auch wenn es nur eine war. Keine Schulden. Keine Schulden. Ich hab keine Schulden. Bei euch. Doch dann mit Videobeweis. Ich war mir sicher, dass ich das noch durchgezogen habe an dem Tag. Ich war mir so sicher, dass ich das noch durchgezogen habe an dem Tag. 100% sicher war ich mir da. Doch, ja, nein, ja. Die einen schreiben ja, die anderen nein, ja. Tschöse. Ja, aber ich will jetzt keine Halbherzige machen. Ich muss heute noch rekorden. Es ist 23 Uhr in der... 23 Uhr, 8 Uhr, 30 Uhr. Ich muss noch rekorden gehen heute. Ja, gut, das ist halt. Die hast du schon gemacht, hab ich? Du schuldest doch. Ja, komm, ich sei eh nur verarscht. Ich will gar nicht, wie ich das schon rechnen habe. Deine Schönheit ist unberechenbar. Danke dafür. Aber mal schauen, was kommt morgen. Mal gucken. Entweder morgen kommt... Ne, wobei, morgen kommt kein Video. Morgen muss ein Stream kommen. Entweder morgen kommt ein Stream. Morgen kommt nix, weil ich aufnehme. Oder ich weiß nicht. Aber ich werde heute noch rekorden gehen. Heute eine Aufnahmesession. Falls ich was schulden sollte, mache ich das einfach im nächsten Stream. Wenn es okay ist. Wenn es okay ist. Weil ich bin... Ich will wirklich noch rekorden. Ja, also ich muss... Problem ist, wenn ich Daily Content mache, muss ich rekorden, Leute. Ich muss dauerhaft rekorden. Und jetzt will ich meine Stimme nicht zerhauen. Das Problem ist, nach dem Fußrausspielen, ist meine Stimme komplett broke. Das ist kein Scheiß. Die tut dann weh danach. Und wenn ich jetzt so aufnehmen gehe... Deshalb ist es immer schön, die Fußrausspielen am Ende des Streams zu machen. Weil die Stimme nicht so im Poppes ist. Den ganzen Stream über, wisst ihr? Wenn ich jetzt aufnehmen gehe, ist das ein bisschen blöd, aber... Das machen wir morgen. Was du heute nicht kannst besorgen, das Verschiebe steht es auf morgen. So. Äh. Aber ja, ich wünsche euch noch eine schöne Nacht, Leute. Morgen also warten kann man. Dafür morgen also warten kann man, ja. Ne, mal schauen, was morgen kommt. Vielleicht spielen wir morgen Legacy weiter. Ich weiß nicht, was wir morgen machen. Mal schauen. Vielleicht. Oder vielleicht die Beerdigung ist ja morgen. Genau. Ich muss noch mal gucken, was morgen los ist. Aber stimmt, bei jeder Beerdigung ist eine Asservatenkammer drin, haben wir ja gesagt, ne? Also eigentlich müsste morgen die Asservatenkammer kommen. Wegen Kate haben wir wieder eine Asservatenkammer auf ganz entspannt. Das Problem ist, die ist sicher nicht befüllt. Die ist ja sicher nicht befüllt morgen. Weil wir die erst gemacht haben. Boah, das dann... Eine Asservatenkammer so schnell hintereinander, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass die Leute so schnell gehen. So, aber jetzt Leute, wirklich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen bei der Asservatenkammer. Ähm, und...